Vielen Dank. 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 Jan Rupp, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und haben Sie haben, eine hohe, in der auch, dass die Restgruppe sehr klein geworden und hauptsächlich wahrscheinlich auf Leute beschränkt, die starke gesundheitliche Einschränkungen haben. Wir haben einen massiven Rückgang des Anteils der schweren oder tödlichen Covid-Verläufe. Die Hospitalisierung liegt derzeit nur noch bei ungefähr 1% der Erkrankten oder Infizierten und die Quote der Todesfälle liegt nur noch bei circa 0,05%. Und da sind auch noch viele Personen enthalten, die nicht an dem Virus, sondern mit dem Virus versterben. Und insofern ist das auch im Bereich des Normalen sozusagen gelandet, obwohl natürlich jeder einzelne Fall seine eigene Problematik hat. Und wir wissen mittlerweile auch, dass Phasen hoher Inzidenzen unter relativ geringen Problemlagen überwunden werden können. Das hat man in Kiel zum ersten Mal größer ausprobiert anhand der Kieler Woche. Das ist relativ gut ausgegangen. Beim Oktoberfest hat man es wiederholt in wesentlich größerem Maßstab. Die Inzidenzen stiegen aber nicht ganz so hoch, weil einfach der Raum München eine noch wesentlich größere Population hat als das vergleichsweise kleine Kiel. Und die wesentliche Problematik war letztendlich Personalausfall nicht nur in Krankenhäusern, auch zum Beispiel bei Transportunternehmen, auch im öffentlichen Personennahverkehr. Aber dort ist ein relevanter Teil dieser Ursache, dass die Absonderungsvorschriften des Bundes mittlerweile schon sehr betagt sind und aus einer Sichtweise der Eingrenzung kommen, also sozusagen eher der chinesischen Politik ähneln als der sonstigen europäischen Politik. Aktuell liegen übrigens die niedrigsten Inzidenzen seit langem vor in Schleswig-Holstein und auch in Deutschland. Und die Inzidenzen können ohnehin nicht mehr als das zentrale Kriterium angesehen werden. Auch in der kürzlichen Erkältungswelle hatten wir zwar steigende Inzidenzen, aber eben auch wieder unter relativ geringen Problemsituationen. In der kürzlichen Erkältungswelle hatten wir auch erstmals die Situation, dass SARS-CoV-2 nicht mehr dominierte. Die große Mehrzahl der Erkältungsfälle waren die herkömmlichen Erkältungsviren, zum Beispiel Rhinoviren. Niemand käme auf die Idee, eine Routinetestung aller Personen auf Rhinoviren durchzuführen, obwohl das in Konsequenz ja des Massentestens auf SARS-CoV derzeit ja eigentlich gefordert werden müsste. Und auch da wird klar, dass dieses Virus sich in die Reihe der normalen Erkältungserreger mehr und mehr einreiht und dadurch die Sonderrolle von SARS-CoV-2 eben auch nicht mehr voll adäquat ist. Nachdem wir ja in der Beratungsgruppe der Landesregierung auch zwei Juristinnen immer hatten, die besonders auf die Grundlagen der Verhältnismäßigkeit immer wieder rekurrierten, schließe ich daraus, dass die Verhältnismäßigkeit einschränkender Maßnahmen heutzutage nicht mehr gegeben sein kann, denn die Situation ist absolut nicht mehr vergleichbar mit der Situation der Jahre 20 oder 21. Die epidemische Situation muss regelmäßig überprüft werden und beurteilt werden, sodass man eben daraus schließen kann, ob die geltenden Maßnahmen noch tragbar sind, ob man sie zum Beispiel noch bis zum Frühling durchhalten will oder ob vorher schon Änderungen notwendig sind. Patentlösungen dafür, die berühmte Ampel für die Entscheidung wurde zwar politisch immer wieder gefordert, umsetzen ließ sie sich nicht. Es waren eigentlich klägliche, jämmerliche Versuche letztendlich mit großen Erwartungen, die nicht sonderlich umsetzbar waren und man muss einfach das Gesamtbild betrachten und derzeit wäre wahrscheinlich das wichtigste Argument, käme eine neue gefährliche Variante, dann würde sich die Situation deutlich ändern, aber die ist definitiv derzeit nicht in Sicht, gibt es keine Erkenntnisse, dass höher pathogene Viren im Anmarsch wären. Sofern sich die Situation nicht grundlegend ändern sollte, wären aus meiner Sicht folgende Aspekte prioritär. Die einschränkenden Maßnahmen sollten minimiert werden. Ich sehe auch keinen echten Grund mehr für einschränkende Maßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr. Dort darf ja jeder Maske tragen, es ist ja nicht verboten. Der Ersatz des Massentestens ist dringend notwendig durch das symptombezogene Testen. Wer krank ist, geht zum Arzt und bleibt zu Hause, bis die Symptome abgeklungen sind. Und das ist auch sonst in der Medizin etabliert. Bei fast allen anderen Fragestellungen klappt das prima, warum nicht auch bei SARS-CoV-2. Und in speziellen Ausnahmefällen kann ja dann noch ein weiteres Testen durchgeführt werden, aber in der Regel ist ein Freitesten nicht mehr erforderlich. Die Isolierungsregeln sind ja für Krankenhäuser besonders streng gefasst. Und hier sollte man die Regelungskompetenz in die Einrichtungen geben. Die Krankenhäuser haben spezielles Expertenpersonal dafür. Das Hygienepersonal jedes Krankenhaus hat jemanden in der Funktion eines Krankenhaushygienikers oder Krankenhaushygienikerin. Und insofern sind die Einrichtungen selbst in der Lage zu entscheiden, was nun aktuell adäquat ist. Und wenn es eben besonders viele Erkrankungen gibt, womöglich auch Ausbruchssituationen an einer Klinik gibt, dann kann die Klinik selbst entscheiden, wie sie damit umgeht und das eben auch gegebenenfalls mit dem zuständigen Gesundheitsamt abstimmen. In Dänemark zum Beispiel gibt es solche strikten Regelungen nicht und dort klappt es auch sehr gut. Auch in vielen anderen europäischen Ländern klappt es sehr gut. Ich rate dringend dazu, die Maskenpflicht in den gemeinsamen Wohnbereichen, Alters- und Pflegeheimen abzuschaffen. Das ist mit der Lebenssituation dieser Person eigentlich nicht vereinbar. Und man könnte das auch mit, in Anführungszeichen, schon fast als sittenwidrig bezeichnen, die Leute hier von der Kommunikation auszuschließen. Ich plädiere auch sehr dafür, die Autonomie der STIKO unbedingt zu achten und auch zu verteidigen. Politische Vorgaben für die STIKO sind ein absolutes No-Go aus meiner Sicht. Wir müssen glücklich sein, dass wir eine derartige Kommission haben, die das nach wissenschaftlichen Kriterien entscheiden. Und die entsprechenden STIKO-Empfehlungen haben eben eine Grundlage, so weitgehend, dass sogar etwaige Impfproblematiken dann von öffentlichem Geld aus auch kompensiert werden, falls es zu Komplikationen, zu Nebenwirkungen kommen sollte. Aber es gibt genug Impfstoffe, die zugelassen sind und nicht empfohlen sind. Und niemand ist daran gehindert, diese Impfstoffe einzusetzen. Es erfordert nur ein bisschen ausführlicheres ärztliches Gespräch. Die politische Unterstützung der Impfaktivitäten sollte unbedingt aufrechterhalten werden oder auch noch intensiviert werden. Ich halte es auch für völlig adäquat, die öffentlichen Impfstellen schrittweise abzubauen. Es gibt im Land eine Fülle von Arztpraxen mit einer ganz gewaltigen Kompetenz und einer ganz gewaltigen Kapazität. Auch die jährlichen Grippeschutzimpfungen werden ja über diesen Weg effizient durchgeführt. Warum soll das für SARS-CoV-2 nicht funktionieren? Und es ist ja auch zumindest eher zu erwarten, dass in Zukunft hier eine Kombinationsimpfung möglicherweise auch etabliert werden kann, höchstwahrscheinlich auf Basis der mRNA-Impfungen. Die Verfügbarkeit der antiviralen Wirkstoffe ist gegeben, wird sehr wenig wahrgenommen. Trotzdem ist es wichtig, diese Verfügbarkeit weiterhin zu sichern. Über Long-Covid und Post-Covid wissen wir letztendlich noch viel zu wenig. Auf der einen Seite gibt es einen Graubereich zu anderen bekannten Erschöpfungssituationen, die schlecht definierbar sind und schlecht abgrenzbar sind. Auf der anderen Seite ist völlig unbestritten, dass es schwerst erkrankte Personen in diesem Zusammenhang ist. Man muss sich um diese Thematik weiterhin kümmern. Und es gibt derzeit einen großen Bedarf und wenig Angebot hinsichtlich Diagnostik, Beratung und auch Rehabilitation. Und dort gibt es Handlungsbedarf, aber natürlich nicht nur in Schleswig-Holstein. Der ÖGD-Pakt sollte unbedingt verstetigt werden. Er hat den Gesundheitsämtern eine gewaltige Leistungsfähigkeit erlaubt. In diesem Jahr haben die Gesundheitsämter ein Drittel der Bevölkerung Schleswig-Holsteins im Meldewesen bearbeitet. Das ist ein Ausmaß, wie man es vorher noch nie kannte. Und was natürlich auch jederzeit wieder in hoffentlich nicht so großem Maße auftreten könnte. Und zum Beispiel ist auch zu befürchten, dass wir in Kürze eine sehr deutliche Grippewelle haben können, die eben nicht durch SARS-CoV-2 hervorgerufen ist und wo wir eben entsprechende Maßnahmen sonst ja überhaupt nicht erwägen würden. Also die Funktionalität der Gesundheitsämter muss unbedingt weiterhin gesichert werden. Wir haben jetzt Erfahrung mit Maskenpflichten und auch öffentlichen Empfehlungen, Masken zu tragen und auch öffentlichen Empfehlungen, Distanzierung wahrzunehmen. Und das möchte ich auch anregen, dass man das bei besonderen Situationen in der Zukunft auch ganz offiziell nutzt. Zum Beispiel könnte es sein, dass Anfang kommenden Jahres eine sehr deutliche Grippeepidemie sich etablieren wird. Und im Jahr 2018 haben wir da ratlos zugeguckt und hätten mit Maskenempfehlungen und mit Distanzierungsempfehlungen Sinnvolles erreichen können. Jetzt wissen wir, wie es geht. Wir haben was gelernt und das sollten wir auch nutzen. Allerdings auf der Basis von Fakten und nicht auf der Basis von eventuellen Vermutungen und Befürchtungen. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Fickenscher. Und dann kommen wir zum zweiten. Ich habe hier eine Rückkopplung. Mal gucken. Ich habe das Mikrofon ein bisschen zur Seite gemacht, aber irgendwie ist das unangenehm, mit einer Rückkopplung zu sprechen. Vielleicht kriegen Sie das ja gelöst da hinten, die Herren Technikerinnen und Techniker. Ich glaube, es sind nur Männer. So, dann kommen wir zum zweiten Anzuhörenden, zu Professor Dr. Hendrik Streeck. Ich sehe schon, er ist in der Leitung. Das freut mich. Das klappt alles hervorragend. Ja, Herr Professor Streeck, bitte. Wir würden gerne Ihr Statement dazu hören. Und auch für Sie gilt 20 Minuten. Bitteschön. Vielen Dank. 10 Minuten, Entschuldigung. Ja, ich dachte, ich hätte nicht länger geredet, aber so lange wollte ich eigentlich nicht reden. Ja, ich danke für die Einladung. Ich bin Hendrik Streeck, Leiter des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn. Ich kann eigentlich alles unterschreiben, was der geschätzte Kollege Fickinger eben vorgetragen hat. Und alles, was ich machen kann, das ein bisschen in meinen Worten auch nochmal zu verstärken. Ich habe mich in meinem Statement, was ich danach im Nachgang auch noch schriftlich einreichen werde, alleine auf die Isolationspflicht bezogen und auch die Fragestellung, ob eine Isolationspflicht in dieser Phase der Pandemie aufgehoben werden kann oder nicht. Nun, die Problematik ist, dass wir in einer sehr komplizierten und schwer greifbaren Übergangsphase von Pandemie zur Endemie sind, wo auch die Endemie an sich eigentlich nicht mehr in der Definition greift, wie wir das ansonsten verstehen. Wir müssen hier auf der einen Seite beginnen, staatliche Verordnungen zurückzufahren und alleine aufgrund der Verhältnismäßigkeit, wie Herr Fickinger eben auch schon angedeutet hat, müssen wir auf der anderen Seite mit Behutsamkeit und Achtsamkeit vorgehen, um sowohl eine Überbelastung des Gesundheitssystems zu vermeiden und Personalausfälle im Bereich der kritischen Infrastruktur zu vermeiden. Also wir haben hier diese Waagschale, um die wir uns, ja, wo es etwas schwieriger ist, die zu navigieren, auch sowohl virologischen, epidemiologischen und aus Hygienikersicht Ansicht, aber auch natürlich aus der politischen Fragestellung. Die Isolationspflicht und mögliche Quarantänisierung von Kontaktpersonen, muss man einmal klar sagen, ist eines der schärfsten Schwerter des öffentlichen Gesundheitsdienstes und gerade am Anfang eines neuen Ausbruchs sehr effektiv, wie wir es zum Beispiel bei den Affenpocken gesehen haben. Ja, alleine durch die Isolation und Quarantänisierung haben wir es wahrscheinlich geschafft, die Affenpocken so weit auf ein Minimum zu drücken, dass es in einigen Bundesländern überhaupt keine Fälle mehr gibt. Und im Anfang einer Phase des Ausbruchs, einer Anfangsphase einer Pandemie ist das wirklich das wichtigste Instrument, was es gibt. Und daher kann ich auch das nur unterstützen, dass der öffentliche Gesundheitsdienst gerade auch in der Zukunft für möglichen Ausbrüche, mögliche Pandemien, aber auch im Umgang mit der Grippe oder neuen, möglicherweise schwereren Varianten gestärkt wird, damit es diese Funktion auch gut ausüben kann. In der Phase dieser Eindämmung sind wir aber lange nicht mehr mit dem SARS-CoV-2-Virus. Wie wir es auch bereits in der Stellungnahme aus dem Juli 2022 vom Expertenrat der Bundesregierung festgestellt haben, sind wir nicht mehr in der Phase, dass wir jede Infektion vermeiden müssen, sondern es geht darum, schwere Verläufe zu vermeiden. Also nicht, es geht nicht mehr um das Containment, wie wir in der Epidemiologie sagen, sondern die Mitigierung, die Mitigation der schweren Verlaufe. Damit eine Isolationspflicht einen Effekt hat, muss man die Anzahl der durch Test bestätigenden Fälle und die Größe der Dunkelziffer heranziehen. Derzeit wird jedoch nur ein Bruchteil der Infektionen überhaupt erkannt. Nur wer sich derzeit, zum Beispiel aufgrund von Symptomen oder aus Fürsorge für seine Mitmenschen oder aufgrund der Bestimmungen am Arbeitsplatz testen lässt, muss dann auch in Isolations gehen. Einige werden sich da ja zweimal überlegen, ob sie sich testen und verzichten gleich auf ihren PCR-Bestätigungstest. Wir haben also eine Situation, wo wir viele Menschen, wenn sie sich krank fühlen, entweder gar nicht testen lassen oder einen Antigen-Selbsttest machen, aber nur durch einen zertifizierten Bestätigungstest oder einen PCR-Bestätigungstest, nur dann greift überhaupt die Isolationspflicht. So dass wir in einer Phase sind, wo wir nur noch einen Bruchteil der Infizierten erkennen. In den Sommermonaten hatten wir eine geschätzte Dunkelziffer von ungefähr Zehnfachen. Im Moment rechnen wir von einer Dunkelziffer von ungefähr Dreifachen. Es geht also der Großteil der Infizierten überhaupt nicht in Isolation. Und die Isolationspflicht ist daher ein zahnloser Tiger geworden. Es beschäftigt die Gesundheitsämter massiv und wird im Allgemeinen das Infektionsgeschehen nicht mehr beeinflussen, wie man das gerne hätte. In mehreren unserer Lachbarländern, wenn wir mal über den Tellerrand schauen, ist die Verpflichtung zur Isolation bereits aufgehoben worden. Dazu zählen Österreich, Polen, Spanien, Schweiz, Großbritannien und andere. Und in keinen der Länder, wenn man sich das genau beobachtet, angeschaut hat, kam es zu einem Anstieg der Fallzahlen aufgrund der Aufhebung der Isolationsverpflichtung. In Österreich wird im Verhältnis sehr viel noch getestet. Die haben ja auch dieses Pool-Testungssystem, wodurch man sehr gut nachvollziehen kann, dass durch eine Isolationspflicht eigentlich die Aufhebung der Isolationspflicht die Fallzahlen nicht ansteigen werden. Ich würde daher von einer Isolationspflicht Abstand nehmen und stattdessen auf ein Isolationsgebot setzen. Ähnlich wie sich da Herr Pickenscher eben das dargestellt hat. Also wer sich krank fühlt, soll oder muss zu Hause bleiben. Hierzu gehört, dass wenn jemand typische Atemwegssymptomatiken hat, wie Husten, Schnupfen, Fieber oder Ähnliches, der soll und muss zu Hause bleiben. Wer Corona-positiv ist, aber keine Symptome hat, soll oder kann in meinen Augen auch arbeiten gehen. Und hier gegebenenfalls unter bestimmten Bedingungen, wie zum Beispiel des verpflichtenden Tragens einer FFP2-Maske bis zur Testnegativität. Dieses verpflichtende Tragen der FFP2-Maske bei Corona-Positiven, das wird zum Beispiel in Österreich durchgeführt. Anders verhält sich die Problematik der Frage der Isolationspflicht in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Altenheimen. Also hier besteht ja ein besonderes Schutzverhältnis zu den Bewohnern. Der direkte Patientenkontakt ist aber nicht in jedem Beruf in einer dieser Einrichtungen gegeben. Also jemand, der zum Beispiel in der Küche ist, jemand, der in der Verwaltung ist, hat nicht den direkten Patientenkontakt. Daher kann man die Regelung zur Isolationsverpflichtung natürlich mit der Beratung des örtlichen Hygienikastors oder des öffentlichen Gesundheitsdienstes in die Verantwortung der Krankenhäuser und Heime geben. Oder auf eine vereinfachte Isolationspflicht überführen, wie es gemäß der Grippe bei grippepositiven Patienten gemacht wird. Dies würde zum Beispiel eine 5-plus-2-Regel vorsehen, also fünf Tage Isolation nach positiven Test sollte weiterhin eine Positivität im Antigen-Test bestehen. Eine Isolation für weitere zwei Tage, aber ohne erneutes Testen. Und auch hier muss man auf den Stellenwert eine Maske hinweisen. Dies sind Vorschläge für die Krankenhäuser, Pflegeheimen und Altenheime, aber nicht ein Vorschlag für die allgemeine Bevölkerung, wo ich denke, dass man dort in ein Isolationsgebot übergehen sollte. Generell muss man sich die Frage stellen, warum SARS-CoV-2 bei der hohen Grundimmunitätslage, wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein bei 98 Prozent. Wir haben ja deutschlandweit die Immunbridge-Studie durchgeführt und auch die Seroprävalenzrate bestimmt. Und für auch einzelne Bezirke und Landkreise ja die Immunitätsrate bestimmen können. Und Schleswig-Holstein hat insgesamt eine sehr hohe Immunität von 98 Prozent. Also man muss sich die Frage stellen, ob man bei dieser hohen Grundimmunitätsrate, ob die Frage stellen, warum SARS-CoV-2 einen anderen Stellenwert genießt als Influenza. SARS-CoV-2 ist mittlerweile nicht mehr die am häufigsten bei uns Diagnose der Atemwegserkrankung. Und auch ich mache mir eher Sorgen, dass wir eine verstärkte Grippewelle dieses Jahr haben könnten. Und dort gilt ja die Isolationsverpflichtung für die Allgemeinbevölkerung nicht. Daher müssen wir hier sehr viel mehr auch mit Geboten, auch zum Beispiel bei den Massen mit Geboten arbeiten, damit man auch hier schneller reagieren kann. Zusammenfassend kann man sagen, dass man mit einigen wenigen Ausnahmen die Isolationspflicht eigentlich keiner Effektivität mehr bescheinigen kann. Die Frage ist da ja viel mehr, wodurch man eigentlich am meisten erreicht. Durch Testen und vieles Testen, Massentesten und Isolation der wenigen, die sich überhaupt noch testen lassen. Oder durch eine Schärfung des Bewusstseins in der Bevölkerung, dass man als Gemeinschaft bei geringsten Symptomatiken, Behusten und Schnupfen besser einmal mehr zu Hause bleibt, um damit wir alle gemeinsam eben besser durch den Herbst und Winter kommen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Prof. Dr. Streeck. Dann kommt, wir haben immer noch eine Rückkopplung hier. Ich weiß nicht, ob Sie das hören. Dann kommen wir zum dritten Experten in unserem Blog hier. Das ist Prof. Dr. Jan Rupp, Direktor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am Campus Lübeck der CAU. Und auch er ist uns virtuell zugeschaltet. Oh, das kann passieren. Herzlich willkommen, Herr Prof. Rupp. Wir bitten um Ihren Vortrag. Ja, schönen guten Morgen. Ich hoffe, man kann mich hören aus Lübeck. Mir ist noch nicht ganz klar, ob die CAU jetzt auch in Lübeck ist. Das ist die Universität zu Lübeck. Aber ich fühle mich natürlich der Kieler Fakultät eng verbunden. Asche auf mein Haupt. Nein, ich dachte beim ersten Mal überhöre ich es noch. Beim zweiten Mal muss ich mich, sonst kriege ich Ärger hier in Lübeck. Okay, gut. Dankenswerterweise haben die Kollegen Fickescher und Herr Streeck inhaltlich eigentlich alle Punkte schon adressiert, sodass ich, ich nehme das jetzt mal als 30 Minuten Gesamtexpertenzeit für die Mediziner hier, ich möchte vielleicht nur zwei, drei Punkte ergänzen. Und das Schöne ist, Sie sehen damit auch, wir kommen aus unterschiedlichen Feldern, Virologie, aber auch klinische Infektiologie. Die Einschätzung teile ich und würde sie sogar noch ein bisschen verstärken dadurch, dass ich glaube, diese Fokussierung auf SARS-CoV-2, wie wir sie in den letzten zwei Jahren machen mussten, gefährdet mittlerweile mehr, als sie sozusagen nützt. Das heißt, wir haben eine, auch was die Awareness angeht, eine starke Fokussierung auf ein Atemwegsvirus, was auch in der Bevölkerung dann immer dazu führt, dass bei Symptomen, weil man noch einen Antigentest hat, weil man irgendwo noch eine Teststation in der Nähe hat, sich testen lässt. Man sollte dieser Test negativ ausfallen, dann denkt man, es ist nicht so schlimm und ich gehe vielleicht auch mit Symptomen dann zur Arbeit oder treffe mich mit anderen Leuten. Und wir haben jetzt letzte Woche die ersten zwei schweren Influenza-Fälle gehabt. Ich gehöre sicherlich nicht zu denen, die dramatisieren wollen, aber es ist schon erstaunlich, wenn man wieder sieht, wie Influenza-A-Patienten auch auf Intensivstationen wieder liegen. Und meine Sorge ist einfach, dass wir mit dieser Fokussierung auf genau ein Atemwegsvirus nachlassen in der eigentlichen momentanen Problematik, nämlich prinzipiell atemwegsübertragbare Infektionen zu minimieren. Und da sind die Argumente dafür, dass man Symptomatik wieder in den Vordergrund stellt, wie es in der Medizin eigentlich immer der Fall war, dass wir gesagt haben, wenn eine Grundimmunität besteht, wenn also ein Großteil der Bevölkerung geschützt ist, und da kann ich nur die Zahlen noch ergänzen, wir haben eine Seroprävalenzstudie in Schleswig-Holstein ja gemacht, die wir nächste Woche abschließen, auch da kommen wir genau zu diesen Zahlen, das wäre wahrscheinlich 98 Prozent, ein bisschen Unterschied zwischen Land und Stadt, aber das ist wirklich zu vernachlässigen, in der Positivität für S1-Antikörper haben. Und das lässt uns doch einfach hoffen, dass wir einen Großteil dieser vermeintlich jetzt durchlaufenden Infektionen nur mit milden oder auch weniger starken Symptomen haben. Ich glaube, der einzige Unsicherheitsfaktor, um das nochmal zu sagen, den wir aktuell haben, ist natürlich die Welle, die immer prognostiziert wird von Personen mit Long-Covid. Und ich glaube, da muss man aber andere Wege gehen. Da muss man Forschung verstärken. In dem Bereich der Versorgung dieser Patienten hat es keinen Sinn zu argumentieren, dass wir damit mit Isolationspflicht und Masken eine Prävention vornehmen. Da ist es eher so, dass wenn Personen da, glaube ich, ein persönliches Risiko sehen oder auch vielleicht schon aufgrund von anderen, übrigens auch das ist bekannt, viralen Infektionen einen gewissen Trigger schon mal hatten. Ich erinnere an andere Viren, die einfach auch mit einer langen Latenz erst wieder zu der Regeneration führen, dass man dort eben diese Personeneigenschutzmaßnahmen wie Masken tragen. Ich will mich selber nicht exponieren. Das sind Dinge, die einfach wieder in den Vordergrund gerückt werden müssen. Das heißt, für diesen Punkt Isolationspflicht möchte ich vielleicht noch ganz kurz hinzufügen. Auch hier ist es so, da würde ich sogar noch ein Stück weiter gehen als der Kollege Streeck. Ich glaube nicht, dass wir mit diesem Testregime in Krankenhäusern momentan mehr Nutzen als Schaden anrichten. Wir haben durch hohe Personalausfälle schon wieder in einzigen Bereichen die Problematik, dass wir elektive Operationen verlagern müssen, dass wir gegebenenfalls auch die Notaufnahmen entlasten müssen, weil wir einfach zu viele Personen im Verhältnis zum Personal haben. Ich glaube, dass wir mit diesen Schutzmaßnahmen, die wir durch die Hygiene eingeführt haben, und das wäre so ein bisschen das Plädoyer, geben Sie die Möglichkeit, das zu regulieren, die Testprinzipien, die Freigaben, wann wieder jemand arbeiten kann, geben Sie das in die Strukturen in den Krankenhäusern, wie es eigentlich auch vorgesehen ist, um dort vernünftige Konzepte auszuarbeiten. Und ich glaube, dann würden wir für SARS-CoV-2 eine Sonderstellung in Isolationspflicht nicht mehr benötigen. Das wäre mein Dafürhalten. Und um das Ganze nochmal vielleicht ein bisschen plakativer zu gestalten, Wieso würden wir dann, wenn wir was schwere Grad und auch Mortalität möglicherweise die ähnlichen Zahlen im Winter zu erwarten haben, warum würden wir das Gleiche dann nicht auch für Influencer zum Beispiel fordern? Dann würde bedeuten, dass wir auch hier ein Screening haben müssten, dass wir auch hier Personen rausscreenen und dann sagen, ihr dürft nicht zur Arbeit kommen. Ich glaube, das würde man machen können, wenn man dafür die Strukturen in Krankenhäusern komplett geändert hätte im Vorfeld. Wir sind auch mit gleichem Personal, mit gleichen Isoliermöglichkeiten unterwegs wie vor der Pandemie. Das heißt, es kann nur zulasten der Patienten, in der Patientenversorgung gehen. Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Deswegen müssen wir da verantwortungsvolle Regeln treffen. Und das bedeutet, dass die Symptomatik auch für Mitarbeiter in den Krankenhäusern im Vordergrund steht. Und das sollte man sicherlich auch ein bisschen höher hängen und sagen, jemand mit einer milden Symptomatik bleibt einen Tag zu Hause, aber ist wieder arbeitsfähig mit FFP2-Maske und oder Mund-Nasen-Schutz, je nachdem, in welchem Bereich er arbeitet. Aber genau das sehen die Hygienepläne eigentlich vor. Deshalb vielleicht nur in Ergänzung zu dem, was gerade gesagt ist, weiter nochmal eine Aufweitung der Thematik weg von SARS-CoV-2, auch in der öffentlichen Berichterstattung. Das ist etwas, was auch in die Medien geht, aus meiner Meinung heraus, weil ich einfach finde, dass wir im Moment mit dieser Fokussierung die eigentlich drängenden Probleme, die wir haben in Krankenhäusern mit der Zunahme von insgesamt Atemwegsinfektionen nicht ausreichend im Fokus haben. Und es ist damit der Schutz, den wir eigentlich uns alle wünschen, in die falsche Richtung geht. Ich glaube, wir haben eine sehr hohe Bewusstseinslage, gerade auch in Schleswig-Holstein, dafür, was die Impfung angeht. Ich kriege viele Rückfragen nach wie vor von Leuten, die zweiten, dritten Booster, da gehen viele Leute sehr verantwortungsvoll damit um. Plus der Tatsache, dass wir eine hohe, das muss man einfach so sagen, durch Seuchung, durch Omikron im Sommer mutmaßlich hatten. Ich finde es auch sehr beruhigend, möchte ich auch nochmal ganz kurz hinzufügen, dass jetzt auch endlich Daten dazu da sind, zum Beitrag, wie Kinder in Kindertagesstätten und auch Schulen zum Infektionsgeschehen beigetragen haben. Auch das könnte zur Beruhigung der Diskussion beitragen. Nicht jedes schnupfende Kind ist ein Problem, sondern ist einfach was, was wir akzeptieren müssen im Winter. Und das sollte dazu führen, dass wir da jetzt auch keine überbordenden Isolierpflichten mehr für diese Personen haben, weil sie das, was sie initial mal eigentlich bezweckt haben, dieses Containment, das haben wir lange verlassen. Und deswegen ist es eigentlich nur noch, wie Herr Streeck richtig sagte, so ein bisschen die Verantwortung jedes Einzelnen, fühle ich mich jetzt verpflichtet, mich testen zu lassen und gehe in Isolation und tue ich es nicht. Und damit ist diese Regel eigentlich wieder sinnlich aus meiner Sicht. Ich glaube, wir sollten noch Zeit zur Diskussion haben. Deswegen würde ich das jetzt in diesem Moment auch kürzer fassen. Ich glaube, alle anderen Argumente sind ausführlich schon adressiert worden. Vielen Dank. Auch wir sagen vielen Dank, Herr Prof. Dr. Jan Rupp. Auch ein Klopfen ist zu vernehmen. Ich weiß nicht, ob das auch übertragen wird. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Und jetzt genau, wir wollen ja auch Fragen stellen. Und ich mache einen Vorschlag zur Fragerunde, zur Worterteilung. Es ist vorgeschlagen, nach Fraktionsstärke zu fragen. Also das heißt, es beginnt die CDU, danach Bündnis 90 die Grünen, dann die SPD, als viertes die FDP und als fünftes der SSW. Gibt es da andere Vorschläge? Abgeordneter Dr. Garg? Nee, das war dann nicht. Gut, und dann bitte ich auch die Fragenden, die Frage zu stellen, an wen die Frage denn gerichtet ist. Und ich mache den Vorschlag, dass wir auch erst einmal die Fragen der Parteien dann sammeln, sodass die dann gemeinschaftlich beantwortet werden können von den Experten. Ist das so in Ordnung? Dann würde ich sagen, beginnen wir mit der Fragezeit oder mit den Fragen. Genau, und ich sehe schon eine Frage von Hauke Hansen, Abgeordneter der CDU, und er begibt sich an ein Saalmikrofon, so wie ich es vorhin gesagt habe. Herr Hansen, Sie haben das Wort. Ja, zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die wirklich fundierten Aussagen, die Sie heute Morgen uns schon gegeben haben. Uns interessiert insbesondere, was aus Ihrer Sicht zum Schutz von besonders vulnerablen Gruppen aktuell erforderlich ist. Herr Hansen, würden Sie denn noch mal sagen, ist das an alle gerichtet? Okay. Dann beginnen und als zweites Bündnis 90 die Grünen, Jasper Balke, der Abgeordnete, hat das Wort. Ja, auch ich bedanke mich sehr herzlich für die Eingangsvorträge. Meine Frage geht auch so ein bisschen in die Richtung, die gerade der Kollege Hauke Hansen gestellt hatte. Wir hatten gerade gesagt, Mitigierung statt Containment. Ich möchte das gerne noch mal ein bisschen spezifischer von Ihnen gerne hören in Bezug auf den Punkt Long-Covid. Herr Dr. Fikenscher hatte schon gesagt, es gibt da Handlungsbedarf. Würden Sie den noch einmal ausführen? Und wenn ich darf, würde ich das jetzt auch noch mal ein bisschen zuspitzen. Denn wenn man sich mal auf der Seite des RKI die Infos zum Thema Long-Covid anschaut, dann ist da tatsächlich geschrieben, dass der einzige Schutz vor Long-Covid aktuell, das sich nicht infizieren mit SARS-CoV-2 ist. Also es gibt keinen anderen Schutz. Und vor dem Hintergrund eben die zugespitzte Frage, müssen wir dann nicht eigentlich Reinfektionen verhindern, wenn wir sagen, wir wollen die Bevölkerung vor Long-Covid schützen? Dankeschön. Auch vielen Dank. Dann für die SPD hat das Wort die Abgeordnete Birte Pauls. Auch ich darf mich im Namen der SPD-Fraktion herzlich für die Erläuterung bedanken. Mir stellt sich tatsächlich immer noch die Frage, das ist bei allen dreien jetzt von allen dreien gesagt worden, dass wir natürlich die kritische Infrastruktur schützen müssen. Also das heißt Personalmangel im Krankenhaus, der ja auch ohne Covid vorhanden ist, tatsächlich an dieser Stelle aber jetzt noch mal. besonders darauf achten müssen, dass es da nicht zu einer zusätzlichen Personalverdünnung kommt. Wo ist denn da Ihre Grenze? Also wann würden Sie denn sagen, jetzt müssen wir aber dann doch reagieren, um da ganz genau die Versorgung der Menschen in Krankenhäusern oder aber auch in Pflegeheimen sicherzustellen? Denn ich glaube, das ist ein tatsächliches Problem, wenn Menschen, die infiziert sind, in Kliniken arbeiten. Das hörten wir ja schon auch am Anfang der Pandemie, dass es diese Tunnelisolierung gegeben hat. Ich halte das für nicht richtig. Und trotzdem braucht es ja aber an dieser Stelle irgendwelche Grenzen, irgendwelche Kennzahlen, irgendwelche, ja irgendetwas, um zu sagen, jetzt müssten wir noch mal einschreiten. Wie würde das dann aussehen? Herzlichen Dank. Und das Wort hat nun der Abgeordnete Dr. Heiner Gag. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei allen dreien bedanken und einmal mit einer Frage an alle drei loslegen. Das ist nämlich die Frage, warum wir es in Deutschland nicht schaffen, wie in anderen Ländern, zwar nicht nur in Europa, sondern ja auch inzwischen in den USA, SARS-CoV-2, beispielsweise wie das Influenza-Virus zu behandeln, gesellschaftlich damit umzugehen. Stattdessen haben wir von höchster Ebene, also leider auch aus der Bundesregierung, nach wie vor den Eindruck, als sei das was ganz Besonderes und auch was ganz besonders Gefährliches. Und wenn ich Wortkreation wie Höllenhund höre, mit der dann sozusagen auf Herbst und Winter eingestimmt wird, macht mir das Angst und Bange, dass der von allen drei Experten abgelehnte, oder die von allen drei Experten abgelehnte Isolationspflicht in dem jetzigen Stadion tatsächlich, dass wir das schaffen, in den nächsten Wochen hier rauszukommen. Das wäre die Frage tatsächlich, weil Sie sich ja auch international austauschen, warum gelingt uns in Deutschland etwas nicht, wo ja das ein oder andere im Pandemie-Management ganz gut gewesen ist, was international, wenn man jetzt mal von China absieht, Standard wird. Und zweitens die Frage an Herrn Professor Fikentscher. Ich teile alles, was Sie gesagt haben. Ich bin an einer Stelle etwas unruhig geworden, als Sie nämlich die Frage des politischen Einflusses auf die STIKO genannt haben. Sie wissen, dass ich mein Battle mit Mertens immer wieder hatte. Und das war ja nun im Zuge von AstraZeneca auch nicht immer nur glorreich, was da kommuniziert wurde. Aber ich gebe Ihnen recht, politischen Einfluss auf die STIKO sollte es nicht geben. Aber ich stelle schon den eklatanten Unterschied zwischen den CDC-Empfehlungen im Hinblick auf die verfügbaren und zugelassenen Impfstoffe. Und die von der FDA zugelassenen Impfstoffe sind ja keine anderen als die von der EMA zugelassenen Impfstoffe. Und da empfiehlt die CDC ja ein ganz anderes Impfschema als hier die STIKO. Und das Problem ist, dass es natürlich eine ganze Reihe von Ärztinnen und Ärzten, gerade im niedergelassenen Bereich gibt, die nicht die Diskussion mit den Patientinnen und Patienten suchen, sondern die ganz klar sagen, wir impfen nach STIKO-Empfehlungen. Und das ist es. Und ich glaube einfach, ich habe auch gelesen, Herr Professor Streeck impft sich oder gönnt sich keinen dritten oder vierten Booster. Herr Streeck, ich weiß nicht, ob es der dritte oder vierte war. Ich habe mir einen fünften gegönnt. Aber das sollte wirklich jeder in dieser Situation selber entscheiden können. Und da finde ich schon, dass die STIKO, oder ich hätte es gerne, dass die STIKO sich ab und zu auch mal über den Teich bemüht und guckt, wie die Kolleginnen und Kollegen der CDC umgehen. Und eine letzte Frage nochmal an alle. Ich halte nicht nur die FFP2-Maskenpflicht in den Altenpflegeeinrichtungen für eine absolute Zumutung in den Gemeinschaftsräumen. Ich finde die FFP2-Maskenpflicht jenseits der Klinik und jenseits von Menschen, die professionell mit einer FFP2-Maske umgehen, unsinnig. Wenn man mit Mund-Nasen-Schützen arbeiten möchte, dann finde ich, ist für die Allgemeinbevölkerung der sogenannte, also der medizinische Mund-Nasen-Schutz nicht die selbstgenähten Dinger aus dem März 2020 vorzugswürdiger. Und deswegen bin ich sehr wohl der Meinung, dass hier auch nochmal auf Bundesebene dringend nachgebessert werden müsste. Da würde mich auch nochmal die Einschätzung von allen dreien in der Differenzierung FFP2 und MNS interessieren. Dankeschön, Herr Dr. Garg. Und als letztes in dieser Runde gibt es eine Frage von Christian Dirschauer vom SSW. Ja, schönen guten Morgen von mir auch mal ein ganz herzliches Dankeschön einleiten für die Beiträge. Eine Menge wurde schon abgeräumt. Nichtsdestotrotz habe ich noch die eine oder andere Frage, die ich ergänzen möchte. Vielleicht an alle drei. Wird mir aber auch reichen, wenn sich einer berufen fühlt, sozusagen sie zu beantworten. Wissen wir eigentlich noch, wo man sich heute infiziert? Gibt es noch ganz bestimmte Infektionstreiber? Gibt es eine Antwort darauf? Herr Fikenscher, Sie haben an der Stelle auch den ÖPNV nochmal benannt. Der interessiert mich im Besonderen, weil ich, wenn wir dann an die Maskenpflicht denken, dort natürlich auch die Kinder sehe. Wenn wir sicherlich auch nochmal in der späteren Runde um Herrn Dr. Van Heeg auch nochmal eruieren, Thema Maskenpflicht und Kinder. Gibt es da Erkenntnisse? Wo sind eigentlich die Infektionstreiber, wenn man das überhaupt noch so nennen kann in dieser Phase? Dann haben Sie ja völlig zu Recht die sehr geringe Sterberate angesprochen, Herr Dr. Fikenscher. Können Sie das nochmal ins Verhältnis setzen vielleicht zu Grippeinfektionen und anderen Atemwegserkrankungen? Also wie verhält es sich da? Einfach, dass wir mal so ein kleines Bild haben, mit dem wir auch vergleichen können. Ja und dann haben Sie auch Dänemark tatsächlich benannt. Freut mich natürlich immer als SSW-Vertreter. Das ist klar, ich denke aber auch tatsächlich, Dänemark ist da einen völlig richtigen Weg gegangen. Und Dänemark hat alle Maßnahmen bereits im Februar, Anfang Februar fallen lassen. Und tatsächlich ist es da jetzt nicht irgendwie zur Katastrophe gekommen. Vielleicht auch nochmal an alle die Frage, je nachdem, wie Sie sich mit Dänemark beschäftigt haben, was ist aus Ihrer Sicht denn dort besonders gut gelaufen im Rahmen dieser Pandemie, im Rahmen des Pandemie-Managements? Vielen Dank. Ja, auch vielen Dank an Herrn Dürschauer. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt zur Antwortrunde kommen und in gleicher Reihenfolge wie bei den Vorträgen verfahren. Da bitte ich dann Herrn Prof. Dr. Fikenscher um seine Antworten und darum, etwas lauter zu sprechen oder dichter ans Mikrofon zu gehen. Wir haben nur die Rückmeldung, dass es schwer zu verstehen ist. Und da wollen wir ja gucken, was wir dagegen tun können. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Dann versuche ich mal kurz auf die Fragen einzugehen. Zuerst ging es ja um den Schutz vulnerabler Gruppen. In Krankenhäusern halte ich das für sehr unproblematisch. Dort gibt es das Hygienepersonal. Dort gibt es viel Erfahrung mit analogen Fragestellungen. Und deshalb die Autonomie der Krankenhäuser. Wir brauchen da keine zusätzlichen staatlichen Regelungen. Außerdem haben wir eine Kommission in Deutschland namens Kringko, die im Rahmen der Pandemie eigentlich völlig vergessen worden ist. Das ist Aufgabe der Kringko. Und die Kringko hat sich dazu auch kürzlich sehr deutlich positioniert, ist im epidemiologischen Billetar veröffentlicht worden. Es lohnt sich, diesen Text zu lesen. In Altersheimen hat sich die Situation auch sehr drastisch gebessert. In vielen Altersheimen ist die entsprechende Hygienekompetenz intern mittlerweile sehr gut entwickelt. Und dort, wo es noch Klärungsbedarfe gibt, stehen die Gesundheitsämter auch gerne zur Verfügung, da zu unterstützen, sodass ich das auch im Allgemeinen für gut lösbar halte. Natürlich gibt es immer wieder mal bedrohliche Situationen mit Ausbrüchen in Altersheimen. Das lässt sich insofern nicht vermeiden, weil man bloß nicht in Altersheimen beginnen sollte, Leute einzuschließen. Und insofern wird man damit leben müssen. Aber wenn es eben zu Ausbrüchen kommt, muss man auch adäquat reagieren. Und die Gesundheitsämter berichten überwiegend, dass es eher um dann Situationen mit dem Virus und eher nicht an dem Virus sich handelt. Das bedeutet aber natürlich auch, dass höchstbetagte Personen, die schon sehr viele andere schwierige medizinische Bedingungen haben, dann möglicherweise an dieser Kleinigkeit versterben. Das ist aber auch bei Grippe, bei vielen anderen Erkrankungsmöglichkeiten auch nicht anders. Die Personen, die zu Hause leben und wissen, dass sie gefährdet sind, sind zumindest nach meinem Eindruck mit der Nutzung der Masken sehr, sehr gut vertraut. Und insofern ist da zumindest ein wichtiger Schritt gut bearbeitet. Durch Vorschriften kann ich mir aber auch keine echte Verbesserung vorstellen. Zu Long-Covid wissen wir tatsächlich noch sehr wenig. Das kann man nicht durch einen einfachen Labortest feststellen. Die Unterscheidung von anderen Erschöpfungssyndromen muss man noch deutlich verbessern, wenn es denn überhaupt unterscheidbar sein wird. Auch das ist insgesamt noch unklar. Es gibt aber sehr nützliche Dokumente dazu. Es gibt auch eine entsprechende klinische Leitlinie zu Long-Covid, wo auch sehr, sehr viele nützliche Informationen drinstehen und die auch in der Ärzteschaft große Berücksichtigung finden. Beim Personal im Krankenhaus sehe ich gar keine Problematik. Wir haben die Regelungen der Krankenhaushygiene in den Krankenhäusern. Die können Regeln auch für das Personal festlegen. Also ich sehe keinen Bedarf für zentrale Vorschriften in diesem Zusammenhang. Da sind eben auch die Krinko-Empfehlungen zur Krankenhaushygiene sehr gut ausdifferenziert. Hier sind wir gut versorgt. Und das kann dann eben auch dazu führen, dass individuell in Krankenhäusern Regelungen getroffen werden müssen. Und sicherlich muss meinetwegen eine Hämato-Onkologie anders betrachtet werden als eine Geriatrie und anders als eine Unfallchirurgie, wo hauptsächlich meinetwegen Sportverletzungen behandelt werden. Die Rolle der STIKO. Ich bin mir sehr sicher, dass da sehr aufmerksam die internationale Datenlage beobachtet wird, aber eben dann im deutschen Kontext eben auch interpretiert wird. und maximal Forderungen in öffentlichen Empfehlungen sind meiner Ansicht nach irgendwo der falsche Platz. Umgekehrt ist es eigentlich eher wichtig, das öffentlich zu empfehlen, was wirklich der Kern der Aussagen ist. Und das klappt meiner Ansicht nach bei der STIKO sehr, sehr gut. Natürlich hätte man sich öfter gewünscht, dass es schneller geschieht, aber häufig war die Datenlage in solchen Situationen eben noch sehr dünn. Und dann war es in vielen Fällen eben ein, zwei Wochen später doch erfreulich, dass man dann schon entsprechende auch wissenschaftliche Basis dafür hatte. Die Verwendung von FFP-Masken in der Öffentlichkeit halte ich auch für völlig übertrieben. FFP-Masken haben ihre Domäne eigentlich im Arbeitsschutz, zum Beispiel bei medizinischem Personal, dass Covid oder Grippe oder tuberkulose kranke Personen versorgen muss. Das ist auch etabliert und hat sicher durch die Pandemie auch weitere Einübungen erfahren. Aber für die Allgemeinheit ist FFP zwei oder drei sicher ein Stück zu hoch gegriffen. Und mit dem medizinischen Mund-Nasen-Schutz gibt es zumindest sehr viel Erfahrung, dass das auch sehr gut ausreicht. Es hängt letztendlich ja daran, wie gut die Maske getragen wird. Und eine noch so gute Maske, die man sich ums linke Ohr wickelt, hilft halt nicht. Und auch als Kinn-Schutz ist sie nur suboptimal geeignet. Der Infektionstreiber aktuell, den kann man, glaube ich, nicht so konkret festmachen. Wir wissen, dass viele Gelegenheiten im öffentlichen Leben dazu geeignet sind. Wir haben auch viel Erfahrung in Schleswig-Holstein mit Diskotheken gesammelt. Das ist auch ein sehr guter Platz. Trotzdem ist es heutzutage nicht mehr adäquat, hier irgendwelche Einrichtungen zu schließen. Und mit diesem Restrisiko kann man leben. Es ist ja auch niemand gezwungen, in die Diskothek zu gehen. Und entsprechend muss man das auch sehr entspannt sehen. Und in Dänemark ohne entsprechende weitere Regeln und in vielen anderen Ländern ohne entsprechende weitere Regeln gibt es genug Erfahrung, um hier eben auch nicht realistische, dirigistische Situationen aufzuheben. Zum Beispiel eben die Absonderungsregeln des Bundes, die ja nicht vom Robert-Koch-Institut erdichtet worden sind, sondern vom Bund festgelegt worden sind. Und das RKI hatte die Verpflichtung, das zu veröffentlichen. Entsprechend wird jetzt meistens das RKI geschimpft. Das ist nach meinem Kenntnisstand nicht adäquat. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor. Dann kommen wir zu Herrn Prof. Dr. Streeck mit Ihren Ausführungen. Und ich bitte auch so ein bisschen, die Zeit im Auge zu behalten. Das als kleiner Beisatz. Herr Streeck, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Das fällt mir auch leicht, jetzt kurz zu sein, weil Herr Fickenscher eigentlich viele Sachen gesagt hätte, die ich auch sagen gesagt hätte. Zum Schutz der vulnerablen Gruppen würde ich nur noch mal hervorheben, wirklich die außerordentliche Bedeutung der Krankenhaus, der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention. Das ist die KRIENKO. Es gibt einen Facharzt, der sich nur damit beschäftigt, wie man Infektionen im Krankenhaus und ähnlichen Einrichtungen vermeidet. Und das sind die Hygieniker. Und die haben sich da wirklich sehr gute Stellungnahme zu gemacht. Und es lohnt sich, diese Stellungnahme durchzulesen, die eben Herr Fickenscher schon erwähnt hat. Da steht nämlich auch drin, um das auch deutlich zu machen, dass das Massentesten oder das regelmäßige Testen in den Krankenhäusern nicht zielführend ist und es keinen Beweis dafür gibt, dass dieses Testen auch wirklich zur Kontrolle des Infektionsgeschehens im Krankenhaus führt. Daher wollte ich das auch noch mal von meiner Seite klarstellen. Wenn ich über Isolation von Personen rede, die im Krankenhaus arbeiten, dann wirklich nur die, die symptomatisch sind und positiv getestet sind. Und dann kann man über eine Vereinfachung nachdenken von 5 plus 2 Regeln, wie ich das vorhin deutlich gemacht habe. Also mitnichten sehe ich es als sinnvoll an, dass wir im Krankenhaus dauerhaft testen. Das führt eher zur Personalproblematik, wie Herr Rupp das vorhin sehr schön dargestellt hat. Ich schließe daran gleich die Frage an zur FFP2-Maske von Herrn Gark. Ich bin da vollkommen der Meinung von Herrn Fickenscher und auch, was Sie da deutlich gemacht haben. Auch die Kringko hat sich dazu eine Stellungnahme, ihre Stellungnahme geäußert, nämlich dass für das Krankenhaus, also man muss sich überlegen, sogar für das Krankenhaus ist keine Evidenz gibt, dass ein generelles Tragen von FFP2-Masken sinnvoll ist. Das ist, Sie haben sich nicht zur Allgemeinbevölkerung geäußert oder in ÖPNV, aber es ist deutlich, dass auch für den ÖPNV eine FFP2-Maske oder eine Maskenpflicht nicht unbedingt notwendig ist. Zu Long Covid, auch da stimme ich mit Herrn Fickenscher überein, ist, wir brauchen erheblichen Forschungsbedarf und wir müssen in eine komplizierte Diskussion da reingehen. Denn wir haben hier eine Mixtur von Symptomatiken, die in meinen Augen nicht zusammengehören. Wir haben auf der einen Seite die wenigen, die wirklich einen Schaden haben, organischen Schaden von Corona, nämlich auch neurologische Schäden oder Lungenschäden von der Beatmung. Das wird aber durchmengt im Moment durch Erschöpfungssyndrome, durch auch aller möglichen Ursachen, wie wir das zum Beispiel früher als Burnout kannten. Die Psychosomatiker ärgern sich im Moment, dass sie als einzige Diagnose im Moment nur noch Long Covid haben. Es gibt keinen Burnout mehr. Es gibt keine anderen Erkrankungen mehr. Das ist alles Long Covid geworden. Also hier ist enorm wichtig, dass wir anfangen zu differenzieren, aber auch diese Angst vor Long Covid abbauen. Denn die, wo man wirklich reine organische Schäden nachweisen kann, also die auch wirklich Funktionseinbüßen haben, das will ich damit nicht rein kleinreden, die sind im Verhältnis zu denen, die sagen, dass sie Long Covid haben, relativ gering. Nein, zusätzlich muss man auch sagen, dass in Deutschland die Psychosomatik immer so klein geredet wird und das wäre nichts Schlimmes. Psychosomatik hat einen sehr hohen Stellenwert und die sind ernsthaft krank. Das ist aber nicht, dass sie verrückt sind, sondern da muss wirklich eine Behandlung stattfinden. Und das wird in Deutschland immer so abgetan. Aber das ist mitnichten so, dass das eine eingebildete Erkrankung oder sowas ist. Also vielleicht bin ich da auch so deutlich, weil ich aus dem Psychosomatika-Haushalt komme. Meine Eltern sind beide Psychosomatiker. Wann müssen wir reagieren, um eine Versorgung wieder sicherzustellen? Auch da würde ich Herrn Fickenscher zustimmen. Das müssen wir in die Hand des ÖGDs geben oder den jeweiligen Einrichtungen. Das mag vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Warum schaffen, die schwierige Frage von Herrn Gark, warum schaffen wir es nicht, SARS-CoV-2 anders zu behandeln als in den anderen Ländern, europäischen Ländern oder weltweit um uns herum? Ja, da kann ich auch nur spekulieren. In Deutschland wird hier schon immer noch so ein bisschen ein Schreckgespenst hochgehalten auf verschiedene Arten. Jetzt haben wir das neue Schreckgespenst, dass wir eigentlich alte Probleme aus dem Krankenhaus oder aus dem Gesundheitswesen, die schon lange bekannt sind wie Pflegemangel, Personalmangel, jetzt durch die Pandemie kanalisiert haben. Wir haben einmal das Brennglas draufgelegt, zum anderen haben sich die Probleme verstärkt. Dazu gehören aber alte Probleme wie demografischer Wandel. Dazu gehören Probleme wie mangelnde Pflegepersonal und jetzt zusätzliche Erschöpfungszustände beim Personal. Das wird jetzt hochgehalten als neues Problem unter Corona, aber es hat eigentlich nichts mehr mit Corona zu tun. Es ist ein Problem des Gesundheitswesens und da muss man anfassen. Stiko hat auch Herr Fickenscher bereits gesagt, wo man sich infiziert, können wir nicht genau sagen. Mehr am Anfang der Pandemie waren 70 Prozent der Infektionen in Privathaushalten. Es gibt keinen Grund der Annahme, dass sich das in irgendeiner Weise geändert haben sollte. Damit belasse ich es einmal und gebe gerne zurück. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Streeck, Herr Professor Streeck. Und der letzte in der Runde mit der Antwort ist Prof. Dr. Rupp. Bitte. Ich mache es wieder kurz. Ich stimme meinen Vorrednern zu und würde auch sagen, FFP2 im öffentlichen Raum hat nichts zu suchen. Ein Punkt vielleicht noch, weil das gerade auch mal vom SSW angesprochen wurde. Warum kriegen wir es in Deutschland auch nicht besser hin? Ich glaube, ich bin Teil der Grinko. Frau Macitsch war das auch lange Zeit. Wir haben uns sehr schwer getan, diese Empfehlung zu schreiben. Nicht, weil wir nicht inhaltlich davon überzeugt sind, sollen wir eigentlich im Nachgang das geschrieben haben zu einer Thematik, die wir schon im Sommer hätten, eigentlich per Auftrag bearbeiten sollen. Den Auftrag haben wir aber nie gekriegt in der Grinko. Deswegen kam es zu dieser Stellungnahme, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt einmal dazu Stellung nehmen, weil fachlich wir einfach nicht damit übereinstimmen, was im Infektionsschutzgesetz drinsteht. Und ich glaube, das ist in anderen Ländern anders gelaufen, dass man Kommissionen vorher gefragt hat, bevor man solche Gesetze geschrieben hat. Das ist eine Kritik von mir an der Politik, dass ich glaube, dass wir häufig, Herr Strick, das bestätigt Herr Fickinger, zu Thematiken befragt wurden in der Öffentlichkeit, die wir vorher so wahrscheinlich nicht so entschieden hätten, wenn wir dann als Experten so gehört worden wären. Und ich glaube, da hat sich schon was für Selbstständige in den zweieinhalb Jahren. Und noch ein Punkt, ich merke auch jetzt wieder in der Diskussion, wir versuchen immer noch mit diesem, die Politik schützt die Bevölkerung vor Long-Covid. Das an sich ist ein Grundgedanke, der nicht funktionieren wird. Ich muss für mich selber entscheiden, welches Risiko gehe ich ein? Das tue ich bei einer Vielzahl von möglichen Erkrankungen. Und das tue ich eben auch bei der Frage, wie viel arbeite ich am Tag? Welche Infektionsquellen setze ich mich aus? Sehe ich meine Kinder als Risiko oder nicht? Ich will es mal ein bisschen überpointieren. Das Leben ist ein Risiko und dazu gehört auch die Infektion mit Covid. Und dazu gehören aber auch die Infektionen, die jetzt wieder kommen. Also eine Norovirus-Infektion für einen älteren Menschen ist auch keine Banalität. Und ich glaube, auch da müssen wir eine neue Offenheit haben. Die Risiken, die wir einfach haben, auch in der Versorgung von Patienten, die geht sehr stark jetzt in einen Bereich, wo ich sage, das Hauptproblem ist nicht mehr Covid, sondern eine Unterversorgung anderer Bereiche. Und das ist genauso eine Problematik, auf die man hinweisen muss. Weil wenn wir Patienten haben mit Schlaganfällen, Herzinfarkten, die aufgrund der mangelnden Kapazitäten Leute, die an sich gar keine Problematik mit Covid haben, in Isolierbetten zu bringen, dann tun wir was richtig falsch in der Medizin. Und deswegen müssen wir das auch ganz klar benennen. Und es geht nicht darum, das Problem, um Long-Covid kleinzureden, sondern es geht darum, das Problem asymptomatischer SARS-CoV-2 positiver Patienten richtig einzustufen in den Kontext all derer, die mit Infektionen ins Krankenhaus kommen. Und da sind wir eigentlich gut ausgerüstet, so wie wir es auch gerade schon besprochen haben. Das heißt, gerade da werden vulnerable Gruppen sehr, sehr gut geschützt mit den jeweiligen, ich würde sogar sagen, besser denn je, weil wir vor Covid ja niemals daran gedacht hätten, dass wir alle mit Maske in den Wintermonaten Patienten versorgen. Deshalb, glaube ich, sollte man sich jetzt auch wieder darauf zurückbesinnen und sagen, es ist eine Infektion von anderen. Es ist aber auch vor allem eine Gesamtaufgabe für ein Krankenhaus, mit dieser Infektion auch andere Patienten versorgen zu können. Und bei all dem, was wir gerade gesagt haben, ist das, glaube ich, jetzt klar geworden. Das ist der Fokus, wie wir uns wünschen, wie wir durch den Winter gehen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Rupp. Ich bin on air, ja. Ich würde gerne nochmal den Blick auf die Uhr lenken. Wir haben die Zeit schon ein bisschen überzogen und deswegen, wenn es keine wirklich dringenden Fragen mehr geben sollte, würde ich gerne die nächsten Expertinnen und Experten zu Wort kommen lassen. Ich sehe, da erhebt sich kein Widerstand und dann können wir auch dazu kommen, nämlich zum zweiten Block der medizinischen Expertinnen und Experten. Und wir haben in der Leitung Frau Dr. Prof. Dr. Kamilla Jauch-Chiara, die Klinikdirektorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und die Klinikdirektorin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie. Und als zweiten Prof. Dr. Klaus Rabe von der Lungenklinik Großhansdorf, der ist uns auch virtuell dazu geschaltet. Und als drittes Dr. Ralf van Heeg, den habe ich ja schon gesehen. Herzlich willkommen, Landesverbandsvorsitzender vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte und Ärztinnen in Schleswig-Holstein. Und Sie haben uns auch eine Präsentation mitgebracht. Aber zunächst einmal erteile ich das Wort an Prof. Dr. Kamilla Jauch-Chiara. Sie haben das Wort, Frau Prof. Erstmal vielen Dank. Guten Morgen und herzlichen Dank nochmal für die Einladung zu der heutigen Sitzung. Ich möchte Ihren Blickwinkel so ein bisschen in Richtung folgende Corona-Pandemie für die psychische Gesundheit nicht nur schärfen, sondern auf bestimmte, damit einhergehende Problematik hinwenden. Wir haben im Rahmen der Corona-Pandemie eine extreme Zunahme an stressassoziierten Erkrankungen festgestellt. Das betrifft sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder und Jugendlichen. Die Frage ist also, woher kommt diese Zunahme? Und die Antwort wäre zu Anfang sehr einfach. Wir haben eine Stresssituation, mit der die Menschen in dieser Form noch nie konfrontiert waren, in der sie Kontrollverlust erlebt haben. Und diese Stresssituation hat dazu beigetragen, dass die Bewältigungsstrategie, die jedem Einzelnen von uns zur Verfügung gestanden haben, nicht mehr ausgereicht haben, um in Entspannung zu kommen. Zu Anfang der Corona-Pandemie standen da sicher die Unklarheit, was kommt auf mich zu, wenn ich an Corona erkranke, wenn ich eine SARS-CoV-2-Infektion habe. Dann die Folgen des Lockdowns mit der Einsamkeit, mit der fehlenden Möglichkeit, soziale Kontakte aufrecht zu erhalten, mit Aufgabe von Hobbys, Interessen, sportlichen Tätigkeiten. Das hat sich, nachdem wir entschieden haben, dass die Lockdowns nicht nur nicht mehr ausreichend wirken, wenn wir zunehmend wissen, wie wir uns vor Corona schützen und wenn uns nicht nur die Infektion nicht so viel Angst mehr macht, weil zunehmend Medikamente kommen, weil wir wissen, dass Masken, erst mal auch Mund-Nasen-Schutz, nicht unbedingt die FFP2-Maske, aber den Mund-Nasen-Schutz einen Schutz darstellt. Und weil die Impfungen zur Verfügung gestanden haben, hätten wir rein psychiatrisch erwartet, dass es zu einer gewissen Entspannung kommt. Das war allerdings nicht der Fall. Und die Frage ist, was haben wir verpasst? Festzustellen ist, in den letzten Jahren seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Anzahl der stressassoziierten Erkrankungen, ich spreche hier von Ängsten, von Depressionen, aber auch psychosomatischen Erkrankungen wie dem Burn-out-Syndrom, Magen-Darm-Erkrankungen, Reizdarm-Syndrom, Burn-out, als auch Essstörungen deutlich zugenommen. Und die Zunahme ist tatsächlich gravierend. Es gibt eine neue Publikation aus dem Lancet. Da lässt sich ja tatsächlich dem Ganzen entnehmen, dass wir derzeit 28 Prozent mehr von solchen Erkrankungen zu verzeichnen haben, als vor Beginn der Corona-Pandemie. Die Lösung des Problems muss also sein, Stress bei den Menschen zu reduzieren. Und zu der Stressreduktion können wir tatsächlich alle beitragen. An allerersten Stelle steht, wir müssen von diesem Katastrophenszenario, was wir zu Anfang der Corona-Pandemie skizziert haben, was zu dem Zeitpunkt ja auch zwingend erforderlich gewesen ist und auch in Bezug auf die Maßnahmen sicher zu dem damaligen Zeitpunkt ja auch angebracht war, uns langsam abwenden. Und diese Abkehr ist uns zumindest auf der verbalen Ebene nicht gut gelungen. Und heutzutage wird es tatsächlich durch viele Schlagzeilen, durch viele Äußerungen, der sogenannte Höllenhund wurde bereits erwähnt, wird diese Katastrophisierung nach wie vor aufrechterhalten. Und das bedeutet, dass jeder von uns tatsächlich immer wieder mit einem Schreckensszenario konfrontiert wird. Und die einzige Maßnahme, die da wirken kann, ist, erst mal das ernst zu nehmen und sich so weit wie möglich aus dem sozialen Leben zurückziehen, eventuell auch noch weitere Abschnitte und Abschreibungen im Sinne von Hobbys und Interessen auf sich nehmen, um sich nach Möglichkeit nicht einzustecken. Die Experten in der Runde zuvor haben ausführlich erklärt, wie die Gefährdung aus der heutigen Sicht im Hinblick auf SARS-CoV-2-Infektion zu sehen ist. Und das teile ich ebenfalls. Und ich bin der Meinung, dass wir tatsächlich von der Entkatastrophisierungsphase, die wir jetzt einläuten sollten, sprechen müssen. Wir müssen hin zur Eigenverantwortung. Der Mensch möchte gerne selbstbestimmend leben. Die Selbstbestimmung ist etwas, was uns ja auch vor Stress schützen kann und was dazu beitragen kann, dass die Folgen, zumindest der Corona-Endemie, auf die Psyche der Menschen deutlich reduziert werden. Ich plädiere daher erst mal dafür, auf die Kommunikationsstrategien zu achten, tatsächlich verbale Entschärfung im Hinblick auf die Corona-Endemie hier in Blick zu haben und vor allem auch die äußeren Anzeichen dafür, dass wir in eine andere Gefährdungslage jetzt rankommen, auch in Alltag implementieren. Für mich bedeutet das auch Abkehr von FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden. Da hat es ja wirklich im öffentlichen Leben hat diese FFP2-Maske nicht zu tun. Sie ist aber ein Signal dafür, dass eine maximale Gefährdung nach wie vor vorhanden ist. Sie haben ja auch etwas zu dem Thema Long-Covid gehört. Und da möchte ich Herrn Professor Streeck recht geben. Wir haben bis heute noch nicht im Detail verstanden, wie wir Long-Covid richtig definieren müssen. Ich sehe hinter dem Symptom von Long-Covid sehr viele psychosomatische Erkrankungen, die ich früher als chronische Müdigkeit, als Burn-out-Syndrom, auch als Somatisierungsstörung bezeichnet hätte. Wenn das allerdings Patienten betrifft, die ursprünglich eine SARS-CoV-2-Infektion beziehungsweise auch durchgemacht haben oder an Covid schwerer erkrankt waren, sprechen wir automatisch von Long-Covid. Hier brauchen wir langfristig bessere Differenzierungsmöglichkeiten. Und was wir vor allem brauchen, ist Rückkehr in die Normalität. Sowohl für die erwachsenen Menschen als auch für die Kinder und Jugendlichen, weil auch bei Kindern und Jugendlichen die Belastung stark zugenommen hat. Und vor allem lässt sich das ja daran erkennen, dass die Anzahl von suizidalen Handlungen im letzten Jahr deutlich zugenommen hat. Wir haben eine Verdreifachung der Suizidversuche bei Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Corona-Pandemie. Und zwar nicht nur während der Lockdown, sondern auch in der Zeit danach. Da sehen Sie einfach, wie stark der Einfluss von äußeren Stressreaktionen und Stresssituationen auf den jeweiligen Menschen, der noch nicht erwachsen ist, tatsächlich ist. Und aus diesem Grund war ich ja auch sehr froh, als wir darüber gesprochen haben, auch Maskenpflicht in den Schulen aufzugeben, weil auch das ist ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung, nämlich den Kindern und Jugendlichen das zu erlauben, was sie zum Erwachsenwerden später benötigen, nämlich zunächst einmal ein Kind oder ein Jugendlicher zu sein, in soziale Kontakte zu treten, Hobbys nachzugehen, kleine Fehler im Alltag zu machen, aus den Fehlern zu lernen und diese Fehler korrigieren. Damit bedanke ich mich erst mal für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich nachher auf Ihre detaillierten Fragen. Vielen Dank. Und auch wir sagen herzlichen Dank, Frau Professor. Dann kommt als nächstes der Professor Dr. Klaus Rabe von der Lungenklinik Großhansdorf. Der ist uns auch virtuell zugeschaltet. Sie haben das Wort, Herr Professor. Liebe Frau Vorsitzende, sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank. Ich werde versuchen, an Betracht der Zeit, dass wir ja diskutieren wollen, mich etwas kurz zu fassen zu den Punkten. Danke jedoch für die Einladung in dieser Runde. Sie sehen das an meiner Arbeitskleidung. Ich fülle in dem Rat so ein bisschen den Krankenhausarzt und den Krankenhausdoktor. Und so haben wir sozusagen die Diskussion auch in den letzten Monaten miteinander geführt. Und irgendwie ist es ja doch eine gewisse Herausforderung zu sehen, dass auch in der ersten Session, ich habe mich dazu geschaltet, habe mir das alles angehört, wir durch eine große Einigkeit gekennzeichnet sind, während wir das Gefühl haben, dass, wenn wir nach außen gucken, die Frage, warum, ja häufig geäußert wurde, zu sagen, warum ist es woanders anders, warum geht es in anderen Ländern vielleicht einfacher in der Regelgebung. Und deshalb gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir haben uns in den letzten zwei Jahren wie die Kieselsteine so lange aneinander gerieben, bis wir so glatt geworden sind, dass wir die gleiche Meinung produziert haben. Oder wir haben tatsächlich irgendwelche prinzipiellen Dinge noch nicht besonders gelöst und adressiert. Und ich möchte dieses in den nächsten sechs Punkten einfach kurz darauf eingehen, auch in Relation dessen, was gesagt worden ist. Frage eins für mich ist tatsächlich, und da sind wir uns alle einig, dass wir die epidemiologische Phase dieses Containments überstanden haben. Da sind wir uns alle einig, von Matschich sehe ich im Plenum, das ist sehr schön, sie zu sehen, weil sie das natürlich auch in Vertretung des Gesundheitsamtes auch immer wieder gesagt hat. Aber dieses scheint meines Erachtens im Bund nicht angekommen. Ich glaube, wir sind uns darüber einig. Wir wollen tatsächlich auch weiter, habe aber das Gefühl, dass die Sprachregelungen und sozusagen das Wording Neudeutsch eben genau diesen Inhalt noch nicht so richtig transportiert, weil ich schon das Gefühl habe, dass häufig Maßregeln im Bund entnommen werden. die Containment geprägt sind. Und da müssen wir, glaube ich, einen Schritt weiter. Die zweite Frage ist, was berechtigt uns und was macht es notwendig, eine Covid-19-Infektion zu verbesondern? Das haben unsere Vorredner auch gesagt. Und da muss man natürlich sagen, aufgrund der jetzigen Situation gibt es dafür eigentlich keinen Grund. Auch da sind wir uns einig. Ich darf es zitieren. Der Spiegel der Krankenhausbelegung in Schleswig-Holstein stand gestern, 24 Stunden alt, auf den Intensivstationen 29. Und worten 29 Patienten mit einer Covid-19-Infektion, die zum größten Teil nicht durch, sondern sozusagen aufgrund einer Anerkrankung mit einer Covid-19-Infektion dort behandelt werden. Und in den Krankenhäusern liegen insgesamt 560 Patienten, zum größten Teil mit einer Covid-Infektion und nicht durch diese. Das heißt, letztendlich im Zusammenhang auch mit niedrigen Inzidenzzahlen, Zitat Fickenscher, wir wissen das, historisch eigentlich niedrig, müsste im Grunde genommen ja alles in Ordnung sein. Warum so besonders? Ich glaube, da muss man in der Diskussion uns, glaube ich, allen zubilligen, es ist neu, es war bedrohlich, es ist emotional besetzt. Und wir müssen jetzt wieder auf eine Rationalität zurückkommen, in das Einordnen zum Thema 1-Containment, auch mental einzuordnen, dass es eine Viruserkrankung ist, die natürlich im Einzelnen einen komplizierten Verlauf hat, viele Leute betrifft, gesellschaftliches Leben beeinträchtigt, aber eben eine von mehreren, die anderen Infektionen sind genannt worden. Punkt 3. Ich komme ja aus, wie Sie sehen, aus dem Krankenhausbereich. Und da ist es natürlich so, dass wir uns klar da reingefügt haben, das ist auch sinnvoll so, dass Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern da wir so handeln, wie wir handeln, so arbeiten, wie wir arbeiten, besondere Restriktionen haben. Ich glaube, das ist jedem klar, der aus unserem Berufswelt kommt. Ich glaube, wir alle in den Krankenhäusern, wenn ich das so sagen darf, sind dem Land Schleswig-Holstein und sozusagen ihrer Regelgebung sehr dankbar gewesen, recht frühzeitig vor dem 1. Oktober, ehrlich gesagt am 13. September, zu sagen, dass wir letztendlich in einer gewissen größeren Eigenverantwortlichkeit entlang unserer Hygiene-Pläne handeln können und dürfen. Ich finde, das war richtig. Es ist auch genannt worden. Und das hat uns in den Krankenhäusern sehr geholfen. Ich glaube allerdings, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen. Und Sie haben das mitbekommen in den letzten Tagen und Wochen. Krankenhäuser in Schleswig-Holstein sind natürlich unter Druck, in ganz vieler Hinsicht. Extrem voller Notaufnahmen, extrem viele andere Infekte, ökonomischen sozusagen Druck und die Frage, elektive Eingriffe nicht durchführen zu können. Sie kennen das alles. Sie wissen das, wie das ist. Da muss man, glaube ich, sagen, für mich als Krankenhausarzt würde ich mir wünschen, dass wir für die Krankenhäuser mit einer größeren Eigenverantwortlichkeit, das ist gesagt, aber eine gewisse Differenzierung vornehmen würden. Ich sehe keinen Grund, warum nicht eine orthopädische Klinik, die Knie- und Sprunggelenke operiert, deren durchschnittliches Patientenalter bei 25 liegt, warum die die gleichen Regeln haben müssen wie eine Kinderonkologie, eine komplexe chirurgische, eine komplexe operative immunologische Klinik. Also diese Differenzierung muss möglich sein, um zu verhindern, dass wir uns tatsächlich in manchen Krankenhausbereichen zu sehr restringieren, zum größeren Ganzen. Aber ich glaube, diese Differenzierung würde ich mir wünschen und die Diskussion würde ich gerne mit Ihnen darüber führen. Viertens, Testregime. Wie sollte man denn nun eigentlich testen? Und da ist es tatsächlich so, dass wir natürlich uns in den Krankenhäusern und in den Pflegeeinrichtungen so als so eine besondere Situation auch empfinden. Also man hat das Gefühl, draußen im echten Leben ist kaum noch was los, aber wir haben ein relativ festes Regelwerk. Und da muss man wirklich sagen, dass mir dort der Blick ins Ausland mir sehr gut gefällt. Ich bin Wahl-Holländer, wie Sie zum Teil vielleicht wissen. Ich weiß sozusagen, wie wir denen das machen. Ich weiß vor allem auch, wie die Holländer das machen. Und da muss man einfach sagen, da gibt es eine klare Regel, aber schon lange. Getestet wird bei jemand, der Symptome hat, der Symptome hat. Und jemand, der möglicherweise aus einem Risikokontaktbereich kommt. Also jemand, der in einer Covid-Infektionsstation arbeitet oder eine unerkannte Infektion gehabt hat und man unsicher ist, na klar muss man ihn testen. Und jemand, der sozusagen symptomatisch ist, der muss auch getestet werden. Übrigens, nachdem er getestet worden ist und letztendlich nicht mehr symptomatisch ist, sind nach fünf Tagen die Frage, die Möglichkeit wieder zurückzukehren und nicht nach zehn Tagen plus. Denn da ist gerade der Punkt, wie man da sinnvollerweise mit umgeht. Und ich glaube, dass wir uns dort auch wünschen würden, dass wir dort ins Gespräch kommen. Ich glaube, es muss allen in diesem Hohen Haus und dem Plenum klar sein, es ist eine Frage der Abwägung. Die Abwägung ist, wie viel Unsicherheit auf der einen Seite gesteht man sich zu im Krankenhaus- und Pflegebereich, einer unerkannten Infektion. Und da sprechen die Daten aus dem Ausland dagegen, zu sagen, dass es ein großes Problem ist, weil mit unerkannten Infektionen läuft man nicht Gefahr, dass es aus dem Ruder läuft. Aber das ist die eine, das eine, unerkannte Infektion. Und die zweite ist Gesundheitsschutz des Mitarbeitens und die Infektionsmöglichkeit. Und diese Abwägung muss man tun. Und diese Abwägung würde ich sozusagen expliziter fassen wollen. Punkt sechs. Punkt fünf. Zum Teil benutzt, ich sage es mal ein bisschen polemisch als Totschlag-Argument, aber leider natürlich auch mit einer Dimension, sind diese Post- und Long-Covid-Zustände. Und ich glaube einfach, dass dort noch einmal zwei Punkte für mich wichtig sind. A, ich bin Mitautor dieser angesprochenen klinischen Leitlinie für Long-Covid. Ich bin auch Mitautor einer Patientenleitlinie für Covid und weiß sozusagen über die breite gesellschaftliche Einbettung aller möglichen medizinischen Bereiche, die da ein hohes Interesse daran haben. Ich bin darüber hinaus jemand, der seit zwei Jahren eine Post-Covid-Ambulanz in dieser Klinik betreibt, weil ich mich bei der KV gemeldet habe, zu sagen, ich möchte das gerne tun, weil ich das für sinnvoll halte. Und da gibt es tatsächlich wirklich den Punkt, dass wir da sehr redlich mit umgehen müssen, weil es natürlich Leute gibt, die unter einem Partik-Syndrom post-viral erkranken. Ich kenne allerdings leider zu viele Menschen, junge, dynamische, leistungsbewusst, leistungsbetonte und gesunde Patienten, die Nebenwirkungen haben. Damit müssen wir umgehen. Und wir müssen dieses thematisieren und müssen sozusagen Zahlen dafür beschreiben. Wir müssen sagen, wie die Verläufe sind, denn in aller, aller Regel, das wissen wir alle in der Klinik, sind diese Zustände nach sechs, sieben Monaten vorbei. Die sechs, sieben Monate sind ausgeworfen, umschön. Es gibt ein paar extreme Fälle sozusagen der Beeinträchtigung, aber das müssen wir adressieren und müssen sagen, dass wir uns das, dass wir darüber im Klaren sind, trotzdem werden wir eine Abdebung treffen müssen. Denn schließend endlich und sechstens geht es darum, dass wir in den Kliniken, und das ist, glaube ich, auch der Sinn der Fragestunde, für die ich nochmal sehr dankbar bin, müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht selber ein Bein stellen über das, was wir in so einem Regelwerk tatsächlich in gutem Wissen und Gewissen verankert haben. Wir haben das Problem zurzeit, dass wir mit historisch niedrigen Inzidenzzahlen, mit geringer Intensivkapazität und geringer Mortalität ein Regelwerk haben, was sozusagen nicht mehr der jetzigen Zeit entspricht. Es ist aus einer vergangenen Zeit entlebt. Und deshalb haben wir sozusagen zwei Probleme. Thema A, wir testen unser Personal zu häufig, meines Erachtens, und wir testen uns krank. Wir haben tatsächlich sozusagen den Anspruch, Containment im Personal zu betreiben. Und das geht eben auch nicht, sodass wir sozusagen zurück müssen auf einen symptomorientierten und sinnvollen Umgang. In Japan ist es jedem klar, jedem Kind klar, dass man mal im Schnupf eine Maske trägt, wenn man in den Kindergarten geht. Das ist etwas, was wir noch lernen müssen vielleicht. Aber anlasslos, in der Breite zu testen, hat das Problem, dass wir tatsächlich wahrscheinlich überreagieren. Zweitens, wir müssen es schaffen, dass wir die Krankenhäuser wieder in einen Normalbetrieb zurückbekommen. Es ist ein ökonomisches, aber auch ein strukturelles Problem untereinander, wie wir mittlerweile Mitarbeiter unserer Krankenhäuser weiter betreiben müssen. Und ich glaube, die Gelegenheit und die Zeit ist da, mit der Einordnung dieser Infektion in einem Normalbereich dort wieder zurückzukommen. Und ich glaube, dass wir eben genau aufpassen, dass wir uns dieses Bein nicht selber stellen. Ich persönlich finde, für mich das geringste Übel ist, dass Masken tragen in der Klinik, dass Masken tragen tatsächlich in Hochrisikobereichen. Das tue ich aber sowieso, wenn ich auf der Onkologie bin, wenn jemand immunsupprimiert ist. Aber ich glaube, dass wir zurückführen müssen, dieses auch medizinisch vernünftige durch Hygienekommission und unsere Gesundheitsämter gut geregelte Vorstellung. Und dass mit diesem Druck und dieser Emotionalität daraus kommt, wir brauchen wieder einen Normalbetrieb, um wieder arbeitsfähig zu sein. Vielen Dank für Ihre nette Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank auch von uns, Herr Rabe, für den Vortrag. Und wir kommen zum dritten Anzuhörenden in diesem Block. Dr. Ralf van Heek, Sie haben das Wort. Ja, guten Morgen. Ich bin nun der Hausarzt hier für Kinder und Jugendliche zwar, aber habe eben doch eine andere Perspektive noch wieder als die Krankenhäuser. Ich möchte gerne anknüpfen an die psychosomatischen Aspekte, die wir schon hatten und möchte zwei neue Begriffe noch hier einführen neben allem, was ich bisher an Gesagtem richtig finde. Das sind nämlich Ethik und Ökologie. Das kann man lesen. Ja, ich wusste nicht, was hier üblich ist, deswegen habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Sie können das nächste Bild zeigen. Ich wollte auch noch anknüpfen an den Begriff Risiko. Wie nehmen wir Risiko wahr? Das sind jetzt mal hier aus unserem eigenen Register die schweren Covid-Fälle. Das heißt, alle, die im Krankenhaus waren, das waren jetzt über die Zeit verteilt, das ist die Graue, das sind 7000 Kinder gewesen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten wegen Covid und die Orangenen unten, das sind die schweren Verläufe, von denen Sie vielleicht gehört haben. Das ist das sogenannte PIMS-Syndrom. Dahinter, hinter dieser ganzen Kurve stehen, je nachdem, welches Register man befragt, zwischen 5 und 20 Todesfällen. Todesfällen, das ist deutschlandweit. Ich sage Ihnen, was das für unsere Erfahrung bedeutet hat. Für unsere Erfahrung bedeuten diese Zahlen, dass die Kliniken, die Krankenhäuser leer waren, dass wir in den Krankenhäusern nichts zu tun hatten und die jährliche Nahbeikatastrophe, die wir in der Versorgung in den Infektionsepidemien haben, nicht stattgefunden hat. Und das hat bedeutet, dass wir in den Praxen nichts zu tun hatten und uns ökonomisch gerettet haben durch die Impfungen, die wir ja massenhaft durchgeführt haben. Vielleicht zeigen Sie noch die nächsten zwei, drei Bilder. Also das ist hier nochmal zum Outcome von Covid, also Todesfälle, da sehen Sie unten in der Legende, verstorben an Covid und verstorben aus einem anderen Grund und palliative Situation aus einer anderen Grunderkrankung. Also wir haben wesentlich gefährlichere Infektionskrankheiten, mit denen wir immer umgehen und Kinder sterben in der Regel auch wenig an Infektionskrankheiten, wenn sie nicht eine andere Grunderkrankung haben. Die meisten sind hier gut davongekommen. Vielleicht noch das nächste Bild. Und dann gehen Sie direkt ein weiter. Das ist jetzt der PIMS-Entlaststatus, auch alles gut geworden. Und hier kommt jetzt was Psychosomatisches rein und was Ethisches und auch was Sozialpolitisches, worauf wir unbedingt gucken sollten. Sie sehen hier kurz zusammengefasst, also viele von Ihnen haben ja erlebt, dass unsere Kinder gut durch die Pandemie gekommen sind, meine auch. Und die haben das ganz gut gemacht. Aber wir kennen nicht, also aus unserem Alltagsleben, aber wir aus unseren Praxen kennen die armen Kinder. Und die armen Kinder, die sind nicht gut durch die Pandemie gekommen. Und Sie wissen das hier aus dem Bildungsministerium, wo das ja auch kommuniziert wird, die Bildungsverluste, die vor allem arme Kinder sowohl in Kindergärten als auch in Schulen erlitten haben. Und wir wissen aus sozialökonomischen Berechnungen, die werden lange, lange Nebenwirkungen haben. Das kostet Lebensqualität, das kostet Wohlstand, das kostet Lebensjahre. Es gibt eine Berechnung aus den USA, dass allein die Lebensjahre, die verloren gehen durch Bildungsverlust, möglicherweise die Todesfälle aufwiegen, also an Jahren, an Lebensjahren, die gerettet wurden durch Containment-Maßnahmen. Und hier ist noch gar nicht erwähnt, Adipositas zum Beispiel. Das haben Sie gehört. Wir haben eine große Zunahme an Adipositas in der Vergangenheit gehabt. Und auch das kostet viele, viele Lebensjahre und viel Lebensqualität. Also hier spielen ja ethische Fragen eine Rolle. Warum spreche ich das hier an? Das ist ja in die Vergangenheit gerichtet, auch in der Vergangenheit. Und Herr Lauterbach hat es jetzt auch gesagt, haben wir Fehler gemacht. Und das wissen wir jetzt. Und wir sitzen ja heute hier zusammen, um solche Fehler in Zukunft zu vermeiden. Das war auch die letzte Abbildung. Können Sie wegmachen. Also die ethische Frage, die sich hier stellt, ist Interessen von Kindern und Jugendlichen auch abzuwägen und Zukunftsinteressen auch abzuwägen gegen andere Interessen. Wenn wir von vulnerablen Gruppen sprechen, dann denken wir meistens an alte Menschen. Wir haben natürlich auch in der Kinderheilkunde die krebskranken Kinder und die mit schweren Immundeffekten, die auch vulnerable Gruppen sind. Aber hier hat sich gezeigt, dass Arme, Jugendliche und Jugendliche mit Behinderung und Kinder eine vulnerable Gruppe sind, die wir nicht im Blick gehabt haben und die wir in Zukunft in den Blick nehmen sollten. Was ist der Bezug zu dem Thema heute? Können wir den Infektionsschutz, was Corona angeht, sein lassen? Und was ist mit den Masken? Und die Absonderungsverpflichtung, da stimmen wir eindeutig zu. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, wir sind die alten Leute, die Hausärzte. Wir mussten von Anfang an nah an unsere Patienten ran, gerade in der Kinderheilkunde. Wir sind alle, also die Mehrheit ist im sechsten Lebensjahrzehnt. Wir konnten uns nicht schützen. Es gab keine Masken. Wir haben nicht erfahren, dass wir hier ein besonderes Risiko haben. Wir haben auch nicht erfahren, dass unsere Kinder da was Besonderes haben. Aber wir sehen, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, die Masken nicht als einen lästlichen Diskomfort, wie das manchmal hingestellt wird, das kann man doch mal tun, um andere zu schützen. Ich sehe genau das, was Frau Jauchjara gesagt hat. Die Masken sind ein Signal. Von meinen Mitmenschen, von meinem Gegenüber geht eine Gefahr aus. Von mir geht eine Gefahr aus. Auf der Grundlage dessen, was Kinder und Jugendliche heute auch zurecht haben müssen, nämlich Angst vor Krieg, Angst vor Klimakatastrophe, noch diese Angst zu schüren weiter, ist ethisch fragwürdig und macht die Kinder psychosomatisch krank. Und das sollten wir nicht tun. Und einen anderen Aspekt möchte ich noch hineinbringen, nämlich das Ökologische. Es gibt auch so etwas wie eine Infektionsökologie. Herr Rabe, wenn Sie sagen, man kann einen Schnupfen verhindern, das können wir. Wir können natürlich, das haben wir jetzt gesehen, wir können die Grippe verhindern, wir können Schnupfen verhindern, wir können Adenovirus verhindern, wir können Neurovirus verhindern, mit Masken tragen, mit Händewaschen und so. Man muss aus der Sicht der Pädiatrie hier einen Aspekt hereinbringen, der das hinterfragt, ob das sinnvoll ist. Wir wissen, dass aus der Evolution unseres Stammes und aber auch aus der individuellen Entwicklung des Kindes es wichtig ist, die Auseinandersetzung mit Infektionskrankheiten. Wenn die nicht stattfindet und dann entwickelt sich das Immunsystem in eine falsche Richtung und das führt zu Krankheiten wie Allergien, wie Autoimmunerkrankungen, selbst Leukämie und da gibt es eben auch schon erste Daten aus der Pandemie, dass hier schon negative Infekte zu verzeichnen sind. Diabetes wird da diskutiert, aber auch Leukämie, dass der Infektionsschutz und die Infektionsvermeidung zu anderen Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen führt, die unter Umständen viel schwerer wiegen. Ökologische Aspekte im Zusammenhang hier mit der Einschränkungspolitik sind auch der ganze Müll, den wir produzieren. Das ist ja ungeheuerlich, diese Masken und was wir da machen, das Geld, was wir ausgeben für die verschiedenen Maßnahmen, die Unterversorgung, die wir bei Kindern haben. Jetzt haben wir das Problem natürlich wieder in Kinderkliniken, jetzt haben wir ein normales Infektionsgeschehen, wie sonst auch, ein bisschen früher als sonst, alles ein bisschen verschoben. Das ist ein Riesenexperiment, was da stattgefunden hat mit unseren Kindern und Jugendlichen und da sind wir alle sehr gespannt, wie das ausgeht. Wir fürchten nicht gut. Long Covid bei Kindern vielleicht noch den Aspekt, also ich habe selber jetzt gerade zwei Fälle sozusagen in Behandlung gehabt. Einer hat dann aber doch keinen Covid gehabt, aber hat genau die Symptome und erfüllt alle Krankheitskriterien. Dann bin ich auch noch Lungenfacharzt, dann hatte ich einen mit einer Lungenkrankheit, die sich dann auch als psychosomatisch herausstellte und jetzt habe ich einen, der es vielleicht dann hat, dem wir nachgehen, das müssen wir ernst nehmen, das sind schwere Krankheitsfälle, aber die Frage ist, Infektionsschutzmaßnahmen können die Long Covid verhindern, nur um den Preis einer chinesischen Politik, denn das hat Herr Drosten schon 2020 gesagt, wir werden von diesem Virus nur wegkommen, wenn wir uns alle mehrfach infiziert haben und das wird unvermeidbar sein, das wird nicht verschwinden, wir werden uns alle mehrfach, wie mit den alten Coronaviren auch mehrfach anstecken müssen, bevor das da zur Ruhe kommt, es scheint zur Ruhe zu kommen und alle Infektionsvermeidungsmaßnahmen sind schädlich für Kinder und Jugendliche, dass wir das begrenzen müssen, ein bisschen in der Infektionszeit, in Kindergärten, in Schulen, das ist sinnvoll, damit die Kliniken nicht so überlastet sind, aber letztlich kommen wir nicht drum herum, uns zu infizieren und die Kinder müssen sich auch damit infizieren. Danke. Auch von unserer Seite herzlichen Dank, Herr Van Heek, Dr. Van Heek und wir steigen jetzt in die Fragerunde ein und ich würde vorschlagen, dass wir es so machen wie bei der ersten Fragerunde und da sehe ich ein Kopfnicken und das Wort zu einer Frage hat der Abgeordnete Hauke Hansen von der CDU. Ja, auch Ihnen ganz herzlichen Dank für die Anmerkungen, das waren ganz neue Aspekte. Für uns steht fest, dass Impfungen immer noch ein sehr, sehr guter Schutz und ein sehr, sehr gutes Mittel sind. Wenn wir jetzt in eine Phase kommen, wo, wie Sie es dargestellt haben, können wir Covid weniger dramatisch betrachten, wie schaffen wir es, dass wir die bisher guten Impferfolge in Schleswig-Holstein weiter aufrechterhalten können aus Ihrer Sicht beziehungsweise was können wir tun, um dort zu unterstützen. Das wäre ein wertvoller Hinweis von Ihnen dreien. Dankeschön, Herr Kollege. Das Wort für die Bündnis 90 Die Grünen hat die Abgeordnete Katharina Nies. Ja, auch Hallo von meiner Seite. Vielen Dank für die Inputs, auch aus der ersten Runde. Ich würde gerne noch mal über Schutzmaßnahmen im öffentlichen Raum sprechen, nicht in den Krankenhäusern direkt und auch noch mal auf vulnerable Personengruppen eingehen oder würde mir wünschen, dass Sie auf diejenigen eingehen, die nicht in Einrichtungen leben, sondern zu Hause, die also auch ein Familiensystem um sich herum haben, Kontaktpersonen, die eben auch darauf achten müssen, dass die vulnerablen Personen sich nicht anstecken zu Hause. Professor Dr. Jauch-Kara, Sie sprachen von dem enormen Stress, der zugenommen hat, von den psychosomatischen Folgen durch Isolation, Angst und Überlastung und die gelten natürlich für die Gesamtgesellschaft. Das gilt aber, nehme ich mal an, auch insbesondere für vulnerable Personengruppen und auch Kinder mit Vorerkrankungen, nehme ich mal an, die das ja schon gewohnt sind, dass sie an vielen Stellen isoliert sind. Ich kann mir vorstellen, dass sich das bei dieser Gruppe potenziert und auch bei Kindern, Herr Dr. van Heeg, bei denen das so ist, dass sie Kontaktpersonen sind, also vulnerable Eltern zum Beispiel zu Hause haben und diese Belastungen ja auch noch mal zusätzlich mit sich tragen und diese Ängste, die damit verbunden sind. Und ich stelle mir einfach die Frage als Politikerin, wenn wir Schutzmaßnahmen im öffentlichen Raum weiter zurückfahren an verschiedenen Stellen, wie es jetzt in der Diskussion ist, verdrängen wir dann nicht Familien, über die ich gerade gesprochen habe, noch weiter in die Isolation? Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch noch, wie jetzt in der Debatte, darüber nachdenken, ob die Maskenpflicht auch noch in einem, finde ich, in einem wirklich wichtigen öffentlichen Raum wie dem ÖPNV fallen soll, im Zusammenspiel mit anderen Schutzmaßnahmen, wie dann auch noch einer Reduktion der Isolationspflicht, das muss man ja in einem Zusammenhang sehen, verdränge ich dann nicht eben Familiensysteme mit vulnerablen Personen noch weiter aus dem öffentlichen Raum? Und ich möchte noch mal daran erinnern, dass die Nutzung vom ÖPNV überproportional von Müttern mit kleinen Kindern zum Beispiel getätigt wird, die darüber ihre Mobilität haben und viel weniger über Autos verfügen und Kinder mit sich haben, die unter fünf Jahren sind, also nicht, sich nicht impfen können und auch schlecht eine Maske tragen können, das zum Thema Eigenverantwortung, das immer gesagt wird, das möchte ich einmal zurückspielen, können wir noch mal die in den Blick nehmen, die nicht so gut eigenverantwortlich sich schützen können, sondern darauf angewiesen sind, dass das von außen kommt. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und jetzt hat die SPD-Fraktion die Möglichkeit zu einer Fragestellung. Und ich habe auch gesehen, Frau Pauls, Ihre Kollegin Frau Schiebe möchte auch noch eine Frage stellen oder das machen Sie beides? Jetzt haben wir uns geeinigt, dass ich die Frage mache. Wunderbar, in Anbetracht der Zeit, in Anbetracht der Zeit, das schafft was. Dankeschön. Ich bedanke mich auch bei Ihnen ganz herzlich für die Vorträge. Und ich habe mich gefragt, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer antwortet, wahrscheinlich Professor Rabe, aus dem Krankenhausbereich, da ist es ja generell so, die Isolationssituation in den Krankenhäusern und der Arbeitsaufwand, der damit verbunden ist, ist ja unabhängig davon, ob jemand an oder mit Covid erkrankt ist. Der Arbeitsaufwand ist der gleiche. Wie müssen wir denn da in Zukunft mit umgehen? Also braucht es da ein Rückfahren dieser wirklich erheblichen Maßnahmen, die ja auch sehr viel Zeit immer in Anspruch nimmt und mit Isolierung verbunden ist, was für Patientinnen und Patienten ja auch nicht immer gerade sehr angenehm ist. Das war das eine, Professor Rabe, haben wir genügend Anlaufstellen im Land bezüglich Long-Covid? Wir bekommen Briefe von Menschen aus, die erkrankt sind, die sich nicht gut fühlen, die aber auch sagen, mich nimmt irgendwie gar keiner ernst. Und das ist, glaube ich, ein richtiges Problem. Was können wir da noch tun an dieser Stelle? Und die Frage an Frau Prof. Jauh-Tschara oder wahrscheinlich auch an Herrn Dr. von Heeg, was muss Politik tun, um die Spätfolgen bei Kindern und Jugendlichen, die jetzt, die Sie ja auch sehr eindrücklich beschrieben haben, abzufedern, abzumildern? Was braucht es jetzt an Programmen, an Hilfestellungen für genau diese Kinder, die Sie eben beschrieben haben? Dankeschön. Dankeschön, Frau Kollegin. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion der FDP mit einer Frage des Abgeordneten Heiner Gag. Ich möchte einmal gerne an die Frage zum Impfen anknüpfen und die konkrete Frage an Herrn Dr. von Heeg für den niedergelassenen Bereich. Ich hatte ja vorhin ein bisschen provokant gefragt, als Herr Professor Fickenscher gesagt hat, bitte keinen politischen Einfluss auf die STIKO. Das liegt mir fern. Aber ich habe gerade noch mal die ganz aktuelle, heute wieder publizierte CDC-Empfehlung zum Impfen mir angeguckt. So, übersetzt, jeder, der fünf Jahre alt und älter ist, sollte sich jetzt seinen bivalenten Booster abholen. Jetzt gibt es diese STIKO-Empfehlung nicht für Deutschland, akzeptiere ich. Mich würde erstens interessieren, wie Sie beziehungsweise Ihre Kolleginnen und Kollegen tatsächlich darauf reagieren, wenn in die Praxen Eltern mit Kindern kommen und genau den bivalenten Booster möchten. Ich kriege und habe insbesondere in der Vergangenheit sehr häufig zurückgespiegelt bekommen, dass sich Ärztinnen und Ärzte, gerade im niedergelassenen Bereich, bei den Impfzentren ist das noch mal ein bisschen was anderes, wenn man mit denen spricht, aber sehr auf die STIKO-Empfehlung zurückziehen. Also Stichwort, wie halten wir den Impferfolg in Schleswig-Holstein aufrecht? Wie verhalten wir uns bei zugelassenen Impfstoffen? Die aber keine oder für die es keine STIKO-Empfehlung gibt. Und das Zweite vielleicht einmal insbesondere an Professor Rabe und Frau Professorin Jauch-Tscharra, kommen ja vor wie in alten Zeiten. Was hielten Sie davon, wenn wir wirklich bei der Frage Long Covid, auch so wie das im letzten Panel diskutiert wurde, mal an ein integriertes Versorgungskonzept denken, wo wir auf der einen Seite die Expertise des UKSH in Anspruch nehmen, auf der anderen Seite die Fazilitäten, Herr Professor Rabe, Frau Jauch-Tscharra, die wir ja haben, auch im Land, bis hin zur Reha-Einrichtung bündeln und gegebenenfalls, wie so häufig im SGB V das nicht hergibt, von mir aus auch als Schleswig-Holstein ist das Modellprojekt aus dem Versorgungssicherungsfonds ein bisschen angeschoben, damit wir genau das, was die Kollegin Pauls gerade geschildert hat, dass Menschen A quasi als One-Stop-Agency eine Anlaufstelle haben mit dem Problem und nicht von X zu Y gejagt werden und zweitens dahinterstehend das ganze breite Wissen der Diagnostik, der Therapie und der Beratung hätten. Vielen Dank, Herr Dr. Garg. Und nun kommen wir zur weiteren Frage des Abgeordneten Christian Dierschauer vom SSW. Ja, herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Ich würde gleich an die letzte Frage oder an eine der Fragen des Kollegen Dr. Garg anknüpfen, Thema Kinder und Impfung. Also wie viele Eltern standen auch ich und meine Frau vor der Situation, lassen wir unseren Fünfjährigen und unsere Siebenjährige impfen. Wir haben uns seinerzeit gemeinsam mit den Kindern dafür entschieden und sind damit bis heute auch glücklich. Weiß aber auch aus meinem Elternnetzwerk, das ist natürlich wie für uns für viele eine sehr schwierige Entscheidung gewesen. Meine Frage noch mal ein bisschen spezifischer. Genesene Kinder, die bisher nicht geimpft sind, wie würden Sie da vorgehen in Bezug auf Impfung? Wäre eine Impfung da empfehlenswert oder nicht? Dann noch mal zum ÖPNV, ein Stück weit anknüpfend an die Frage der Kollegin Nies, aber ich würde sagen mit einer gegenteiligen Zielrichtung. Maskenpflicht im ÖPNV sozusagen aus Kinder und jugendärztlicher Sicht, auch was die psychologischen Effekte angeht, sollen wir das so beibehalten? Oder müsste es nicht anders sein, dass die Kinder, die vielleicht Kontakt zu besonders vulnerablen Gruppen haben, dann individuelle Schutzmaßnahmen, also eine Maske tragen im Bus, wenn sie es dann möchten, wenn es gewünscht ist, ist es wirklich der richtige Weg für die Kindergesundheit an einer Maskenpflicht im ÖPNV festzuhalten. Denn wenn man sich morgens mal die Busse anschaut, wer sitzt da drin? Das sind überwiegend Kinder, die dann, ich sage mal, zu 70 Prozent täglich mit den gleichen Menschen fahren. Abends sehen wir uns dann wieder in der Halle. Der SG Flensburg-Handewitt mit 6.000 Menschen, da trägt kaum noch jemand eine Maske, was ich auch richtig finde bei der derzeitigen Infektionslage. Es passt für mich nicht mehr so richtig zusammen. Wir haben hier aber noch mal die Sicht sozusagen aus Kinder-, Jugendmedizin und Psychiatrie oder Psychologie. Und da noch mal anschließend die Frage, wir haben uns ja, Frau Prof. Dr. Jauschara, auch in der letzten Legislatur mehrfach gesehen und gehört, Versorgungslage, können Sie überhaupt sozusagen dem Anspruch sozusagen der jetzt erkrankten Menschen, der psychosomatisch erkrankten Kinder, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen nachkommen? Wie steht es da aktuell um die Versorgungslage? Danke. Ja, ganz herzlichen Dank an die Fragestellenden. Und wir kommen zur Antwortrunde. Und das machen wir wieder, wie wir auch begonnen haben. Zunächst einmal spricht Frau Prof. Jauschara, dann Prof. Dr. Rabe und dann Dr. van Heeg. Ist das in Ordnung so? Ich denke, ja. Auch technisch ist es möglich. Dann, Frau Chara, bitte ich Sie um Ihr Wort. Jauschara. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Und da, wo ich meine Expertise besonders wichtig ist, darauf vor allem einzugehen. Ich denke, im Hinblick auf die Psyche, egal ob bei Kindern oder Jugendlichen, müssen wir in diese Entkatastrophisierung kommen. Und dazu passt ja auch eine, trotz allem eine Impfkampagne, weil wir können die Impfkampagne auch als den Weg aufzeigen, der uns ermöglicht, von FFP2-Maskenpflicht, von Maskenpflicht allgemein, von Isolationssituationen wegzukommen. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist tatsächlich diese Aufklärung innerhalb der Familie. Warum ist es eventuell denn für uns persönlich notwendig, besondere Schutzmaßnahmen vorzunehmen? Wir sprechen von vielen Familien, wo es keine Notwendigkeit dafür gibt, wo eher so ein Schreckensszenario aufrechterhalten wird. Und sicher, es gibt vulnerable Gruppen. Unsere Erfahrung auf der psychotherapeutischen Ebene ist, wenn wir Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene darüber aufklären, warum sie mit Verantwortung vielleicht für einen erkrankten Familienmitglied oder eine andere vulnerable Person aus dem engen Kreis übernehmen können, dann machen das diese Personen ja auch freiwillig. Und wie gesagt, das, wofür ich vor allem plädiere, ist, dass wir von der FFP2-Maske dabei weggehen, weil kaum jemand, der nicht medizinisch vorgebildet ist, ist in der Lage, eine FFP2-Maske adäquat zu tragen. Und dann stellt sie nämlich gar keinen Schutz dar. Deswegen ganz normaler Mund-Nasen-Schutz, das ist ja schon Schutz genug. Wenn wir uns darum bemühen, mit dem Thema Long-Covid umzugehen, dann wäre ich auch sehr dafür, was der Dr. Garg erwähnt hatte, Aufbau eines integrierten Versorgungssystems, was eben alle Bereiche der Symptome umfasst, wo das Long-Covid sowohl aus der somatischen als auch aus der psychosomatischen beziehungsweise aus der Kinder- und Jugend- oder erwachsenen-psychiatrischen Sicht gesehen wird und wo wir ganzheitlich in eine Behandlung reinkommen. Denn hier wird es sehr viele Schnittstellen geben. Die Expertise ist vorhanden, die ist allerdings nicht gebündelt. Und ich bin schon davon überzeugt, dass wir sehr vielen Menschen helfen können und auch diese lange Zeit eine Long-Covid-Erkrankung, die wirklich häufig nach den sieben Monaten von der Stärke abnehmen kann unter Behandlung, dass wir das eventuell sogar beschleunigen können, wenn wir die Psychosomatik und die Psychiatrie mit integrieren, weil Psyche und Körper gehören zusammen. Und wenn wir von Psyche sprechen, sprechen wir eigentlich von Funktionalität des Gehirns. Und das ist unsere zentrale Schaltstelle für alle Körpervorgänge. In Bezug auf Spätfolgen, was können, was sollen wir tun? Hier hat ja Schleswig-Holstein schon ja einiges unternommen. Also was wir machen müssen, ist an die Kindergärten, an die Schulen, aber auch an die Betriebe heranzugehen und den Maßnahmen zur Verfügung stellen, wie Resilienz sowohl der Mitarbeiter als auch der Schülerinnen und Schüler, der Kinder, die in den Kindergarten gehen oder einfach der Arbeiter in den jeweiligen Betrieben gestärkt werden kann. Denn wie gesagt, Stress kann im Leben vorkommen. Aber je resilienter wir sind, je besser wir in der Lage sind, von Stresssituationen zu distanzieren, umso besser ist es. Und hier möchte ich unser Projekt ProJung einmal hervorheben. Wir sind ja schon in den Schulen gestartet. Wir bringen sozusagen den Lehrkräften, auch den Sozialdienstmitarbeitern bestimmte Interventionen bei. Wie kann ich mit belasteten Schülerinnen und Schülern umgehen? Das begleiten wir wissenschaftlich. Ich denke, das sollte ja aufgebaut werden. Wir machen das jetzt auch an den Universitäten. Und wir haben schon einzelne Anfragen gehabt von Betrieben, die sich um die Gesundheit der Mitarbeiter kümmern. Und da könnten wir mit unserer Expertise da ja auch reingehen. Und wenn man sich die Versorgungslage im Land Schleswig-Holstein anschaut, auf dem Gebiet Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, dann muss man sagen, diese Situation hat uns wirklich an die Grenze des Machbaren gestellt. Wir sind überall maximal überfordert. Im ambulanten Setting sind sowohl Erwachsene als auch Kinder- und Jugendpsychiater maximal ausgebucht. Aus diesem Grund haben wir versucht, über die Ambulanzen mehr Kriseninterventionsgespräche, mehr Einschätzungssprechstunden anzubieten. Denn nicht jeder, der psychisch belastet ist, braucht eine Psychotherapie. Und hier ist tatsächlich noch einiges zu tun. Ich hoffe, dass eine gesamte Entlastung dazu beiträgt, dass die Zunahme der psychischen Erkrankungen in den nächsten Jahren vielleicht etwas abflaut. Aktuell sind die Wartezeiten im ambulanten Bereich extrem lang. Sechs Monate, teilweise neun bis zwölf Monate. Das ist nicht akzeptabel. Die Anzahl der Psychotherapeuten, denen gegenübersteht, kann nicht automatisch erhöht werden. Deswegen müssen wir hier proaktiv handeln. Und wir müssen Stress in der Bevölkerung reduzieren, damit aus einer Stresssituation keine psychische Erkrankung wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professor. Und als Nächstes habe ich auf meiner Liste Prof. Dr. Rabe. Mögen Sie bitte die Antworten geben. Ja, gerne. Vielen Dank. Ich will mir auch über die Zeitbewussten versuchen, mich sozusagen zu begrenzen. Und würde die Themen, die direkt an die Pädiatrie gerichtet sind und die haushärztlichen Bereich der Familie gerne überlassen. Alle diese Fragen, die Sie gestellt haben, finde ich gut und richtig. Ich will nur kurz was zu sagen. Zur Frage von Herrn Hansen, Impfungen wie weiter, das ist natürlich ein kluger Punkt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er eine gewisse Ermüdung und Fatigue einsetzt, kennen wir aus den Krippeschutzimpfungskampagnen. Die werden wir auch sinnvoll finden, wo selbst im Krankenhausbereich es schwierig ist, mehr als 30 Prozent der Mitarbeiter so beizukriegen, sich gegen Krippe impfen zu lassen. Und deshalb wird das eine Realität sein, mit der man was tut. Wenn wir uns allerdings einig sind, dass es ein sinnvolles Instrument ist, dann ist es eine Frage des Bundes, dieses Infektionsschutzgesetz zu regeln. Das muss sozusagen in Einigkeit passieren. Aber ich glaube, dass es tatsächlich einen guten Grund gibt zu der Annahme, dass für den Erwachsenenbereich das sehr sinnvoll ist, Kampagne führen, Aufmerksamkeit machen. Und möglicherweise kann man es tatsächlich mit einer jährlichen Krippeschutzimpfung kombinieren. Vielleicht in der Zukunft, könnte ich mir vorstellen, dass es etwas machbares ist, braucht unsere Aufmerksamkeit. Das Zweite ist, was Frau Nieß fragte, zwei Punkte. Einen Punkt finde ich wirklich gut und wichtig. Was passiert eigentlich mit dem Infektionsschutz außerhalb des Krankenhauses und Pflegebereiches für vulnerable Gruppen? Ich glaube, einfach etwas, wo man eine Formulierung für braucht. Ich glaube tatsächlich, dass man den Pflegediensten, den ambulanten Pflegediensten, gerade auch sozusagen in der Geriatrie und in der chronischen, psychischen Versorgung außerhalb der Einrichtungen, und außerhalb der Krankenhäuser für chronische Erkrankungen, dort eine Handlungsanweisung geben musste und sich explizit darauf verhalten kann, weil es dort Risikobereiche gibt, die ich sinnvoll finde. Ich finde auch, dass das Argument von Herrn von Haig, was mich sehr angesprochen hat, es ist die Gruppe der Armut und sozusagen des ökologischen Vulnerabilität, die eine große Rolle spielt. Wissen wir übrigens aus allen chronischen Erkrankungen, dass sowohl die Obesitas als auch die COPD als auch chronische Erkrankungen ganz viel mit Ökologie zu tun haben und dass die Vulnerabilität, die wir ihm ja medizinisch definieren, tatsächlich eine gesellschaftliche Komponente hat und da muss man was zu tun. Und wir reden immer über Kinder und Jugendliche. Vergessen Sie bitte die Studierenden an den Universitäten nicht, weil das ist auch so eine Gruppe, die letztendlich aus allen rausgefallen ist. Entweder nur um die Alten oder nur um die Kinder, die Studenten, die zum Teil jahrelang ihre eigenen Fakultäten nicht gesehen haben oder ihre Mitstudenten, die sind etwas, was man möglicherweise auch nochmal in den Fokus nehmen sollte. Die Frage von Frau Pauls ist sehr, sehr richtig für die Krankenhäuser. Vielen Dank für die Frage, dass es letztendlich ja egal ist, ob jemand mit oder durch Covid erkrankt ist. Die Isolationspflicht, die Hygienemaßnahmen, die Restrukturierung von Krankenhausbereichen, eigene Stationen zu machen, Verläufe zu ändern, ist das, was die Krankenhäuser wirklich an die Grenze gebracht hat. Also im Konzert mit Eigenverantwortlichkeit, größere Verantwortlichkeit in den Hygienebereichen, Eigenverantwortlichkeit im Krankenhausern muss dieses mit beinhalten, dass wir wieder handlungsfähiger werden und dass wir da eine Liberalisierung auch erreichen können, egal sozusagen, woher das kommt. Und deshalb ist die Unterscheidung dann nochmal doch sehr wichtig. Hat jemand ein primär anderes internistisches oder chirurgisches Problem und eine Ko-Infektion, da muss man in den Niedrigrisikobereich sicherlich eine liberalere und sozusagen wenig strikter Isolationspflicht einführen. Das finde ich richtig. Ihre Frage, Frau Pauls, gibt es genug Anlaufstellen für Long-Covid-Erkrankte? Sie haben Ihnen die Frage gestellt, obwohl Sie die Antwort kennen. Die Antwort ist nein. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich vor zwei Jahren bei der KV selber vorstellig geworden bin. Da haben wir gesagt, sollte man sowas nicht tun. Sie haben gesagt, wenn Sie unbedingt wollen. Aber das war so ein bisschen so die Haltung. Und ich glaube, dass es klar ist, auch im Expertenrat des Bundes ist eine der Kriterien, dass wir dort eine strukturellere, bessere Versorgung haben müssen. Da können wir uns in Schleswig-Holstein gut aufstellen. Und das bringt mich zu dem Vorschlag von Ihnen, lieber Herr Gag. Es ist wirklich ein bisschen wie in alten Zeiten, dass so ein Modellversuch in Schleswig-Holstein zu sagen, können wir uns übergreifende Generationen, vom Kinderstudenten zum älteren Alter, eine Art Modellvorstellung machen, wie wir das angehen können. Das wäre, glaube ich, extrem gut, weil sowohl die Wartezeiten bei Frau Jarrah als auch bei Herrn Rabe sind einfach zu lang, dass wir das alles machen können. Das Primat der Versorgung liegt im primärärztlichen, hausärztlichen Bereich, siehe Richtlinie und Leitlinie, sowohl für Patienten als auch für Fachgesellschaften. Aber wenn die Primärfunktion, Anlaufstelle, primärversorgung, hausärztliche Bereich ist und die anderen Disziplinen vielfältigste Art drumherum sind, fände ich das einen extrem guten Vorschlag, dort ein Modell zu tun, ins Leben zu rufen. Ich bin gerne bereit, daran aktiv mitzuarbeiten. Und der letzte Punkt von Herrn Pöschauer geht, glaube ich, primär an Herrn von Heeg. Und ich möchte an Gesicht der Zeit mich für Ihre Aufmerksamkeit erneut bedanken und möchte das Wort weitergeben an Herrn von Heeg. Dankeschön. Und wir bedanken Ihnen, Herr Prof. Dr. Habe, für Ihr Engagement und Ihre Antworten und kommen dann zu den Antworten von Dr. van Heeg. Herr van Heeg, Sie haben das Wort. Ja, danke. Herr Hansen und Dr. Garg und Herr Dürschauer haben alle zum Thema Impfung gefragt. Das ist ja, scheint eine zentrale Frage zu sein. Und was macht die STIKO? Die STIKO kommuniziert schlecht. Das muss man mal sagen, dass man sich mit Herrn Mertens da nicht gut aufgehoben fühlt. Das kann ich mir vorstellen. Wir haben in der STIKO von den 17 Mitgliedern vier Pädiater. Mit denen bin ich im Gespräch, sowohl auf Kongressen als auch in der Einzelsituation. Ich muss einmal einen historischen Blick machen. Einige von uns, Sie ja auch, Herr Dr. Garg, erinnern sich an, wir hatten schon mal eine Pandemie 2008. Schweinegrippe hieß das damals. Da haben wir ganz schnell einen Impfstoff gemacht, der so ein bisschen angelehnt war an die alten Impfstoffe von Grippe und haben fleißig geimpft. Die Pandemie fiel dann, auch das ist historisch interessant, weitgehend aus, weil nämlich, das ist die heutige Hypothese, weil nämlich die alten Leute, die wir als gefährdet gesehen hatten, in den 50er-Jahren mit einem ähnlichen Stamm schon mal zu tun hatten. Das heißt, die Infektion früher, ich komme noch mal auf den infektionsökologischen Aspekt, die Infektion Jahrzehnte zurück, hat hier einen Lebensschutz gemacht, mit dem wir nicht gerechnet hatten, war auch ein großes ökologisches Experiment, ist gut ausgegangen. Die STIKO ist gebrannt, das Kind, durch diesen Impfstoff Pandemrix, den sie als harmlos eingeschätzt hat. Der hat wehgetan, hat Fieber gemacht, war nicht schön, die Impfung. Aber erst acht oder zehn Jahre später kam heraus, dass Kinder vor allem in Skandinavien an Narkolepsie erkrankt sind, aufgrund der Impfung. Eine schwere, lebensbeeinträchtigende Erkrankung. Das muss man zum Entscheidungshintergrund auch der STIKO-Mitglieder wissen. Und vielleicht noch eine Geschichte. Ich rede hauptsächlich mit Professor Zepp, der war bis zum letzten Jahr noch der Chefarzt einer der bedeutendsten deutschen Kinderkliniken in Mainz. Der erzählt auch von seinem Erfahrungshintergrund. Er hat in dieser Zeit der ganzen Pandemie in dieser großen Kinderklinik zwei Fälle mit PIMS im Krankenhaus gehabt. Die waren nicht auf der Intensivstation. Die Fälle, die er im Zusammenhang mit der Pandemie auf der Intensivstation hatte, waren geimpfte Jungs mit Herzmuskelentzündung. Soweit wir jetzt wissen, geht die Herzmuskelentzündung gut aus. Aber wenn Sie Kardiologen fragen, jede Myokarditis, wie man das nennt, hinterlässt möglicherweise Narben und Spuren. Und ob der gleiche Junge nicht zehn Jahre später auf dem Fußballplatz mit einer Herzrhythmusstörung plötzlich umfällt, das weiß man heute nicht. Und einen Impfstoff zu geben, der nicht zehn Jahre erprobt ist in der Kinderheilkunde, das ist ja unser tägliches Geschäft. Wir impfen ja ständig und impfen gerne. Aber das ist unüblich. Man muss zum Hintergrund der Impfung noch sagen, wir sollen ja immer Interessenskonflikte darlegen. Wir verdienen damit Geld. Und gerade mit der Covid-Impfung verdienen wir sehr gutes Geld. Ich habe vorhin schon gesagt, das rettet uns. Das ist unser Interesse zu impfen. Trotzdem tragen wir diese Impfung jetzt den Leuten nicht nach, auch für die unter Fünfjährigen nicht. Wer in die Praxis kommt und sagt, ich will mein Kind impfen lassen, und das machen wir, auch wenn es innerhalb der Zulassung ist, würden wir das machen. Und dann sagen wir, das entspricht der STIKO-Empfehlung oder entspricht nicht der STIKO-Empfehlung. Wollen Sie das? Wissen Sie, was Sie tun? Ansonsten wird es natürlich aufwendig, wenn man da immer diese Beratung machen will. Aber ich gehe davon aus, dass wir alle Impfungen im Kinder- und Jugendbereich, die da gewünscht werden, durchführen und machen. Und wir machen sie gerne. Aber wenn wir gefragt werden, müssen wir so ehrlich antworten, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Und eine zusätzliche Impfung nach Infektionen. Ja, wenn wir Herrn Drosten glauben, und das glaube ich, jeder muss sich viermal immunisieren, sozusagen im Durchschnitt, manche weniger, manche mehr, dann ist die Impfung eine dieser Immunisierung. Und die hat ihren Effekt. Und dann muss man nur noch drei oder nach zwei Impfungen nur noch zwei vielleicht natürliche Infektionen durchmachen. Frau Paul, Sie fragen nach den Schäden, die wir angerichtet haben. Man wird es hier nicht wieder gut machen können. Ich glaube, wir werden sehr viele Schäden, das ist leider die pessimistische Sicht, sowohl in Deutschland, im Bildungssektor, im medizinischen Sektor, die Adipositas habe ich erwähnt, als auch weltweit. Sie kennen die Daten, wie wir zurückgeworfen sind in der Armutsbekämpfung. Und wir wissen, die Impfkampagnen, die ausgefallen sind, gegen Masern, gegen Polio. Das hat schon viele, viele hunderttausend Kinderleben gekostet. Das tut uns ausgesprochen weh. Und die Fortschritte in der Armutsbekämpfung waren gut, das wieder aufzuholen. Das dauert Jahre und Jahrzehnte. Da ist was weggebrochen. Und auch in Deutschland waren, da, wo wir auf guten Wege waren, mit Bildungsgerechtigkeit und so. Das wird für eine Generation nicht wieder reparierbar sein. Oder nur sehr schwer. Aber man muss natürlich das versuchen, das bestmöglich zu tun. Das ist aus meiner Sicht Sportförderung, Breitensportförderung, Kultur. Ja, Kultur trägt dazu bei, also jetzt die Kultur möglicherweise durch Maskenpflicht im öffentlichen Raum wieder einzuschränken, halte ich für ein ganz fatales Signal. Soziales Leben, dazu gehört eben die Clubkultur. Das müssen wir unseren Jugendlichen, auch den jungen Erwachsenen, wieder ermöglichen. Und da wäre eine Maskenpflicht sicher ganz schrecklich. Und im Bildungssektor ist das ja auch im Fokus. Aufholprogramme etc. Nur mal am Beispiel jetzt Adipositas. Wenn ich einen Jugendlichen in ein ambulantes Adipositas-Programm bringen will, dann scheitert das oft daran, dass das für die Familie Geld kostet, was sie nicht hat. Das sind ja gerade die Armen. Und ich frage mich, wo das Aufholprogramm von 2 Milliarden, wo das Geld bleibt, warum wir nicht die Adipositas-Behandlung für Kinder und Jugendliche da kostenlos machen können. Das wäre zum Beispiel ein so kleiner Punkt, wo man was tun könnte. Ja, der Schutz der unter Fünfjährigen, die brauchen keinen Schutz vor der Infektion. Die brauchen einen Schutz vor den Infektionsschutzmaßnahmen, wie ich erwähnt habe, vor der Angst, vor den Einschränkungen ihres Lebens. Die Kinder, je jünger die Kinder, desto weniger krank sind sie, abgesehen davon in der ersten Lebenswoche und in dem ersten Lebensmonat. Das waren viele, also die Hälfte der Fälle der Krankenhauskinder. Das waren die jungen Säuglinge, sicherlich auch Frühgeborene dabei. Die kleinen Kinder im Kindergartenalter, die brauchen keinen Schutz. Die brauchen diese Infektion wahrscheinlich, wie alle anderen Infektionen auch. und die sollen natürlich sich da anstecken, wo man sich heute eben ansteckt, eben auch im ÖPNV, aber wahrscheinlich ja mehr noch im Kindergarten oder in der Schule. deren Familien, ja, das ist natürlich ein Problem. Das haben wir schon immer. Kinder waren immer für Eltern unter Chemotherapie nach Knochenmarktransplantation mit schweren Immundefekten und für ihre sehr alten Großeltern und Urgroßeltern eine Gefahr. Das ist das Neurovirus, das ist das RS-Virus, das sind viele andere Viren, die Kinder mit sich rumtragen. Was ist der Plan? Wir werden nicht Corona aus der Welt schaffen. Also der Plan wäre ja, wenn wir das heute für richtig finden, angesichts dieser harmlosen Virusvariante, wie wir sie jetzt sehen, wenn wir dies verhindern wollen, dann heißt das, wir werden bis an unser Lebensende und an unser berufliches Ende mit Masken, Bahn fahren, Kinos gehen, Kindergärten betreiben und Schulen und das ist der falsche Weg. Das werden wir nicht können und das werden wir, glaube ich, auch in unserer Kultur nicht wollen. Ich will auch keine japanische Kultur haben und immer in einer Bahn Maske tragen und wie gesagt, die Nebenwirkung der Maske ist die Angst und die Gefahr, die von Mitmenschen ausgeht und statt das menschliche Miteinander und das soziale und psychische Gesunde zu fördern, bestärken wir hier die Gefahr und die Trennung und das ist nicht gut. Ja, vielen Dank, Dr. van Heeg. Ich danke auch allen für die großartige Disziplin. Gibt es noch weitere Fragen? An die Expertinnen und Experten, das sehe ich jetzt nicht der Fall, dann bedanke ich mich bei Ihnen dreien, dass Sie mitgemacht haben und dass Sie mit Rede und Antwort hier uns zur Verfügung standen und wir im Ausschuss setzen unsere Anhörung weiter fort mit dem dritten Teil und da begrüße ich auch schon von Anfang an Dr. Anne Macic, Landeshauptstadt Kiel, Amt für Gesundheit, Leitung der Abteilung Infektionsschutz, dann Prof. Dr. Florian Becker, den habe ich auch schon gesehen, Prof. Dr. Florian Becker, Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und Prof. Dr. Gunda Vogts, Professorin für Grundlagen der Wissenschaft und Theorien sozialer Arbeit sowie Theorie und Praxis der offenen Kinder- und Jugendarbeit der HAW in Hamburg. Sie wird uns virtuell begleiten, aber sie ist, höre ich gerade, noch nicht in der Leitung, aber sie ist auch als Letzte in diesem Dreierblock. Insofern bleibt die Hoffnung für uns bestehen und ich erteile das Wort für einen Vortrag. Frau Dr. Anne Macic, Sie haben das Wort, Frau Macic. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung heute in den Ausschuss. Ich möchte mit Blick auf die bestehenden Regelungen, bundesgesetzliche Regelungen und auch Regelungen auf Landesebene, speziell der Absonderungserlass, noch einmal in den Fokus rücken, dass Maßnahmen immer einem bestimmten Ziel folgen müssen und risikobasiert sein müssen. Das ist ein Grundsatz im Infektionsschutz, lageangepasste Maßnahmen und an die Lage angepasste Ziele. Und damit stellt sich ja die Frage, was ist bei den jetzigen Regelungen eigentlich das Ziel? Es kann nicht mehr darum gehen, jede einzelne Infektion zu verfolgen und jede einzelne Infektion festzustellen und abzusondern, denn dadurch lässt sich auch das Geschehen nicht aufhalten. Das Virus ist überall, es wird weiter übertragen, es finden fortlaufend Übertragungen statt, also es gibt kein bestimmtes Setting, wo das Virus jetzt alleine ist, sondern es ist in der Bevölkerung weit verbreitet und die bestehenden Absonderungsregelungen sind nicht mehr risikobasiert. Absonderung bei jeglicher Infektion ist nicht mehr risikobasiert und damit auch nicht mehr sachgerecht. Und da sehe ich einen starken Änderungsbedarf, was diese Absonderungsverpflichtungen angeht, weg von dem insgesamt bei den Maßnahmen, weg von den testbasierten Agieren hin zum symptombasierten Agieren. Das betrifft sowohl das Testen als auch die Isolierungsverpflichtungen. Das ist ja vorhin auch schon gesagt worden, Testungen sollten erfolgen, wenn Symptome da sind und zwar vorrangig im Moment zur Frage der Therapieentscheidung. Also ist eine Symptomatik da, muss ich die Frage beantworten, ist hier eine Therapie angezeigt oder nicht? Und dafür brauche ich auch schon mal einen Test. Und ansonsten sind die Isolierungsregelungen dann sinnvoll, wenn Erkrankungen vorliegen, Symptome vorliegen, aber nicht bei jeglicher nachgewiesener Infektion. Denn die Ausbreitungsdynamik kann nicht mehr beeinflusst werden und sie muss auch nicht mehr beeinflusst werden. Das kann nicht mehr das Ziel in der jetzigen Pandemiephase sein. Das ist mir noch mal ganz wichtig zu betonen, auch wenn es vorhin schon angeklungen ist oder auch schon mehrfach gesagt wurde, ich teile da auch die Einschätzung der Kollegen voll und ganz. Und das muss man aber immer wieder in den Fokus rücken. Und als Fachärztin für Hygiene ist es mir natürlich ein besonderes Anliegen, auf die Maßnahmen der Primärprävention hinzuweisen. Die Maßnahmen der Primärprävention sind Impfungen und Hygienemaßnahmen. Testen gehört nicht zu den Maßnahmen der Primärprävention. Und es gibt immer noch die Vorstellung, dass Tests Hygienemaßnahmen ersetzen können. Das ist mitnichten der Fall. Es ist ganz wichtig, im Moment diese Maßnahmen der Primärprävention in den Fokus zu rücken. Die Impfung ist die zentrale Maßnahme zur Vermeidung schwerer Erkrankungsverläufe. Das ist auch für alle vulnerablen Gruppen die wichtigste Maßnahme zum individuellen Schutz. Man muss ja bei der Impfung unterscheiden den Individualschutz und den Drittschutz. Und der Individualschutz funktioniert wunderbar. Die Impfung wirkt. Also diese Impfung ist tatsächlich eine Erfolgsgeschichte, jetzt die Covid-Impfung, aber die Impfung auch generell, auch für andere Erkrankungen. Und wir haben es ja nun auch mit anderen Atemwegserregern zu tun. Und es ist die Zeit, jetzt wieder ans Impfen zu appellieren und die Impfung durchzuführen. Zum Beispiel auch Influenza, für bestimmte Altersgruppen auch Pneumokokken. Also über 60 ist ja Pneumokokken auch eine Standardimpfung. Und darum muss es jetzt gehen, dass dieser individuelle Schutz durch die Impfung betont wird und dass der auch wahrgenommen wird. Und wie kann das gelingen? Impfen gelingt immer dann, wenn es niedrigschwellig angeboten wird. Das ist die Lösung für einen guten Impferfolg. Niedrigschwellige Angebote. Das heißt, es darf nicht kompliziert sein, an einen Termin zu kommen. Und man muss nicht lange darauf warten können. Man darf nicht vertröstet werden. Wenn man einmal eine Terminabsage erhalten hat, kümmert man sich anschließend nicht wieder drum. Deswegen so niedrigschwellig wie möglich. Das heißt, möglichst ohne Termin und keine Probleme beim Rankommen an die Impfung. Das ist garantiert den Erfolg. Das gilt auch für medizinische Einrichtungen. Wenn die Grippeimpfung angeboten wird im Krankenhaus, beim Betriebsarzt, in Haus D im vierten Stock, dann geht da niemand hin. Wenn aber auf den Stationen oder in den Arbeitsbereichen die Impfung angeboten wird, dann wird sie viel besser in Anspruch genommen. Und so muss das eben, das gilt für alle Bereiche. Niedrigschwelliges Angebot ist die Lösung bei der Inanspruchnahme der Impfung. Was Hygienemaßnahmen angeht, müssen die natürlich auch risikobasiert und sinnvoll situationsgerecht eingesetzt werden. Die Krinko ist heute schon mehrfach genannt worden, die ja für medizinische Einrichtungen ihre Empfehlungen macht. Und wir haben da ja auch auf Landesebene Regelungen. Es gibt die Medizinische Infektionspräventionsverordnung, die vorschreibt, dass Hygienefachpersonal in bestimmten medizinischen Einrichtungen sein muss, wie die Ausstattung damit sein soll. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Hygienefachpersonal jetzt auch seine Aufgabe wahrnimmt und die da keine bundesgesetzlichen Regelungen oder landesrechtlichen Regelungen versuchen, das Hygienemanagement in der Einrichtung zu ersetzen. Das kann nicht funktionieren. Das muss in der Verantwortung der Einrichtung sein, auf die jeweilige Situation in der Einrichtung zugeschnitten. Nach dem Hygieneplan in der Einrichtung muss das Management erfolgen. Und es darf nicht pauschal vorgegeben werden durch rechtliche Regelungen. Es gibt noch einen Bereich, der ist heute im Hinblick auf Hygienemaßnahmen noch nicht erwähnt worden. Der ist aber auch relevant. Und das sind die Pflegeeinrichtungen. In den Pflegeeinrichtungen müssen natürlich auch Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Und da ist im Unterschied zum medizinischen Bereich noch nicht so etabliert, dass da eine fachliche Expertise für Hygiene vorhanden ist. Es ist jetzt gerade im Infektionsschutzgesetz eine Regelung aufgenommen worden, dass dort auch Hygiene-Fach-Expertise geregelt werden soll. Da ist also noch ein Regelungsbedarf jetzt auf Landesebene, das zu regeln. Und das dann auch so zu regeln, dass tatsächlich eine Ausstattung mit Fachpersonal erfolgt und die Fachexpertise zur Verfügung steht. Denn man kann einen Hygieneplan haben, wenn niemand da ist, der tatsächlich das bewerten kann, welche Maßnahme wann erforderlich ist und wie die umzusetzen ist, dann nützt ein Hygieneplan nichts. Man muss das mit einer fachlichen Expertise unterfüttern. Sonst ist der Hygieneplan nichts wert. Und das ist in den Pflegeeinrichtungen ein Ansatzpunkt, wo noch Verbesserungsbedarf da ist oder noch Optimierungspotenzial besteht. Und das jetzt auch angegangen wird, aber das auch angegangen werden muss. Und da auch sinnvolle Regelungen auf Landesebene erfolgen müssen. Zu den Impfungen, wenn wir jetzt über vulnerable Gruppen und Pflegeeinrichtungen reden, zu den Impfungen würde ich gerne noch ergänzen, was die STIKO-Empfehlung angeht. Was die STIKO-Empfehlung ausmacht, ist, dass sie immer eine Nutzen-Risiko-Bewertung enthält. Also die STIKO macht immer auf Basis einer Datengrundlage eine Bewertung und kommt dann zu einem positiven Ergebnis und zu einer Empfehlung, wenn der Nutzen der Impfung das Risiko überwiegt. Das ist das Kernelement der STIKO-Empfehlung. Und bei der STIKO-Empfehlung für Covid und Influenza ist es so, das Ziel der Impfung ist die Vermeidung der schweren Erkrankung. Das Ziel ist kein epidemiologisches. Das Ziel ist nicht, die Infektionsausbreitung einzudämmen. Das gelingt mit der Impfung auch nicht. Die Impfung schützt vor schweren Erkrankungen. Das ist bei Influenza auch so. Sie schützt aber nicht vor Übertragung. Und deswegen ist die Impfung für den individuellen Schutz so wichtig. Und deswegen sieht die STIKO-Empfehlung auch so aus, wie sie aussieht, weil das Ziel Verhinderung schwerer Erkrankungsverläufe ist. Das muss man immer mit im Hinterkopf behalten, wenn man über Sinn und Unsinn von irgendwelchen Empfehlungen nachdenkt. Was ist eigentlich das Ziel? Das gilt für die Maßnahmen und es gilt auch für die Impfung. Ja, ich glaube, die wichtigsten Dinge habe ich genannt. Ich stehe für Fragen natürlich gerne zur Verfügung. Vielleicht noch der Hinweis, es darf nicht nur um Covid gehen, sondern wir müssen uns mit allen Atemwegserregern, die jetzt unterwegs sind, befassen und für die sinnvolle Maßnahmen etablieren. Frau Dr. Matitsch, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag. Und bevor wir jetzt gleich zu Prof. Dr. Florian Becker kommen, möchte ich Sie bitten, einem Vorschlag zuzustimmen oder möchte ich vorschlagen. Prof. Becker muss um 12 Uhr das Haus verlassen, weil er gleich eine Vorlesung hat. Und da wollen wir doch die Studentinnen und Studenten nicht warten lassen. Und mein Vorschlag ist, dass wir die Fragen, die Sie an Prof. Becker richten möchten, denn gleich im Anschluss denn schon stellen, damit wir sozusagen da Rücksicht nehmen können für die anstehenden Aufgaben. Ja, ich sehe allgemeines Nicken, das freut mich und erteile nun das Wort Prof. Dr. Florian Becker. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch danke für die Rücksichtnahme, weil ich muss tatsächlich um Viertel nach zwölf wieder oben sein. meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht nur die Corona-Infektion und die Pandemie haben sich in den letzten drei Jahren entwickelt, auch die Wissenschaften, die zur Entstehung, Auswirkung, Prävention und Heilung forschen, zu den Maßnahmen und Folgen der Bekämpfung sowie, und das ist nun mein Part, zu den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen, in all diese Aspekte. All diese Wissenschaften haben einen Reifeprozess durchlaufen. Diese heutige Anhörung soll den aktuellen Stand vieler beteiligter Wissenschaften reflektieren und vermitteln und damit sie, also das Parlament, in den Stand versetzen, zum einen die Regierung wirkungsvoll zu kontrollieren, zum anderen aber auch vielleicht gegebenenfalls selbst gut informierte Entscheidungen zu treffen. Gesetzgebung und Regierung müssen ihre Entscheidungen auf wissenschaftliche Erkenntnisse gründen. Hier nimmt sich in einem ersten Schritt die Rechtswissenschaft, die Verfassung zurück, denn die genaue Beschreibung der Gefahr, ebenso wie die Auswahl möglicher Mittel zu ihrer Abwehr, ist primär durch andere Wissenschaften vorzunehmen. Wissenschaft, und das wird aber eben auch häufig übersehen, ist nicht nur die Medizin, sondern auch die Ökonomie, die Soziologie oder die Psychologie. Das haben wir ja heute durch einige Beteiligte schon erfahren, die alle eben auch für die Abschätzung der Folgen staatlicher Maßnahmen herangezogen werden müssen, genauso wie die Medizin für ihre Begründung. Insofern ist der oft beschworene Bezug zur Wissenschaft, die Bezugnahme auf die Wissenschaft, in diesem Fall eben die Natur- und Humanwissenschaft zwar wichtig, allerdings, und das wird bei dem Ruf nach Wissenschaftlichkeit häufig übersehen, spricht keine Wissenschaftsdisziplin immer mit einer Stimme. Der Gesetzgeber ist daher nur angehalten, sich für eine plausible wissenschaftliche Position zu entscheiden, die aber keineswegs eine Mehrheitsposition sein muss. Der Zugriff des Verfassungsrechts auf die staatlichen, vor allen Dingen die gesetzgeberischen Einschätzungsentscheidungen hängen nicht zuletzt auch von der Evolutionsstufe einer Krise ab. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurden dem Staat viele Freiheiten und Einschätzungsprärogativen zu Recht zugestanden. Immerhin mussten Parlamente und Regierungen unter hohem Zeitdruck und angesichts erheblicher tatsächlicher Unsicherheiten zum Teil dramatische Entscheidungen treffen. In den letzten nun nahezu drei Jahren wurde aber immer mehr Wissen über Infektionswege und Auswirkungen und auch über die Folgen bestimmter Maßnahmen generiert. Mit der Unwissenheit schrumpft aber auch die verfassungsrechtliche Fehlertoleranz. Neben einer ganzen Reihe von Maßnahmen, deren Vorname oder deren Anregung in den vorgelegten Drucksachen beantragt wird, dürfte sich die zentrale politische Frage an der Aufrechterhaltung oder Abschaffung der Absonderungs- oder Quarantänepflicht entzünden. Diese Quarantänepflicht wird ja bekanntlich durch das Infektionsschutzgesetz des Bundes ermöglicht und in Schleswig-Holstein zurzeit durch Allgemeinverfügungen wieder umgesetzt. Wir beginnen uns also wieder im Kreise zu drehen und an den Anfang der Pandemie von der Rechtsformlehre her zurückzukehren. In der staatlichen Entscheidung über eine Quarantäne oder Absonderung treffen zwei Funktionen der Grundrechte aufeinander. Das Grundrecht als Abwehrrecht und das Grundrecht als Grundlage einer staatlichen Schutzpflicht. Jede Anordnung einer Quarantäne, sei es unmittelbar durch Parlamentsgesetz, durch Rechtsverordnung, durch Allgemeinverfügung, durch individuellen Verwaltungsakt, wie auch immer, ist ein erheblicher Eingriff in die verfassungsrechtlich verbürgte Freiheit der Personen. Insoweit wirken die Grundrechte als Freiheitsverbürgung gegen unbegründete oder unverhältnismäßige staatliche Eingriffe. In der Literatur wird außerdem meines Erachtens zu Recht die Frage kontrovers diskutiert, ob es sich bei einer Quarantäne nicht sogar um eine Freiheitsentziehung handelt und denn diese dürfte nach Artikel 104 des Grundgesetzes ausschließlich durch ein Gericht angeordnet werden. Nehme man das an und das könnte durchaus einer der Gründe sein, weswegen man das nicht annimmt, wäre die Belastung der Justiz natürlich dramatisch. Doch sind die Grundrechte bei der staatlichen Entscheidung über eine Quarantäne-Pflicht nicht nur als Freiheitssicherung, als Schutz vor dem übergriffigen Staat von Bedeutung? Der Grundrechtseingriff einer Quarantäne-Anordnung ist seinerseits grundrechtlich motiviert. Es geht um das grundgesetzliche Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Dieses erlegt dem Staat eine Pflicht zum aktiven Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit auf. Allerdings begründet diese zweifache Relevanz von Grundrechten als Abwehrrecht und als Handlungspflicht des Staates kein unauflösbares Dilemma. Denn an erster Stelle der Überlegungen steht immer die Freiheitsfunktion der Grundrechte. Eingriffe sind zu rechtfertigen. Sie müssen verhältnismäßig sein. Sie müssen das tatsächlich taugliche und mildeste Mittel im Angesicht des zu erreichenden Ziels sein. Frau Dr. Macitsch hat darauf hingewiesen. Man muss das Ziel definieren. Der Staat ist in der Pflicht, Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit von Maßnahmen, die die Freizügigkeit beschränken, nachzuweisen. Und dabei ist insbesondere das Ausmaß der Freiheitsbeschränkung, fünf Tage zu Hause auf der Bettkante sitzen, in ein Verhältnis mit dem Nutzen zu setzen, der angestrebt wird. Werden hierdurch wirklich noch in signifikanter Zahl erhebliche, gegebenenfalls sogar bedrohliche Krankheitsverläufe verhindert? Ließe sich dasselbe Ziel nicht insbesondere durch freiwillige oder angeregte Impfung oder sonstige Maßnahmen des Selbstschutzes, vor allen Dingen das Tragen von Masken, auf Seiten derjenigen erreichen, die durch diese Maßnahmen geschützt werden sollen? Die Antworten auf diese Fragen liefert die Wissenschaft. Die Verantwortung für die Folgen bleibt aber beim Staat, bleibt beim Gesetzgeber, bleibt bei der Regierung. Im Ergebnis ist der Staat aber aufgrund des Freiheitsrechts immer verpflichtet, unangemessene Maßnahmen zu unterlassen. Die staatliche auf Leib und Leben bezogene Schutzpflicht verpflichtet den Staat hingegen nicht auf bestimmte Maßnahmen, wie etwa die Anordnung einer Quarantäne. Vielmehr hat der Gesetzgeber hier ein breites Gestaltungsermessen. Er muss lediglich das Untermaßgebot beachten. Er darf keine völlig nutzlosen Maßnahmen treffen und muss unter Umständen allgemeine Lebensrisiken hinnehmen. Das Bundesverfassungsgericht selbst hat eine auf die behauptete Verletzung der staatlichen Schutzpflicht beruhende Verfassungsbeschwerde gegen eine Lockerung der Corona-Politik nicht zur Entscheidung angenommen. Ich zitiere, die Schutzpflicht ist hiernach nur gegeben, nur verletzt, wenn Schutzvorkehrungen entweder überhaupt nicht getroffen sind, wenn die getroffenen Regelungen und Maßnahmen offensichtlich ungeeignet oder völlig unzulänglich sind, das gebotene Schutzziel, Schutz der Gesundheit, zu erreichen oder wenn sie erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleiben. Ende des Zitats. Damit fasse ich zusammen. Weder Bund noch Land sind aus verfassungsrechtlicher Sicht zur Ermöglichung oder Anordnung einer Quarantäne bei Vorliegen einer Infektion, Corona-Infektion verpflichtet. Zwar hat der Staat die Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu schützen, wie er dies aber tut und wie viel Eigenverantwortung er einfordert, liegt in seiner Gestaltungsfreiheit. Aus freiheitsrechtlicher, grundrechtlicher Sicht setzen Ermöglichungen und Anordnung von Quarantäne voraus, dass diese tatsächlich zum Gesundheitsschutz beitragen und die durch sie eintretenden Folgen auch ökonomischer, psychologischer und sozialer Natur nicht außer Verhältnis zu den bekämpften Gefahren stehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Recht herzlichen Dank, Herr Professor Becker. Ja, es gibt Fragen und das erste Fragerechte hört der Abgeordnete Hauke Hansen von der CDU-Fraktion. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. In der Historie sind FFP2-Masken mit Ausatmenventil relativ frühzeitig als wirkungsvolle Schutzmaßnahmen ausgeschlossen worden. Gibt es gerade im Bereich der Menschen mit Vorerkrankungen beim Tragen normaler FFP2-Masken gewisse Probleme beziehungsweise Schwierigkeiten, die länger tragen zu können? Ist aus Ihrer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt dieses Verbot beziehungsweise diese Einschränkung FFP2-Masken mit Ausatmenventil sozusagen nicht zuzulassen, ist das noch gegeben oder sollte man für die Personengruppe, die besonders vulnerabel ist, an der Stelle eine Ausnahme machen? Vielen Dank. Also da ziehe ich mich zum einen darauf zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich würde einmal dazwischen wir würden gerne sammeln, das schafft ein bisschen mehr, wir sind da sehr kompakt. Gibt es weitere Fragen? Das ist der Abgeordnete Heiner Gag und der Abgeordnete Dierschau. Dann würden wir so verfahren, erst Herr Gag oder Herr Kirschner ist auch noch da, meine Güte. Dann ist Frau Glissmann hatte sich auch gemeldet, das ist nicht richtig. Also dann würde ich sagen, hat er erst eine Frage zufolge, ist es dann jetzt Herr Kirschner, der seine Frage stellt, dann der Abgeordnete Gag und dann im Anschluss Herr Dierschauer. Ist das so richtig? Dann würde ich Sie um Ihre Frage bitten. Ja, Herr Professor Dr. Becker, zunächst auch von mir, vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Ich habe an Sie zwei Fragen zu einem Thema, das ich in dem Gesamtzusammenhang so als das Dringendste ansehe. Das ist die Situation der Krankenhäuser, die nicht nur durch Covid-19 schwierig ist, sondern eher multifaktoriell bedingt. Und meine Frage ist, ob Sie es im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung für rechtlich vertretbar halten, die Frage der Absonderung von Corona-positiv getesteten Patientinnen und auch Corona-positiv getesteten Mitarbeitern des Krankenhauses in die Hände der Krankenhäuser zu legen. Wobei ich noch mal betonen will, ich frage jetzt sozusagen nach dem Maßstab der rechtlichen Vertretbarkeit. Die politische Entscheidung, die müssen wir treffen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Abgeordneter. Jetzt kommt der Abgeordnete Heiner Gagg zu Wort mit seiner Frage. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. juckt es natürlich was zu FFP2-Masken mit aus, aber das lasse ich lieber. Das macht von fünf oder sechs Expertinnen und Experten gehört, dass in diesem Übergangsstadium von der Pandemie zur Endemie die Isolationspflicht, so wie sie das IFSG ja ermöglicht, überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen ist. Anne Macitsch hat das nochmal auf den Punkt gebracht, wann die Isolationspflicht gerechtfertigt wäre und wann nicht. Selbst die Gesundheitsministerin dieses Landes hat sich sehr klar hier positioniert, dass sie die Isolationspflicht auch nicht mehr für geboten hält. Nach ihren Ausführungen frage ich sie deswegen, kann vor diesem Hintergrund eine Landesregierung, in deren Hand das ja liegt, der Absonderungserlass des Landes könnte ja auch durch das oder sollte durch das Land geändert werden, sich darauf zurückziehen, dass das zwar richtig, also wissenschaftsbasiert ist und auch sinnvoll wäre, aber man diese Maßnahme deswegen nicht ändert, weil man es gerne im Länderkonzert, also nur dann macht, wenn andere Bundesländer das auch machen. Ist das verfassungsrechtlich nach ihren Ausführungen überhaupt noch ein wirklich greifbares Argument, warum man die Isolationspflicht nicht abschafft? Vielen Dank für den Beitrag oder für die Frage und das Wort hat jetzt zu einer Frage der Abgeordnete Christian Dürschauer vom SSW. Ja, von mir auch zunächst herzlichen Dank, Herr Professor Becker, für Ihren Beitrag. Mir ist noch so im Ohr, Herr Dr. Fikentscher heute Morgen, der sagte, die Verhältnismäßigkeit einschränkender Maßnahmen ist nicht mehr gegeben. Das ist also der Grundsatz, den ich so mitnehme, das war natürlich dann aus einer anderen Perspektive, keine juristische Bewertung. Trotzdem einerseits natürlich die Isolationspflicht, aber zumindest die Kollegen im Ausschuss haben so ein bisschen mitbekommen, ich habe mich auch ein bisschen an der Maskenpflicht für Kinder im ÖPNV festgebissen und da ist tatsächlich für mich auch die Frage, wie würden sie das juristisch bewerten, ist diese Maßnahme eigentlich noch verhältnismäßig, wenn wir dann, nun bin ich kein Jurist, aber haben wir drei Merkmale, geeignetheit, angemessenheit und erforderlichkeit, geeignet wird es vielleicht noch sein, wenn man sagt, wir bezwecken damit Infektionsschutz, aber wir haben hier die medizinischen Fachleute, die mittlerweile sagen, es geht eine größere Gefahr, auch gesundheitliche Gefahr für Kinder und Jugendliche aus, wenn sie diese Maske tragen, als eine Gefahr vom Virus. Ist es vor diesem Hintergrund dann tatsächlich rechtlich möglicherweise kritisch, an dieser Maßnahme festzuhalten? Ist diese Maßnahme dann vor dem Hintergrund der Erforderlichkeit und der Angemessenheit vor allen Dingen dann noch verhältnismäßig auch im juristischen Sinne? Danke. Vielen Dank, Herr Kollege. Ja, Professor Becker, jetzt im zweiten Anlauf würde ich Sie bitten, um die Antworten zu den Fragen zu geben. Ich fange mal bei Herrn Kirschner an, glaube ich, denn da ging es ja zunächst mal um die Frage, delegiere ich bestimmte Entscheidungen auf die Krankenhäuser? Ist das möglich? Im Zuge dessen, also über die Absonderung, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Was ist der Anlass? Der Anlass für die Absonderung ist die Realisierung der Schutzpflicht. Wie die Schutzpflicht realisiert wird, liegt im Ermessen des Gesetzgebers. Das bedeutet also, wenn ich dadurch nicht das Untermaßverbot verletze und sage, damit gebe ich praktisch ein bestimmtes Rechtsgut zum Abschuss frei, dann wäre auch das durchaus möglich und würde den Krankenhäusern ja auch ermöglichen, angemessen individuell auf spezifische Situationen zu reagieren. Von daher hätte ich da aus dem Gesichtspunkt staatlicher Schutzpflichten überhaupt keine Bedenken, denn ich meine Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge gehört ja zu den Kernkompetenzen eines Krankenhauses, sodass das da wohl an der richtigen Adresse ist. Der zweite Punkt, Herr Garg, Sie sprechen einen Punkt an, den wir schon öfter in diesem Zusammenhang diskutiert haben, das berühmte Flickenteppich-Argument, das mir wirklich langsam kaum noch behandelbare Allergien hervorruft, denn es ist ein Element des Bundesstaates, das unterschiedlich entschieden wird, das dezentral entschieden wird, das sachangemessen vor Ort entschieden wird. Deswegen haben wir kommunale Selbstverwaltung, deswegen haben wir dezentrale Verwaltung und dezentrale Gesetzesanwendung und allein nur, weil irgendwo anders entschieden wird, ist das kein Sachargument zu sagen, wir müssen dann auch so entscheiden. Es können sich Reibungsverluste, es kann sich ein Systemwettbewerb ergeben, der ist aber zumindest in weiten Teilen von der Verfassung vorausgesetzt und gewollt. Der Zwang zur Einheitlichkeit, den wir in den letzten zwei Jahren oftmals verspürt haben, den habe ich immer kritisiert, weil er nämlich sachangemessene Regelungen vor Ort verhindert. Warum mussten wir bestimmte Entscheidungen treffen? Das hatte mit dem Bundestagswahlkampf zu tun und hatte gar keinen anderen Grund. Und das finde ich nicht gut und es nimmt dem Land, es nimmt der Selbstverwaltung vor Ort die Möglichkeit flexibel zu entscheiden. Also ein klares Nein. Das ist meines Erachtens nicht angemessen. Allein darauf zu verweisen. Man kann sagen, man hat Sachgründe. Man kann sagen, mich überzeugen die Gründe, weswegen andere Länder das so entscheiden. Das ist dann auch in Ordnung. Aber nicht, ich muss gemeinsam eine gemeinsame Linie vertreten mit anderen zusammen. Das halte ich nicht für sachangemessen. und ich habe heute noch mal nachgeguckt, die MPK gibt es im Grundgesetz nicht. Hat also keine verbindliche Entscheidungskompetenz. ÖPNV, Stichwort ÖPNV, auch hier wieder eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Man könnte jetzt natürlich sagen, na gut, das ist ja eine relativ kurze Zeitspanne, in der die Kinder im Bus sitzen und dann so eine Maske tragen. Auf der anderen Seite stellt sich dann auch die Frage der Eignung, wenn sie mit genau den gleichen Kindern, mit denen sie im Bus mit Maske gesessen haben, nachher ohne Maske in der Klasse zusammensitzen, dann kann man tatsächlich die Frage stellen, ist das geeignet? Ich persönlich bin auch kein großer Freund der Maske, insbesondere wenn man sechs Stunden im Zug sitzt, aber wenn tatsächlich nachgewiesen werden kann, das ist wieder jenseits meiner Kompetenz, dass dadurch signifikant Gesundheitsschäden verhindert werden, dann würde ich auch eine Maske für vertretbar halten, allerdings nur dann, wenn es wirklich Sinn macht und wenn der Eingriff dadurch eben überschaubar ist. Wie gesagt, 20 Minuten im Bus finde ich jetzt nicht so wahnsinnig signifikant, aber eben die gleichen Kinder nachher in der Schule dann zu sehen, dann stellt sich die Frage der Eignung. Tatsächlich der letzte Punkt mit dem FFP2 und dem Ausatmungsventil, da muss ich ganz ehrlich sagen, da delegiere ich meine Kompetenz beziehungsweise gestehe da sachlich nicht viel zu sagen zu können zu der medizinischen oder infektiologischen Seite dieses Problems. Allerdings auch hier wieder der Punkt, wenn wir dort angekommen sind, dass wir Fremdschutz durch Selbstschutz ersetzen, also wir sagen, wir schaffen bestimmte Schutzmaßnahmen ab, weil jeder, der in der Lage ist oder der gefährdet ist, in der Lage ist, sich selber zu schützen, durch Impfung, durch andere Schutzmaßnahmen, Hygienemaßnahmen, Sonstiges, dann muss das natürlich auch eine Auswirkung auf die Antwort auf diese Frage haben. Ich glaube, ich habe keinen... Gut, dann sagen wir auch ganz herzlichen Dank und wir haben das ja auch zeitlich noch gut getimt und wir entschuldigen uns auch bei Frau Professor Dr. Gunda Vogts, die ein bisschen warten musste, Entschuldigung dafür, aber manchmal muss man eben ein bisschen flexibel sein und ich glaube, das ist auch gut so. Ja, Frau Professor Dr. Vogts, wir warten auf Ihren Vortrag und sind ganz gespannt, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Vorsitzende der Ausschüsse, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Zuhörende, ich freue mich sehr, dass Sie mich wieder, muss ich ja sagen, eingeladen haben. Ich spreche heute in meiner Rolle als Wissenschaftlerin und Hochschullehrerin, die sich mit Kinder- und Jugendforschung und mit Kinder- und Jugendarbeit primär beschäftigt zu nehmen. Ich habe nochmal ein paar Zahlen nachgeguckt. Mit Stichtag 31. 12. 21. haben wir in Deutschland 13,9 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und davon lebt etwa eine halbe Million bei Ihnen in Schleswig-Holstein. Viele dieser jungen Menschen bewegt die Frage, wie sie sich auch stellen, wie geht es weiter mit Corona, aber genauer beschäftigt die jungen Menschen, wie geht es für mich weiter, wie kann ich jetzt mein Leben gestalten. Das fragen sich die jungen Menschen, vor allen Dingen auch deshalb, weil uns Studien immer wieder aufgezeigt haben, dass in den letzten zweieinhalb Jahren ihre Interessen und ihre Bedürfnisse ziemlich weit in den Hintergrund gerutscht sind. Bei allem, was Sie entscheiden, ist mir vor allen wichtig wichtig zu sagen, Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein sind nicht an erster Stelle die Zukunft ihres Bundeslandes, sondern sie sind zuallererst eine Generation der Gegenwart. Wir sprechen in den politischen Diskursen oft anders drüber, deshalb ist mir wichtig, das zu betonen, junge Menschen leben, wie wir Erwachsenen auch im Hier und jetzt und ihre Zukunft entscheidet sich daran, wie sie in Rahmenbedingungen, die sie politisch maßgeblich schaffen, in der Lage sind, die Kernherausforderungen ihres Aufwachsens zu bewältigen. Da habe ich in der Anhörung im Landtag lange drüber geredet, die Verselbstständigung, die Qualifizierung und die Selbstpositionierung, das können Sie da nochmal nachlesen, möchte ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Mir ist aber wichtig, dass Sie in Ihren Anträgen aus der Pandemie in die Endemie und auch im fundierten Interessen dieser jungen Generation ganz besonders in den Blick nehmen. Das wollen Sie auch, sonst hätten Sie manche Menschen heute hier vielleicht gar nicht eingeladen. Der wesentliche Maßstab für das Aufwachsen der jungen Menschen in unserem Land hat eine menschenrechtliche Perspektive und Grundlage, das möchte ich noch einmal betonen, und zwar die UN-Kinderrechtskonvention. Da steht in Artikel 3 Wohl des Kindes in Absatz 1 formuliert, das bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden und Gesetzgebungsorganen getroffen werden, dass Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt ist, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Das ist der Job als Abgeordnete und das ist nicht ganz einfach, schon gar nicht in den Krisenzeiten, in denen wir uns bewegen. Deshalb möchte ich aus meiner wissenschaftlichen Perspektive so ein paar ausgewählte Aspekte auf einer empirischen Grundlage versuchen, ihnen mit auf den Weg zu geben. Ich möchte mich erst mal beziehen auf die Jugend- und Corona-Studien, in denen in drei Erhebungswellen vor allen Dingen Jugendliche und junge Erwachsene befragt worden sind und möchte Ihnen einen Auszug aus den Ergebnissen noch mal vor Augen hören. Ein Ergebnis ist, dass mehr als die Hälfte der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen angebt, dass ihnen in der Pandemie viele soziale Kontakte weggebrochen sind. Ein bisschen weniger sind 43 Prozent von sich selbst, dass sie sich unsicher im Umgang mit anderen Menschen fühlen und führen das auf die Maßnahmen in der Pandemie zurück. Knapp 40 Prozent und das ist jetzt eine schöne Botschaft, finde ich, geben an, dass sie Gesprächspartnerinnen und Vertrauenspersonen in der Jugendarbeit und in Sportvereinen gefunden haben in der Zeit. 42 Prozent sagen, dass sie sich besonders psychisch belastet fühlen, also sagen sie selber von sich. Knapp 44 Prozent sagen, dass die Geldsorgen seit der Pandemie gestiegen sind. Die letzte Erhebung war Ende 2021. Wir können davon ausgehen, dass die Werte mit den Krisen wahrscheinlich gestiegen sein werden. Und letzte Aussage oder Ausdruck aus dieser Studie, der Aussage, dass die Situation von jungen Menschen den Politikerinnen wichtig sei, stimmen 70 Prozent gar nicht oder eher nicht zu. Das ist ein Zeichnis für unsere Demokratie, das nicht so besonders gut ist. Was bedeuten diese empirischen Erkenntnisse jetzt gesellschaftspolitisch und auch mit Blick auf ihre Anträge aus meiner Sicht. Sie bedeuten für mich einmal, dass wir dafür sorgen müssen, dass junge Menschen Begegnungsorte zur Verfügung stehen, an denen sie Freundschaften schließen können und auch Erwachsene treffen, denen sie vertrauen können und von denen sie sich unterstützt fühlen. Es bedeutet, dass junge Menschen Unterstützung brauchen, wenn sie die Erfahrungen der letzten Monate und das Leben in Überforderungssituationen sie besonders psychisch belastet hat. Es bedeutet, dass wir dafür sorgen müssen, dass alle jungen Menschen in gesicherten finanziellen Rahmenbedingungen aufwachsen können, ohne Existenzängste zu haben. Und es bedeutet, oder wir müssen dafür sorgen, dass junge Menschen positive Demokratieerfahrungen machen können, dass sie erleben, dass ihre Meinungen auch, aber nicht nur von politisch Verantwortlichen gehört werden und Auswirkungen hat. Meine Empfehlungen dazu lauten jetzt noch etwas konkreter gefasst, vor dem Hintergrund von Studien, die wir in Hamburg gemacht haben, vor allem im Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, wo wir über 100 Jugendlichen Gruppendiskussionen befragt haben, über 150 Einrichtungen befragt haben, also die Fachkräfte und so weiter. Das ist die Basis, also eine Befragung innerhalb der Kinder- und Jugendarbeit, auf dieser Basis einige Empfehlungen. Für junge Menschen ab dem Grundschulalter gibt es in Deutschland zwei wesentliche sogenannte institutionelle Gefüge des Aufwachsens, die Schule und die Kinder- und Jugendarbeit. Das können Sie schön im 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung nachlesen. Für die Ausgestaltung beider Orte tragen Sie landespolitische Verantwortung. Mit Verweis auf die zitierten Studien ist es wichtig, dass junge Menschen diese institutionellen Gefüge als Kontaktorte zu anderen jungen Menschen, also zur Peer- Vergemeinschaftung und auch zum Aufbau von außerfamiliären stärkenden Bindungen zu Erwachsenen gerade in Krisenzeiten dringend benötigen. Deshalb zunächst mit Blick auf die Ausgestaltung des Schulsystems bedeutet das aus meiner wissenschaftlichen Perspektive an erster Stelle, sorgen Sie dafür, dass im Schulalltag genügend Freiräume vorhanden sind, in denen insbesondere Jugendliche sich informell begegnen können. Dazu gehören geöffnete Schulkantinen, genügend Freiräume in Pausen- und Unterrichtssettings und vor allem eine Reduzierung der Leistungsanforderungen, die über die eigentliche Schulzeit hinausgehen. Junge Menschen können nicht das an Lernstoff aufholen, was sie in den letzten zwei Jahren aufgrund des Distanzlerns, ihrer in der Pandemie persönlichen Sorgen, ihrer eigenen Isolations- und Krankheitszeiten, wie die der Lehrpersonen verpasst haben. Aufholen nach Corona, wie es ein Bundesprogramm heißt, ist in diesem Sinn ein vorsichtig gesprochen seltsamer Slogan. Ich würde mal vorschlagen, Leben jetzt gestalten wäre vielleicht ein besseres Wort. Sorgen Sie dafür, dass genügend Schulsozialarbeiterinnen zur Verfügung stehen, wie Kinder und Jugendliche in ihren persönlichen Problemlagen, wie auch in denen durch schulische Leistungsansprüche entstehenden Herausforderungen begleiten und unterstützen. Sorgen Sie dafür, dass der Ausbau des Ganztags nicht eine Verlängerung der Unterrichtszeit und eine Verlängerung des Arbeitstages junger Menschen wird, sondern dass Ganztagsbildung umgesetzt wird und nach dem Ganztag dann noch Schluss mit Schule ist. Dies geht durch verbindliche Qualitätsstandards. Sorgen Sie dafür, dass Schulen Orte der Partizipation von jungen Menschen, Orten des Demokratielebens und nicht nur des Demokratielernens werden. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, steht, als im 16. Kinder- und Jugendbericht, wie das gehen könnte. Zweites institutionelles Gefüge, die Kinder- und Jugendarbeit. Sie ist in Paragraf 11 SGB VIII ausdrücklich als Gestaltungsort von jungen Menschen, anders gesagt, als ihr Freiraum kreiert. Und dafür gilt, dass Jugendliche in unseren Erhebungen immer wieder beschreiben, dass diese Einrichtung für sie selbst wichtige Unterstützungsorte gerade in schwierigen Zeiten sind. Kern dessen ist die dort stattfindende kontinuierliche Beziehungsarbeit. Diese benötigt ausreichend gesicherte hauptberufliche Fachkräftestellen, um Angebote für Kinder und Jugendliche zu ermöglichen, wie eine Förderung und Unterstützung ehrenamtlich Engagierter, auch durch zum Beispiel kostenfreie Aus- und Fortbildung. Dazu können sie durch die Verführungsstellung von genügend Geld und auch das Einwirken auf die Kommunen in ihren Wahlkreisen einen Beitrag leisten. Jugendverbände bezeichnen wir wissenschaftlich als Werkstätten der Demokratie. Nutzen sie als Abgeordnete diese, um mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam verlässliche Beteiligungsstrukturen für junge Menschen aufzubauen, auf Landes- wie auf kommunaler Ebene. Digitale Medien, noch als ein wichtiger Punkt, sind wichtiger Teil der Kommunikation um Kinder- und Jugendleben, die nach wie vor wirklich sehr schlechte Ausstattung von Kinder- und Jugendarbeit mit moderner digitaler Technik, Software-Lizenzen, guten WLAN-Verbindungen und auf einem angemessenen IT-Support ist demnach absolut nicht angemessen, bringen sie ihr Förderprogramm auf den Weg. Ich möchte kurz noch den Blick auf zwei besondere Zielgruppen an Kindern und Jugendlichen werfen. Einmal geht es mir um die jungen Menschen, die in stationären Angeboten der Hilfen zur Erziehung leben und für die entsprechend dann auch das ein wichtiges institutionelles Gefühl des Aufwachsens ist. Hier möchte ich konkret mich auf die Isolationspflicht beziehen und noch mal sagen, dass die Isolationspflicht vor allen Dingen für diese jungen Menschen eine nicht hinnehmbare Situation ist. Sie müssen sich ausmalen, was das bedeutet, wenn sie in den stationären Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung leben, wo es Gemeinschaftsräume gibt, Kinder und Jugendliche, die dort in Isolationspflicht sind, sind in der Regel in ihre Zimmer geschickt worden, das Essen ist vor die Türen gestellt worden und Kontakte sind kaum möglich gewesen. Also das noch mal ein ganz anderes Argument, Isolationspflichten im Kinder- und Jugendalter auf jeden Fall abzuschaffen. Wichtig ist mir mit Blick auf diese Zielgruppe auch noch mal, dass in den unsicheren Zeiten, in denen wir nicht nur durch die Pandemie leben, die Beendigung der Hilfen mit dem 18. Geburtstag, das sogenannte Living Care, für mich mindestens eine menschenrechtlich fragwürdige Handlung ist. Das gilt insbesondere auch für junge unbegleitete Flüchtlinge. Gerade diese jungen Menschen brauchen eine längere Begleitung als die bis zum 18. Lebensjahr. Die zweite Gruppe sind die jungen Menschen mit Behinderung. Die haben wir auch in einem Forschungsprojekt besonders befragt. Da wird aus Sicht von jungen Menschen mit geistigen Behinderung noch mal deutlich, welche besonderen Barrieren und Einschränkungen sie bisher in der Pandemie hatten. Da haben wir seit Juni 2021 das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, das im SGB VIII aufgegangen ist. Hier ist noch mal festgeschrieben, was ja auch in der UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich schon steht, dass auch diese jungen Menschen ein Recht auf Teilhabe an der Gesellschaft haben. Es ist hier ein besonderer Auftrag, das in Pandemiezeiten im Blick zu behalten und den Prozess des inklusiven SGB VIII voranzubringen. Ich komme zum Schluss. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind von den aktuellen Krisen besonders betroffen und verunsichert. Sie als Abgeordnete sind der UN-Konvention über die Rechte von Kindern verpflichtet. Bitte haben Sie das im Blick, wenn Sie sich hier austauschen und Entscheidungen treffen. Ich danke Ihnen an der Stelle für Ihr Engagement in unserer Demokratie, Ihre Einladung und Ihr Gehör und vor allem auch die Chance, diese vielleicht etwas ganz andere Perspektive in Ihre Beratungsprozesse heute einzubringen. Dankeschön. Ja, auch von unserer Seite ganz herzlichen Dank, Frau Prof. Dr. Vogts. Und ich eröffne die Fragerunde zu diesen beiden Vortragenden. Prof. Becker ist ja schon sozusagen befragt worden. Gibt es Fragen aus den Reihen der Abgeordneten von der CDU? Sehe ich nicht. Dann weitere Fragen. Ja, Jasper Walke von der Partei Bündnis 90 und nicht die Grünen. Ja, schönen Dank für Ihre Vorträge. Ich habe eine Frage an Frau Professorin Vogt. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie auch so viele jetzt Empfehlungen an uns als Politik gegeben haben im Umgang mit Kinder und Jugendlichen auch jetzt retrospektiv gesehen nach der Pandemie oder im weiteren Umgang damit jetzt. Ich würde Sie aber auch nochmal fragen, weil es ja immer sehr viele auch Ideen der Partizipation von Kinder und Jugendlichen und zwar der verbindlichen Partizipation von Kinder und Jugendlichen an politischen Entscheidungsprozessen gibt. Da gibt es ja viele Vorschläge, die im Raum liegen und ich würde Sie einfach mal fragen, was da Ihre Empfehlung auch wäre, um eben in der nächsten Pandemie, die dann eventuell kommen könnte, eben nicht hinterher dazustehen und wieder zu sagen, ja, jetzt haben wir die Kinder und Jugendlichen vergessen. Und eine Frage habe ich auch noch an Frau Dr. Martic. Und zwar würde ich Sie darum bitten, dass Sie noch einmal auch aus medizinischer Perspektive darlegen, wie ist die klare Unterscheidung, wenn ein Corona-Test positiv ist und ich keine Symptome habe, keinerlei Symptome, der Test ist allerdings positiv, wie hoch ist dann noch das Ansteckungsrisiko, ist überhaupt eines da, dass ich das Virus weitergeben kann? Und da fände ich einfach mal spannend, wie Sie da noch das Risiko einschätzen und vielleicht sagen Sie in dem Atemzug auch ein, zwei Punkte noch, wie sich das unterscheidet zwischen geimpften und nicht geimpften Menschen, wie es sich da mit der Viruslast verhält, das fände ich noch mal ganz spannend, hier an der Stelle darzustellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich sehe zwei Hände hochgehen, einmal von Frau Schiebe und dann vom Abgeordneten Heiner Gag. Frau Schiebe, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Inputs. Ich habe auch eine Frage an Frau Vogt. Sie haben über die Bedeutung der Begegnungsorte und auch im Hinblick darauf, dass es dann Gespräche auch mit Erwachsenen braucht. Die Frage, die ich mir stelle, ist, inwieweit müssen wir dann aber auch die Fachkräfte vorbereiten, das, was sozusagen von den Kindern entgegengebracht wird, dann auch adäquat zu bearbeiten, denn das ist ja auch noch mal eine enorme Last, wenn dort jetzt natürlich auch noch mal viel mehr Punkte angesprochen werden. Haben Sie da Aspekte, die Sie für besonders wichtig erachten? Vielen Dank. Und jetzt hat das Wort der Abgeordnete Heiner Gag. Ich habe anderthalb Fragen an Frau Dr. Marcic. Anschließend an die Frage des Kollegen Balke, würde mich interessieren, ob jenseits besonders schutzbedürftiger Einrichtungen die Frage des Ansteckungsrisikos oder welche Rolle überhaupt noch bei der Bewertung in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, Übergang von pandemisch zu endemisch, bei der Risikobewertung die Frage des Ansteckungsrisikos noch eine Rolle spielt. Und weil ich das vorhin tatsächlich vergessen habe, als die Herren Rupp, Fikenscher und Streeck da waren, ist es zutreffend, dass die Mutationsgeschwindigkeit des SARS-CoV-2-Virus im Vergleich zu den Influenzaviren um ein Vielfaches langsamer ist, dass also auch bei der Kommunikationsstrategie, auf die hoffentlich jetzt auch mal der Bund umschwenkt, wir uns davor hüten sollten, permanent Angst vor neuen Virusvarianten, die vermeintlich wieder gefährlicher, ansteckender oder auch letaler werden könnten. Ich weiß, dass Sie die Frage nach der Mutationsgeschwindigkeit beantworten können, ich vermute es jedenfalls. Vielen Dank, Herr Dr. Gag. Dann haben wir eine Frage vom SSW, von dem Abgeordneten Christian Dürschauer. Ja, vielen Dank zunächst auch von mir. Zwei ergänzende Fragen an Frau Dr. Marges. Sie sprachen noch von der fehlenden fachlichen Expertise in den Pflegeeinrichtungen im Verhältnis dann und im Vergleich zu den Krankenhäusern. Was würden Sie da uns sozusagen noch an konkreten Handlungsempfehlungen vielleicht mit auf den Weg geben? Zweitens, nun werden wir uns demnächst ja hier auch einer Anhörung zur Situation im EGD widmen. Trotzdem, wo wir Sie schon da haben, wie bewerten Sie denn die aktuelle Arbeitsfähigkeitssituation, Belastungssituation in den Gesundheitsämtern. Was wollen Sie uns hier und heute gerne noch mit auf den Weg geben? Wir haben eine große Aufmerksamkeit heute. Ja, herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann hat das Wort zunächst einmal Frau Dr. Anne Marges. Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich fange mal mit der Frage an vom Abgeordneten Gag zu den schutzbedürftigen Einrichtungen oder welche Rolle das Ansteckungsrisiko noch spielt. Das Ansteckungsrisiko ist für bestimmte Gruppen relevant, aber nicht mehr für die Gesamtbevölkerung. Das Virus ist tatsächlich sehr weit verbreitet, wird auch überall übertragen, wird auch übertragen von nicht getesteten Personen, die eben asymptomatisch sind. Und insofern ist es nicht mehr sachgerecht, jetzt Maßnahmen zu ergreifen, die auf eine Verhinderung des Ansteckungsrisikos pauschal zielen. Und damit komme ich zu der Frage, was sagt ein positiver Test? Das kommt immer darauf an, in welcher Phase der Infektion man sich gerade befindet, welche Phase der Infektion man erwischt. Das ist ja mit einem positiven Test noch nicht gesagt. Es wird, wenn es ein Antigentest ist, genügend ausgeschieden, dass er noch reagiert, wobei der Antigentest ja auch mal falsch positiv sein kann und dann PCR-Lätze Sicherheit gibt. Aber das ist eben sehr unterschiedlich, wie hoch die Virus-Ausscheidung dann tatsächlich ist und wie die Übertragbarkeit ist. Nur es spielt auch pauschal eben, über die Gesamtbevölkerung betrachtet, keine Rolle mehr, wie viele positive Tests da noch sind. Symptomatische Personen haben eine relevante Virus-Ausscheidung und übertragen am meisten. Also sind die größte Gefährdung für Dritte. Und asymptomatische Personen gibt es überall. Und da muss man jetzt nicht auf die gucken, die sich zufällig testen lassen und die rauspicken und bei denen Maßnahmen ergreifen. Das war mein Anliegen mit dem Ziel, das Ziel vor Augen zu haben, um was geht es uns eigentlich. Es geht eben nicht mehr darum, jegliche Infektion zu erkennen. Und wir müssen nicht mehr auf die Inzidenzen starren. Die Inzidenzen sind nicht mehr leitend für die Ableitung von Maßnahmen. Die Frage zur Mutationsgeschwindigkeit. Ja, das kann ich tatsächlich nicht so genau sagen, wie die Mutationsgeschwindigkeit des SARS-CoV-2-Virus ist. Es mutiert immer wieder. Die Frage ist ja, die eigentlich relevant ist, wozu führt das? Wie wirkt sich das aus, diese Mutationen? Es sind viele Mutationen aufgetreten. Es werden immer wieder neue Varianten festgestellt. Aber die Auswirkungen sind ja bisher zumindest nicht, haben nichts geändert, war nicht gravierend. Es war weiterhin so, dass trotz Immun-Escape, die dann dazu geführt hat, dass eine Infektion stattgefunden hat, aber eine schwere Erkrankung verhindert wurde. Und bei allen bisher aufgetretenen Varianten sind keine schweren Erkrankungen bei geimpften Personen aufgetreten. Das kann sich natürlich jederzeit ändern, das weiß man nie. Aber bisher ist das die Erkenntnis. Und insofern ist das Thema Mutation ist ein relevantes im Hinblick darauf, gibt es nochmal eine Variante, die schwere Verläufe macht und die Immunflucht dergestalt macht, dass man schwer erkrankt trotz Impfung. Das ist eigentlich die einzige interessante Frage. Deswegen muss man auch weiter auf Varianten gucken und deswegen finden Sequenzierungen statt und Untersuchungen der Viren. Aber ich würde das bei der Kommunikation auf keinen Fall in den Vordergrund stellen, weil es immer auf die Auswirkungen der Variante ankommt und nicht darauf, wie schnell das Virus sich jetzt verändert. Ja, es wird ja ein bestimmter Anteil sequenziert. Das ist ja auch vorgegeben. 5 bis 10 Prozent der nachgewiesenen Viren. Und da gibt es ja dann immer, also ob das die Schnelligkeit war bisher ausreichend. Und es gibt ja auch Labore, die darüber hinaus sehr aktiv sind, auch in Schleswig-Holstein. Und die Varianten erkennen. Also bisher gibt es keinen Grund zu sagen, es wurde nicht genug sequenziert. Aber man muss, darf das natürlich auch nicht nachlassen. Also das ist weiterhin, hat das eine Bedeutung. Ja, die fachliche Expertise in Pflegeeinrichtungen, damit meinte ich, vielen Dank für die Frage, finde ich eine sehr wichtige Frage, sehr relevante Frage. Damit meinte ich natürlich die Hygienefach-Expertise. Es ist ja in medizinischen Einrichtungen geregelt, ich hole ein bisschen weiter aus im § 23 im Infektionsschutzgesetz, dass dort bestimmte Hygienemaßnahmen einzuhalten sind, die Kringko-Empfehlungen der Maßstab sind und die Länder landesrechtliche Regelungen machen müssen zur Ausstattung mit Hygienefachpersonal. Das ist auch alles geregelt und etabliert in den medizinischen Einrichtungen. Das ist in den letzten zehn Jahren zunehmend gut etabliert worden. Und eine vergleichbare Regelung gab es für Pflegeeinrichtungen nie, weil Pflegeeinrichtungen nicht zu den medizinischen Einrichtungen zählen. Das beantwortet übrigens auch so ein bisschen die Frage, kann man das in die Verantwortung der Krankenhäuser zurückgeben? Natürlich, es ist auch dort geregelt und die Expertise ist vorhanden und das Management wird mit Fachexpertise im Krankenhaus gemacht. Es besteht kein Bedarf, Expertise vor Ort zu ersetzen durch rechtliche Regelungen, weil diese Regelungen sind vorhanden und das Management im Krankenhaus funktioniert oder in medizinischen Einrichtungen. So, jetzt komme ich zur Pflege. In den Pflegeeinrichtungen gibt es eben so eine Regelung noch nicht. Es gibt zwar Einrichtungen, die haben Hygienebeauftragte in der Pflege, aber was man auch auf jeden Fall braucht, ist Hygienefachpersonal. Und es ist ein Unterschied, ob jemand eine Hygienefachkraft ist, eine weitergebildete Fachkraft, Pflegefachkraft mit Fachweiterbildung, so wie es zum Beispiel OP-Weiterbildung oder Anästhesie-Weiterbildung gibt, gibt es eben auch Hygieneweiterbildung oder ob man einen Hygienebeauftragten hat. Die Hygienefachkraft legt die Maßnahmen fest, legt fest, was in den Hygieneplan kommt und gibt den fachlichen Input und die Hygienebeauftragten begleiten die Umsetzung bei der Arbeit vor Ort. Die haben zwei ganz unterschiedliche Qualifikationen und zwei ganz unterschiedliche Aufgaben und die können sich nicht gegenseitig ersetzen. Das geht nicht. Man braucht beides. Und leider ist im Infektionsschutzgesetz das Wörtchen oder eingefügt bei den Regelungen, die etabliert werden sollen für Hygiene. Hygienebeauftragte oder Hygienefachkraft in der Pflege. Das halte ich auch für nicht sachgerecht. Das ist aus besagtem Grund unterschiedliche Qualifikationen, unterschiedliche Aufgaben. Es wäre schön, wenn das Land die Möglichkeit hätte, das sachgerecht zu regeln. Ob das mit der Rechtsgrundlage wie das geht, das muss man dann noch mal prüfen. Aber das muss ja auch nicht so sein, dass jede Pflegeeinrichtung eine Hygienefachkraft hat. Die kann eine externe Beratung machen und kann das einmal im Jahr machen oder zweimal im Jahr, je nach Bedarf. Aber es muss eben diese Expertise mit einfließen. Sonst habe ich einen Hygieneplan, in dem steht nicht das drin, was ich eigentlich brauche und ich habe nicht die richtige Basis für die Umsetzung der Hygienemaßnahmen. Zur Situation im ÖGD. Ja, im Moment ist es, zumindest kann ich das für unser Amt sagen, ist es handelbar, alles gut handelbar. Es ist auch so, dass natürlich die SARS-CoV-2-Meldungen das Meldewesen fluten, also unsere Meldestelle fluten und da viele Meldungen eingehen. Aber es ist ja im Moment nicht mehr der Bedarf, darauf zu reagieren. Jedenfalls nicht pauschal auf alle Meldungen, sondern nur in bestimmten Settings und bei bestimmten Konstellationen. Und insofern ist das im Moment gut handelbar. Es ist ja auch so, dass die personelle Verstärkung spürbar ist und noch vorhanden ist, zum Teil verstetigt wurde in den Ämtern. Das ist ganz schön. Aber es ist auch so, dass wir uns weiter auf andere Aufgaben, die wir haben, konzentrieren müssen und weg müssen von diesem SARS-CoV-2-basierten Arbeiten. Das ist überhaupt nicht mehr die Zeit, wo man sich jetzt darauf, da einen Schwerpunkt setzen muss. Und das ist mir auch ein Anliegen, dass wir die anderen Aufgaben auch wieder, auch im Infektionsschutz, die anderen Aufgaben auch wieder wahrnehmen. Wenn ich darf, würde ich noch zur FFP2-Maske mit Expirationsventil was sagen. Also die FFP2-Maske mit Expirationsventil ist ja ein Instrument des Artenschutzes. FFP2-Masken sind generell als Instrument des Arbeitsschutzes eingeführt worden. Und weil die so dicht sitzen und das Arbeiten unter FFP2-Masken so schwer ist, gibt es auch die mit Expirationsventil. Das ist also rein der individuelle Schutz. Wenn ich den individuellen Schutz brauche, weil ich eine Exposition habe mit einem Erreger oder einem Schadstoff, wo ich eine FFP2-Maske brauche, muss die lange tragen, will mir die Arbeit erleichtern, kann ich eine mit Expirationsventil nutzen. Aber wenn ich jetzt über Drittschutz rede und Verwendung von FFP2-Masken im Zusammenhang mit Drittschutz, dann geht natürlich ein Expirationsventil nicht, weil da atme ich ja alles aus, was ich in mir habe. Und zu FFP2-Masken generell muss man auch sagen, das ist eben genau die Frage, um die es jetzt geht. Sollen die eigentlich noch eine Rolle spielen? Sollen die eine Rolle spielen zum Drittschutz und sollen die in der Bevölkerung eine Rolle spielen? Da kann ich nur mich den Kollegen anschließen, dass FFP2-Masken in der Bevölkerung nicht das geeignete Instrument sind. Ich sehe jeden Tag im öffentlichen Raum Tragen von FFP2-Masken. Ich sehe jeden Tag Anwendungsfehler, wo ich mir nur die Haare raufen kann. Es gibt immer noch diese Klassiker, die hier die große Lücke haben oder an den Seiten die Lücke oder auch unten. Und das muss man einfach wissen. Eine FFP2-Maske schützt nur dann, wenn sie komplett dicht sitzt. Es gibt dafür Dichtsitzprüfungen für den Arbeitseinsatz. Die macht natürlich keiner von der Bevölkerung. Das ist ja auch aufwendig. Und die sitzen eben, wenn die nicht dicht sitzen, dann schützen sie nicht. Dann sucht sich die Luft den Weg des geringsten Widerstandes an der Maske vorbei und dann schützt sie schlechter als ein dicht anliegender Mund-Nasen-Schutz. Und das sagt eigentlich schon, dass die Regelung von FFP2-Masken für die Bevölkerung nicht angemessen ist. Die muss sich mit dem Mund-Nasen-Schutz schützen. Und die FFP2-Maske muss wieder zurück in professionelle Hände, wo damit auch richtig umgegangen wird. Und wenn wir an dem Punkt sind, wo es nur noch um Individualschutz geht, dann kann man Expirationsventil auch wieder zulassen. Vielen Dank, Frau Dr. Macic. Ich sehe keine weiteren Fragen. Und wir kommen dann zu den Antworten von Frau Dr. Gunda Vogts. Frau Vogts, Sie haben das Wort. Genau. Wenn ich es mir richtig notiert habe, dann gab es zwei Fragebereiche, die jetzt konkret an mich gestellt waren. Das ist einmal nochmal die Nachfrage zu der Beteiligung von jungen Menschen, nicht nur, aber auch in Krisenzeiten. Und das andere war die Frage nach den Fachkräften. Fangen wir mit der Beteiligung an. Meine Sicht ist da sehr deutlich, wir brauchen eine breite Beteiligung und damit breite Beteiligungsform. Also Sie haben mich ja gefragt, was da jetzt mein prioritärer Vorschlag wäre. Ich priorisiere nicht eine Form von Beteiligung junger Menschen. Wir haben gesellschaftssystemisch angelegt mindestens drei Strukturen, gerade sie in Schleswig-Holstein, wo sie, wie ich finde, von der Gesetzgebung her eine gute Grundlage haben. Wir haben die Jugendparlamente oder Kinder- und Jugendvertretungen heißen sie auch oft, die sich vor allen Dingen auf den kommunalen Ebenen beziehen. Wir haben die Schülervertretung als eine institutionalisierte Form in der Schule mit, aus meiner Sicht, leider zu wenigen Rechten. Und wir haben die Jugendverbände, Jugendorganisationen, die von der kommunalen Ebene bis zur Landesebene wirken. Und das erst mal, wenn ich in einer gewissen Institutionalisierung gucke, denke ich, sind das die drei Ebenen der Beteiligung oder die drei institutionellen Gefüge der Beteiligung, die sie systematisch einbeziehen sollten. Und das muss dann leider auch zu anderen Zeiten gemacht werden, als diese Veranstaltung jetzt zum Beispiel stattfindet. Wichtig ist mir an der Stelle, dass Beteiligung, je jünger die jungen Menschen sind, vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene Sinn macht. Und damit ist es etwas, was in der Verantwortung von ihnen in den Wahlkreisen liegt. Und ich glaube, da kann es einfach nur ein Appell sein, an jede einzelne, jeden einzelnen Abgeordneten zu gucken, wie viel Platz in meinem Kalender ist eigentlich für das konkrete Gespräch mit den jungen Menschen. Weil das ist das, was die jungen Menschen in den Befragungen immer wieder sagen. Wir sind nicht gehört worden, mit uns ist nicht gesprochen worden und so weiter. Da hat sich eine Menge innerhalb der Pandemielaufzeit auch getan, einfach durch die digitalen Formate, die dann entstanden sind. Und wenn man mit jungen Menschen darüber ins Gespräch kommt, geben die interessierte, positive Antworten darüber. Und wenn es nur eine halbe Stunde war, die sie mit aus ihrem Gefühl politisch Verantwortlichen im Gespräch waren. Also das ist, glaube ich, eher nochmal so eine breite Antwort zu sagen. Also von der örtlichen Ebene bis zur Landesebene gibt es eine Menge Form mit beteiligt, junge Menschen zu beteiligen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Etwas Wichtiges in diesen Beteiligungsformen, wie bunt sie dann auch sind, ist, dass das bei jungen Menschen, nach das wissen wir aus Befragung, immer dann zu Frustrationen führt, wenn sie gar nicht wissen, was mit ihrer Beteiligung eigentlich passiert ist. Jetzt ist es ja mit den Interessen der jungen Menschen auch nicht anders als mit allen anderen Interessen in unserer Gesellschaft. Nicht alles, was an sie herangetragen wird, kann umgesetzt werden. Trotzdem ist es in den politischen Prozessen wichtig zu wissen, wo das, was man geäußert hat, irgendwie Wirkung gezeigt hat, weiter diskutiert worden ist und wo das vielleicht zu Veränderungen geführt hat. Und das ist für mich tatsächlich mit Auftrag an die politischen Institutionen etwas, wo wir aus meiner Sicht genauer hingucken müssen. Also zu schauen, wie ist der Rücktransport an die jungen Menschen deutlich zu machen, darüber haben wir debattiert. Hier haben wir in eurem Sinne entschieden. Aber an dieser Stelle mussten wir auch anders entscheiden. So ist das in der Demokratie, weil wir viele Interessen miteinander abwägen müssen. Das ist für mich ein wichtiger Part. Und die dritte Antwort an der Stelle wäre für mich nochmal, dass dieses Gehörtwerden ja auch ganz viel damit zu tun hat, wie die Stimmen und auch die Anerkennung der jungen Menschen in den öffentlichen Diskursen vorkommt. Oder ich sage das nochmal in der Retro-Perspektive zu Beginn der Pandemie einfach nicht vorgekommen ist. Und wenn ich da so einen persönlichen Wunsch hätte, würde ich sagen, nach jeder Ministerpräsidentenrunde in den Pressestatements müssen die auch immer einen Absatz haben, wo über die jungen Menschen gesprochen wird, wo ihnen gedankt wird. Also die junge Generation hat Rücksicht genommen, hat zurückgesteckt, um andere Generationen zu schützen, um Wirtschaftsunternehmen zu schützen und so weiter. Die sind getestet worden. Ich erinnere da nochmal dran, zu Zeiten, wo wir schon lange nicht mehr getestet worden sind. Ja, also Familien kamen aus dem Urlaub. Die Kinder und Jugendlichen wurden fünf bis zehn Tage täglich getestet. Wir Erwachsenen sind an unsere Arbeitsplätze gegangen. Die Isolationspflichten waren andere. Wir haben das ja gerade in dem letzten Gesetzvorschlag gehabt, wo sie ja auch einen Beitrag dazu geleistet haben, dass es nicht wieder zu einer Ungleichzeitigkeit oder ich würde sagen zu einer Ungerechtigkeit der Maßnahmen gekommen ist. Ich glaube, das ist auch ganz etwas Wichtiges, was jungen Menschen einfach das Gefühl vermittelt. Ja, wir sind im Fokus des Interesses, das in die politischen Reden mit einzubinden und ihnen einfach auch Anerkennung zu geben für das, was sie geleistet haben, worauf sie verzichtet haben in den letzten zwei Jahren und nicht das Gegenteil zu machen, wie wir es oft tun, um im Moment sie jetzt aufzufordern, das aufzuholen, sie unter Druck zu setzen. Ja, also Punkt. Das ist mein Beitrag dazu nochmal. Die zweite Frage richtete sich ja darauf, brauchen jetzt Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit, in Schulen irgendwie nochmal besondere Ausbildung, Fortbildung. Da gucke ich eigentlich drauf und denke erstmal, nein. Also zumindest für den Bereich, in dem ich mich auskenne, die Kinder- und Jugendarbeit, würde ich sagen, nein, das ist nicht der Fall. In den Ausbildungen ist das enthalten, was die Fachkräfte brauchen. Sie müssen kommunizieren können, sie müssen etwas wissen über das Aufwachsen von jungen Menschen, sie müssen das tragen können, was individuell an sie herangetragen wird. Egal, ob sie eine Ausbildung zur Erzieherin oder innerhalb der sozialen Arbeit genutzt haben, denke ich, ist das in den Ausbildungsmodulen mit drin. Das Wichtigste für mich an der Stelle ist einfach, dass genügend Ansprechpersonen für die jungen Menschen zur Verfügung sind und wir diese Felder nicht kaputt sparen. Und das hat was mit Kontinuitäten zu tun. Wir haben in der Kinder- und Jugendarbeit gerade ein Feld, wo vor allen Dingen befristete Stellen verhandelt sind, wo Unsicherheiten sind durch die Haushaltsplanung und so weiter, wo viel mit Honorarkräften gearbeitet wird. Alles das sind Kontinuitätsbrüche und Kontinuitätsbrüche schaden den Beziehungen zu den jungen Menschen. Also die jungen Menschen selber beschreiben, ich gehe in die Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, weil da Menschen sind, von denen ich weiß, ich kann ihnen vertrauen, sie hören mir zu, sie reden nicht von oben herab zu mir, sie wollen nichts von mir, weil keine Leistungsanforderungen an sie kommen. Und wir müssen die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass es genug dieser erwachsenen Menschen in den Institutionen gibt. Und das habe ich ja vorhin deutlich gemacht, gilt für mich sowohl für die Kinder- und Jugendarbeit wie für die Schule. Und in der Schule sind es für mich da ganz stark die Schulsozialarbeiterinnen, weil sie eine andere Rolle haben als Lehrer und Lehrerinnen. Lehrerinnen sind in ihrem Auftrag begrenzt darin, diese Vertrauenspersonen sein zu können. Manchmal gelingt das, aber das ist einfach sehr schwierig in der Rolle, die sie im System haben. Also das, was junge Menschen brauchen, ist das Zuhören. Also wir hören uns ja heute auch gegenseitig zu, weil wir neue Perspektiven gewinnen wollen. Und das ist das, was Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit können müssen. Das, was an Problemlagen auftritt, die dort nicht gelöst werden können, muss in Vernetzung geregelt werden. Und das wäre vielleicht nochmal so ein Punkt, wo ich denke, ja, wir müssen mehr rein investieren, dass Vernetzungen in den sozialen Räumen vorhanden sind und das auch in den Aus- und Weiterbildungen mehr vorkommt. Weil es ist dann wichtig zu wissen, wie funktioniert zum Beispiel eine Kinder- und Jugendpsychiatrie? Was sind Wege zu Therapieplätzen? Wo gibt es Unterstützung, wenn finanzielle Probleme auftreten und so weiter? Letzter Punkt, der mit den Fachkräften zusammenhängt, das ist mir nochmal wichtig. Wo ich wirklich einen Qualifizierungsbedarf sehe, ist mit Blick auf die Umsetzung des SGB VIII. Da sind viele neue Aufgaben, da geht es um die Verfahrenslotsen, da geht es um die Umsetzung der Inklusion. Und das stellt Ausbildungssystematiken, die wir bisher haben, komplett auf den Kopf. Weil wir, wenn wir mit neuen Zielgruppen arbeiten in diesen Bereichen, auch neue Kompetenzen brauchen. Da habe ich aber leider auch bisher keine umfassende Antwort zu, sondern da sitzen wir auch in den Fachgesellschaften zusammen und diskutieren darüber. Da wäre mir nochmal wichtig, Ihnen mit auf den Weg zu geben, diese SGB VIII-Reform in Blick zu haben. Denn die Reform ist jetzt mehr als ein Jahr her und 2028 ist nicht mehr so weit weg. Und es ist eine sehr umfassende Reform, sodass Sie sicherlich gut daran tun, auch auf Landesebene das in den Blick zu nehmen, was Ihre Aufgaben und Aufträge sind. Ja, ich hoffe, ich habe die Fragen beantwortet. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Vogts. Und ich sehe auch keine Wortmeldung hier im Plenum. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Und jetzt hier für die Kolleginnen und Kollegen und die Anwesenden sage ich, wir treten jetzt in die Mittagspause ein und werden uns um 14 Uhr pünktlich hier wiedersehen. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Präsident. 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 Sie haben das Wort. Herr Präsident. 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 in Einrichtungen 14 bis 16 Stunden lang Masken zu tragen sind. Das ist sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die dort lebenden und arbeitenden Menschen eine große Herausforderung. Hier braucht es eine Klarstellung und eine Klarheit, im Zweifel auch Auslegungshinweise und Hilfen durch das dafür zuständige Ministerium. Das andere in der Eingliederungshilfe, Sie wissen es, es gibt noch immer die Pflicht für Einrichtungen, den Impfstatus mitzuteilen. Und ich muss Ihnen nicht sagen, dass das ein enormer Verwaltungsaufwand ist und dass diese Pflicht aber zum Ende des Jahres ausläuft. Und Sie alle wissen, wie belastet auch die Gesundheitsämter und Kreisbehörden sind. Das heißt, wenn ich Ihnen zum 5.10. irgendeine Meldung in den örtlichen zuständigen Träger gebe, dann ist nach aller Realitätsbetrachtung nicht damit zu rechnen, dass per Ende des Jahres irgendeine Reaktion darauf erfolgen wird in den seltensten Fällen. Zum Ende des Jahres läuft diese Pflicht aus. Und ich möchte die Sinnhaftigkeit dieser Regelung deutlich in Frage stellen, ob wir nicht die Einrichtungen auch entlasten können, indem wir diese Pflicht schnellstmöglich abschaffen. Denn sie nutzt am Ende niemanden. Ich möchte einen weiteren Blick auf den Bereich Kinder- und Jugendhilfe, also Hilfen zur Erziehung, stationäre sowie ambulante Angebote richten. Ein Bereich, der in der Tat sehr oft hinten rüberfällt. Wir neigen dazu, uns sehr auch auf den Bereich Kita zu fokussieren. Das hat eine große Wichtigkeit auch zum Funktionieren vieler anderer Berufe und vieler anderer Abläufe in der Gesellschaft. Aber wir haben nicht nur den Fachkräftemangel, sondern eben auch oft unklare Rechtslagen und sehr herausfordernde Situationen, wenn Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen sind, die über viele Monate teilweise hinweg Familien nicht gesehen haben, die über viele Monate hinweg mit ihren Bezugspersonen in den Einrichtungen unterwegs waren und in sehr kleinen Einheiten zugebracht haben. Hier braucht es gute, ergänzende Beratungsangebote, wie man diese Zeiten verarbeitet, wie man nach vorne schaut und wie man denen wieder eine Perspektive vermitteln kann an der Stelle. Zum Bereich Pflege wird die Kollegin gleich etwas sagen. Ich möchte noch auf den Bereich Kita eingehen. Es gab über lange Zeit einen sogenannten Schnupfenplan des Landes. Der hat Fachkräfte vor Ort oft in der Kommunikation mit Eltern unterstützt. Der ist ausgelaufen. Wir regen an, dass es zumindest das als Handreichung, Handreichung als Grundlage weiterhin geben könnte, damit es in der Kommunikation zwischen Einrichtungen und Eltern einfach auch eine gewisse Richtschnur und ein Setting gibt, auf das man sich beziehen kann. Außerdem erleben wir in allen Bereichen steigende Zahlen, die Fachkräfte vor Ort sind, das habe ich eingangs gesagt, einfach oft über ihren Belastungsgrad. Und wenn wir dort die Krankheitszahlen nicht auch weiter in den Griff kriegen, dann laufen wir auf größere Problemlagen zu. Damit meine ich nicht zwingend ein Testregime, das aufzubauen ist, aber vielleicht auf freiwilliger Basis die Möglichkeit zu schaffen und insbesondere nochmal in den Blick zu nehmen, welche ergänzenden Angebote, Masken, Pausenzeiten ohne Maske und so weiter können an der Stelle eigentlich gemacht werden. Das wäre ein weiteres Anliegen. Außerdem noch ein kleiner Blick in den Bereich der Migration. Ich glaube, ich muss niemandem sagen, wie gravierend die Entwicklungen in diesem Bereich im Moment sind. Auch hier müssen wir nach wie vor das Impfen, nicht nur gegen Corona, auch gegen die Grippe in den Blick nehmen. Wir haben über die Pandemie mit der letzten Landesregierung gute Erfahrungen durch mobile Impfteams gemacht. Ich möchte anregen, dass man dieses Mittel auch für die jetzt kommende Herbst- und Winterzeit verstärkt in den Blick nimmt, um auch dort viele Menschen, die in den Gemeinschafts- und Landesunterkünften sind, gut zu erreichen. Und die entsprechende Quote zu steigern. Insgesamt bitte ich Sie, den Bereich der sozialen Arbeit auch vor dem Hintergrund zu betrachten, dass wir oft und fast ausschließlich von gemeinnützig tätigen Organisationen sprechen. Gemeinnützigkeitsrecht bedingt, dass es faktisch ausgeschlossen ist, mindestens für kleine und mittlere Einrichtungen Rücklagen von irgendwelchen nennenswerten Höhen zu machen. Und an diesen Stellen merken wir zuerst und am schnellsten, wenn die Luft dünn wird, wenn es allein aus haushalterischen oder verordnungstechnischen Gründen dauert, wenn es Monate dauert, bis neue Folgebewilligungsbescheide unterwegs sind. Das führt dazu, dass auch gerade zu so einem Jahreswechsel, wie er jetzt bevorsteht, viele Strukturen zunächst wieder einbrechen werden. Es nutzt den Trägern nichts, wenn wir einen Arbeitsvertrag zum Ende des Jahres kündigen und ihn erst zum 1.3. oder 1.4. wieder beginnen können. Denn die Fachkräfte, die ohnehin in zu geringer Zahl da sind, suchen sich ganz natürlicherweise an dieser Stelle in diesen Wochen eine Alternativbeschäftigung. Die finden Sie auch, aber Sie stehen dann für diese Infrastruktur nicht mehr zur Verfügung. Ich bitte Sie also, in den Ihnen möglichen Gremien und Maßen darauf hinzuwirken, und dass wir möglichst nahtlose Finanzierungszusagen erhalten für die wichtige Arbeit vor Ort. Vielen Dank. Ja, wenn ich darf. Herr Seidner, vielen Dank. Frau Langner, Sie wollen kurz ergänzen. Auch wenn wir unsere Zeit schon ziemlich strapaziert haben, würde ich doch gerne für den Bereich Pflege noch zwei, drei Aspekte ergänzen. Natürlich gilt für die Pflege genau das, was Herr Seidner auch gesagt hat zu dem Thema Fachkräftesituation. Ich glaube, ich brauche Ihnen nicht zu erläutern, dass die zweieinhalb Jahre gerade für Pflegekräfte enorm herausfordernd und strapazierend war und wichtig ist. Und ich glaube, das ist unser Anliegen, bei allen Maßnahmen, die jetzt kommen und bei all dem, was wir versuchen, in der auslaufenden oder vielleicht nicht auslaufenden Corona-Lage zu tun, sind klare Rahmenbedingungen. Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren gerade im Bereich Pflege sehr darunter gelitten, dass es zum Teil sehr kurzfristige Maßnahmen gab, die schlecht kommuniziert wurden und die Pflegeeinrichtungen oftmals von heute auf morgen in die Situation versetzt haben, irgendwie völlig neue Rahmenbedingungen zu schaffen und Strukturen aufzubauen, die eben nicht mal so irgendwie aus dem Vorhandenen irgendwie aufzubauen waren. Wir waren sehr dankbar, dass es zur Unterstützung in der Corona-Zeit gerade auch für die Pflegeeinrichtungen einen Rettungsschirm gab. Sie alle wissen, dass der zum 30.06. jetzt ausgelaufen ist. Aber natürlich ist Corona nicht vorbei und auch die Corona-bedingten Auswirkungen sind nicht vorbei. Wir haben nach wie vor Corona-Ausbrüche in den Pflegeeinrichtungen. Wir haben nach wie vor starke Ausfälle bei den Mitarbeitenden durch Corona, auch wenn die Möglichkeit da ist, nach fünf Tagen Isolierung wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren, ist das in der Realität nicht der Fall, weil die Menschen eben einfach länger krank sind. Sie sind dann vielleicht irgendwie nicht mehr positiv oder noch positiv, leiden aber unter schweren Symptomen und sind deswegen nicht am Arbeitsplatz. Und es bedarf großer Anstrengungen, die personellen Ausfälle dann sozusagen zu kompensieren. Wir müssen das oft oder in der Regel durch Zeitarbeitsfirmen machen, die enorme Kosten verursachen, die eben in den Pflegesätzen sich nicht abbilden und damit irgendwie in wirklich auch wirtschaftlich sehr belastende Situationen für Pflegeeinrichtungen kommen. Es gibt neben den krankheitsbedingten Ausfällen durch Corona natürlich auch durch die weiteren Hygienemaßnahmen, durch die Isolationsverpflichtungen, durch die Tests, die zwar freiwillig sind, aber in den Pflegeeinrichtungen trotzdem durchgeführt werden. Zusätzliche Kosten, die in den Pflegesätzen bislang irgendwie auch nicht sich wiedergefunden haben, die wir im Rahmen des Rettungsschirms eben durch die Corona-bedingten Mehraufwendungen auch abrechnen konnten. Das können wir seit Mitte des Jahres nicht. Und wir merken, dass da eben zusätzliche Themen auf uns zukommen, die wir zwar mit den Kostenträgern verhandeln sollen, wo es aber wenig Offenheit und wenig Bereitschaft gibt, irgendwie diese Corona-bedingten Mehrkosten auch tatsächlich anzuerkennen. Und wenn, dann eben in sehr mühsamen, kleinteiligen Verhandlungen, die wir führen müssen, sodass es ein großes Anliegen von uns wäre, dieses Thema nochmal mitzunehmen. Das Thema Maskenpflicht hat Herr Seidner angesprochen. Ich will nochmal die spezifische Situation der Tagespflegen ansprechen. Gerade dort ist das permanente Tragen von Masken eigentlich irgendwie nicht umsetzbar. Und wir erleben, dass viele Menschen, die in den Tagespflegen waren, die wir zum Teil in der Corona-Zeit auch schließen mussten, wo der Betrieb so langsam irgendwie wieder angelaufen ist, jetzt irgendwie wieder rückläufig ist, weil viele Menschen sich entscheiden, irgendwie nicht in die Tagespflege zu gehen, weil dieses permanente Tragen von Masken gerade für Menschen mit demenzieller Veränderung irgendwie eine hohe Belastung ist und eigentlich gar nicht irgendwie durchsetzbar ist. Und Tagespflegen, wenn die wegfallen, haben wir eben eine zusätzliche Belastung der pflegenden Angehörigen. Wir haben Themen wie Qualität in der Betreuung, die wir irgendwie durch Tagespflegen auch auffangen können. Insofern wäre es mein wirklicher Appell, irgendwie auf diesen Bereich nochmal gesondert drauf zu gucken und auch dort über die Rahmenbedingungen nochmal zu sprechen. Einrichtungsbezogene Impfpflicht ist angesprochen worden. Da erleben wir ein sehr unabgestimmtes Vorgehen der Gesundheitsämter. Da entscheidet jedes Gesundheitsamt sozusagen aus eigener Kenntnis und Überzeugung. Wir erleben, dass jetzt irgendwie knapp zwei Monate vor dem Auslaufen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht noch Betretungsverbote verhängt werden, was wirklich gerade irgendwie bei den hochbelasteten Fachkräften irgendwie für Unverständnis sorgt. und wo wir dringend empfehlen, irgendwie klare Regelungen zu schaffen und auch unter den Gesundheitsämtern einheitliches Vorgehen zu verabreden, wie man jetzt mit den sozusagen letzten zwei Monaten noch umgehen will. Alles weist ja darauf hin, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht über den 31.12. hinaus nicht verlängert wird. Dann würde ich gerne noch irgendwie einen Satz zum Thema Impfen sagen. Sie wissen ja, dass ich mit meinem DRK-Hut, dass wir sehr in die Organisationen der Impfzentren und Impfstellen involviert waren. Wir haben das als eine sehr, sehr gute, unterstützende staatliche Struktur gesehen für das, was im niedergelassenen Bereich irgendwie läuft. Die Hausärzte und Hausärztinnen haben da Großartiges geleistet. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber die Ergänzung durch die Impfzentren war wichtig, um Zielgruppen zu erreichen, die eben nicht beim Hausarzt auflaufen, sondern die nicht regelmäßige Termine dort haben, die sowieso irgendwie eine Skepsis haben, irgendwie was solche Strukturen irgendwie angeht und die vielleicht auch aufgrund von sprachlichen Hemmnissen oder ähnlichen eher einen schwierigen Zugang haben, irgendwie zu dem Thema Impfen. Und da haben die Impfzentren und auch die mobilen Teams wirklich eine tolle Arbeit gemacht in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Ich bin froh, dass das Kabinett jetzt in dieser Woche beschlossen hat, die Impfzentren zumindest irgendwie einer geringeren Anzahl bis zum 31.03. zu verlängern. Ich würde aber dringend anraten, dass man sich mal grundsätzlich Gedanken darüber macht, ob man gerade für das Thema Impfen, nicht nur Corona, auch Grippe, auch andere Impfungen, ob es nicht Sinn macht, irgendwie noch eine Struktur zu haben, neben dem niedergelassenen ärztlichen Bereich, eben gerade für die Zielgruppen, die ich angesprochen habe, die wir eben auf dem Weg nicht erreichen. Und wir haben ja erlebt, dass gerade das Thema Impfen ein unheimlich wichtiges Thema war irgendwie bei der Bekämpfung der Pandemie. Da wird noch mehr auf uns zukommen. Da wird auch anderes auf uns zukommen. Und wir haben jetzt Strukturen aufgebaut. Wir haben Erfahrungen gesammelt irgendwie mit diesen Strukturen. Und das wäre vielleicht ja eine Möglichkeit, mal darüber nachzudenken, ob man angesiedelt an die Gesundheitsämter oder Ähnliches eine begleitende, unterstützende staatliche Struktur schafft, um dieses Thema auch weiterhin abzusichern. Ganz herzlichen Dank. Frau Langner, vielen Dank auch von mir. Ich würde jetzt Frau Priest das Wort erteilen. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete, herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Gelegenheit, hier Stellung nehmen zu können. Sie werden einige Punkte wiederentdecken, die meine Vorrednerin und mein Vorredner, Herr Seidner und Frau Langner, benannt haben, weil es einfach wiederkehrende Elemente sind, die uns im Rahmen der Pandemie auf den unterschiedlichsten Ebenen der sozialen Arbeit insbesondere beschäftigen. An meine Dienststelle sind sehr früh zu Beginn der ersten Welle, wie wir sie so nennen, sehr früh sehr dramatische Berichte gelandet und ein wesentlicher Punkt war tatsächlich die Feststellung, dass das, was Menschen mit Behinderungen sich erkämpft haben, über einen Paradigmenwechsel mit dem Blick auf der Definition, was eigentlich ist Behinderung, sprich weg von einem medizinisch defizitären Verständnis zu einem anderen Menschenbild, dass sie sich sehr schnell, sehr plötzlich mit Eintritt auch der Maßnahmen der Gutgemeinden und vielleicht auch zunächst erforderlich scheinenden Maßnahmen um Jahrzehnte zurückgeworfen gefühlt haben. Und wir haben jetzt im Rahmen der Möglichkeit der Stellungnahme mal versucht, die Vielzahl der Themen, die an uns herangetragen wurden und der Herausforderungen zu klastern und haben versucht, in vier Bereichen, die ich Ihnen heute gerne ganz kurz einmal darstellen möchte, Ihnen so ein bisschen den Wunsch und auch die Anforderungen mit auf den Weg zu geben, was bei künftigen Maßnahmen zu berücksichtigen wäre aus unseren Erfahrungen und den Erfahrungen auch der Selbstvertretungen insbesondere, die wir sehr frühzeitig auch eingebunden haben in Fragen von Reaktionen und erforderlichen Maßnahmen. Herr Seidner sprach es gerade an. Einmal das Thema Differenzierung der Personenkreise, die Gleichsetzung von Menschen mit Behinderungen zu Menschen, die im Bereich der Pflegeeinrichtungen leben, also keine spezifische Differenzierung der Personenkreise, hat dazu geführt, dass insbesondere Menschen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe mit außerordentlich restriktiven Maßnahmen belegt wurden, ihrer Freiheitsrechte tatsächlich auch beraubt wurden und das allein aus dem Anlass heraus, dass es eben sich um eine gemeinschaftliche Wohnform handelt, ohne dass differenziert wurde, ob es sich bei den Menschen mit Behinderungen um tatsächlich Zugehörigkeiten zu den besonders vulnerablen Personengruppen handelt und das kann man ja auch ganz klar heute einmal feststellen und vielleicht auch noch einmal bekannter machen, eine Behinderung bedeutet nicht zugleich, besonders vulnerabel zu sein. Und es hat, Herr Seidner, da kann ich Ihnen den Hinweis geben, es wird in dieser Woche am morgigen Freitag, soweit ich weiß, im Bundesrat dazu eine entsprechende Entscheidung geben. Wir haben die ersten Formulierungen jetzt erhalten, dass das BMAS und das BMG entsprechend reagiert haben und Regelungen angepasst haben. Meine Dienststelle ist dazu auch mit dem Ministerium entsprechend hier im Land im Kontakt, um zu sehen, wie wir diese Regelungen jetzt frühzeitig auch aufnehmen und anpassen können. Demnach gelten dann zukünftig andere Regelungen zum Thema Maskenpflicht, auch in besonderen Wohnformen. Also all das, was eben schon beschrieben wurde, was für Menschen, die in besonderen Wohnformen in der Vergangenheit bedeutet hat, quasi 24-7, außer sie befinden sich in ihrem eigenen Zimmer quasi zum Schlafen, aber ansonsten wirklich die Maske zu tragen und das in einer Situation, wo man gemeinsam Mahlzeiten einnimmt und so weiter. Das ist ja klar, dass das irgendwo auch an Grenzen stößt. Ein ganz entscheidender Punkt, den wir Ihnen heute gerne auch mitgeben möchten, ist der Erhalt und die Zugänglichkeit der Strukturen zu sichern. Das ist auch eben schon einmal angeklungen, das werden Sie heute sicherlich auch schon gehört haben und werden Sie noch weiterhin hören. Ich starte mal mit den Angeboten der Eingliederungshilfe. Werkstätten, Tagesförderstätten wurden geschlossen, besondere Wohnformen mussten kompensieren. Wenn wir auf die Eingliederungshilfe und gerade auf die besonderen Wohnformen schauen, möchte ich an dieser Stelle einmal darum bitten, zu beachten, dass mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und dem Eintritt der dritten Reformstufe für besondere Wohnformen sich ohnehin schon eine Menge auch verändert. Im Rahmen der Eingliederungshilfe ist eine Menge Bewegung. Das heißt, es ist viel Druck auch im Kessel. Und durch all das, was durch die Corona-Pandemie an weiteren Maßnahmen jetzt sozusagen obendrauf gekommen ist, was an zusätzlichen Erfordernissen, Belastungen dazugekommen ist, hat zu den von Herrn Seidner und Frau Langner auch schon beschriebenen Situationen geführt, dass die Mitarbeitenden in der Eingliederungshilfe tatsächlich völlig über das Maß der Belastbarkeit hinaus versucht haben, ihre Arbeit weiterhin gut und angemessen zu erbringen, unter wirklich schwierigsten Bedingungen. Für die Menschen mit Behinderung war das natürlich eine enorm belastende Situation. Uns sind Berichte zugegangen, zum Beispiel von Menschen, die miteinander verpartnert sind, aber in Nachbarhäusern zum Beispiel jeweils wohnen, die sich über ein Jahr nicht besuchen durften. Und wohnen im Grunde 50 Meter voneinander entfernt. Aber aufgrund der strengen Kontaktbeschränkungen war es nicht möglich, dass diese Menschen dann zueinander kommen konnten oder miteinander wirklich auch körperlich in Kontakt treten konnten. Jeder, der in seinem privaten Leben mal darüber nachdenkt, wie es wäre, unter solche Regelungen zu fallen, bekommt eine Ahnung, unter was für einem Druck diese Menschen dort gestanden haben. Auch Ausgehverbote oder aber Verbote, auch Einkaufstätigkeiten zum Beispiel im Supermarkt selbstständig zu machen. Also Beschränkungen, die dann davon abhängen, ob nach Einschätzung der Einrichtungsleitung dieser Mensch in der Lage ist, die Hygienevorschriften vernünftig einzuhalten, wenn er dann den Supermarkt betritt und dort einkauft. Mit einer schriftlichen Sondergenehmigung, also Absurditäten, heute wissen wir mehr, damals schien es der richtige Weg zu sein. Umso besser, dass wir heute hier zusammen sind und sagen, was haben wir gelernt daraus und wo sind einfach auch Grenzen massiv überschritten worden. Auch die fehlende Tagesstruktur hat bei sehr vielen Menschen, und das nicht nur in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, sondern auch in ambulanten Wohnformen oder im normalen häuslichen Kontext, privat, einfach zu massiven körperlichen, aber auch psychischen Belastungen geführt. Es ist auch, glaube ich, heute Morgen schon angesprochen worden und erwähnt worden in der Anhörung, dass es auch zu einer erhöhten Suizidalität geführt hat. Ich finde das, ja, auch das muss ich nicht weiter kommentieren. Insbesondere Familien mit Angehörigen mit Behinderung, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben, ob jetzt Kinder oder Erwachsene oder pflegebedürftige Eltern, für die war der Wegfall unterstützender Ressourcen in dieser Zeit gnadenlos. Eine dramatische Situation in ganz vielen Familien. Wir haben dazu Stellungnahmen bekommen von unterschiedlichen Verbänden, unter anderem der Lebenshilfe oder auch dem LVKM, die das sehr drastisch und sehr klar auch beschrieben haben, wie die Situation ist und wie dramatisch die Auswirkungen dieser fehlenden Strukturen für diese Familien einfach auch waren. genannt wurden uns tatsächlich, abgesehen vom Wegfall des Besuches der Kita, da sind wir wieder auch bei Ihrem Thema, aber auch ambulante Pflegedienste, die teilweise nicht mehr gekommen sind oder auch nicht mehr in Anspruch genommen wurden, weil man Angst vor Ansteckung hatte. Vielleicht auch hier ein ganz kurzer Einzelfall eines Mannes, der die ambulante Pflege aus Angst vor Infektionen, weil er sich nicht impfen lassen konnte, vermeintlich stellte sich später dann auch anders heraus, einen derart schweren Dekubitus entwickelt hat, dass er daraufhin fast verstorben wäre aufgrund der Folgen. Also auch solche Schicksale landen dann bei uns. Das macht sehr betroffen tatsächlich und zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir genau diese Unterstützungsstrukturen irgendwie offen halten und zugänglich halten. Die Situation, auch Verschiebung geplanter Operationen, Krankenhausaufenthalte, Diagnostik, all diese ganzen Fragen haben häufig auch zu massiven Verschlechterungen des Gesundheitszustandes, insbesondere auch von Kindern und Jugendlichen geführt, die große Rückschritte bereits erworbener Kompetenzen und Fähigkeiten gemacht haben. Wir haben die Situation, dass Menschen oder Familienangehörige aufgrund der schwierigen Versorgungssituation ihren Arbeitsplatz verloren haben, weil sie einfach niemanden hatten, der sich sonst kümmern konnte. Wir haben eben auch gehört, wie bedeutsam es ist, dass wir die Mitarbeitenden in den sozialen Branchen wirklich sehr genau noch mal in den Blick nehmen und schauen, von was können wir diese Mitarbeitenden entlasten. Auch das möchte ich nicht wiederholen. Ich möchte mich nur anschließen an auch die Beschreibung von Herrn Seidner, mit welchem unglaublichem Einsatz Menschen in diesem Bereich tätig waren. Und wir haben, auch ich habe in der schriftlichen Stellungnahme den Vergleich gezogen, dass nämlich im Gegensatz zu den anderen Tätigkeiten die Arbeit mit und am Menschen nicht ins Homeoffice zu verlegen ist. Genau das ist der Punkt. Und deswegen ist es aus unserer Sicht sehr wichtig, unnötige Dokumentationspflichten, die ganzen Corona-Test-Geschichten, Dokumentationen von Besuchsregelungen und so weiter. Also alles, was irgendwie nach Stand und Erkenntnis auch wissenschaftlich heute nicht mehr erforderlich ist, dieses wirklich auch wegzulassen. Ich selber habe, bevor ich Landesbeauftragte geworden bin, für einen Träger der Eingliederungshilfe im Bereich Wohnen gearbeitet und war dort für die Koordination der Corona-Maßnahmen zuständig. Und ich habe, ungelogen, 24-7 versucht, mich durchzukämpfen, durch alle Formulare, die wir erstellen mussten, weil es keine vergleichbaren gab, versucht, die Mitarbeitenden in den Wohneinrichtungen zu befähigen, damit überhaupt umzugehen, sie korrekt auszufüllen, überhaupt Zeit zu finden, sie auszufüllen. Und was macht man nachher mit all dem? Es wird dann nachher irgendwo archiviert, da guckt nachher kein Mensch mehr drauf. Ja, also es war schon, ja, sehr schwierig. Auch ein weiterer Punkt, das wäre Punkt drei, den wir als Empfehlung gerne und ich gerne geben möchte Ihnen, ist, das ist auch schon gefallen, Handlungssicherheit für alle zu geben. Wir haben jetzt eine andere Situation. Wir haben nicht mehr diese Dynamik, wie wir sie zu Beginn hatten, wir wissen mehr. Und wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass wir Durchführungsverordnungen hatten, die sind wirklich am Freitag erlassen worden und sollten am Wochenende bereits umgesetzt werden. Das ist für all die, die in diesen Bereichen tätig sind, eigentlich kaum noch möglich gewesen. Dazu, auch das wurde eben schon angesprochen, die Situation, dass Gesundheitsämter sehr unterschiedlich lokal entschieden haben. Das heißt, wenn Sie in einem besonderen Wohnangebot zum Beispiel Menschen haben, die Angehörige in unterschiedlichen Kreisen Schleswig-Holsteins haben und dort am Wochenende zum Beispiel oder für den Sommerurlaub zu Besuch waren und wollten zurückkehren in die Einrichtung nach diesem Besuch, dann haben Sie, ich glaube, mindestens acht verschiedene Regelungen von örtlichen Gesundheitsämtern gehabt, unter welchen Bedingungen denn diese Rückkehr in die Einrichtung erfolgen darf. So etwas darf zukünftig nicht mehr passieren. Das ist nicht mehr nachvollziehbar. Frau Pries, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Ich kürze ab. Sie können das ja, wenn, dann auch der schriftlichen Stellungnahme entnehmen. Vierter Punkt wäre Sicherstellung barrierefreier Krisenkommunikation und Information. Das hat die Landesbeauftragte und mein Büro wirklich zu Beginn wesentlich beschäftigt. Zugang zu Informationen, sodass sie tatsächlich für alle auch gleichermaßen zu erreichen sind. Das sind nicht nur Informationen über Durchführungsverordnungen und Regeln, sondern auch Anmeldungen zu Impfungen, Impfportal und so weiter. Da ist eine Menge passiert, aber auch hier sehen wir doch die Gefahr, dass man schnell das Erlernte wieder vergisst und das Fehler ein bisschen schleppen lässt. Deswegen würden wir uns da sehr wünschen, wenn Sie das gut im Blick haben, dass wir Informationen und Angebote für alle gleichermaßen erreichbar und nutzbar machen. Und damit beende ich das dann jetzt auch. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Zeit, die Sie mir eingeräumt haben. Frau Pries, auch vielen Dank von mir. Dann erteile ich das Wort Herrn Hoffmann. Ja, Dankeschön. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, auch von unserer Seite vielen Dank, dass wir als Kinderschutzbund hier heute Stellung nehmen dürfen. Wir haben heute Vormittag ja schon viele Einschätzungen gehört, medizinische, epidemiologische, virologische, rechtliche Einschätzung. Das ist natürlich alles primär nicht unser Thema. Aber wir als Kinderschutzbund haben seit Beginn der Pandemie den Fokus immer wieder auf Kinder und Jugendliche gelegt und uns dafür eingesetzt, dass die besonderen Bedürfnisse, insbesondere aber auch der Schutz von Kindern und Jugendlichen, bei der Planung von Maßnahmen Beachtung finden. Auch über die Auswirkungen von Corona auf ein gutes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ist in der Zwischenzeit viel gesagt. Aber die Entwicklung in den letzten zweieinhalb Jahren war auch einfach irgendwie ziemlich rasant. Ich nehme an, das geht den meisten von uns so. Wenn man jetzt mal einfach auf die letzten Monate zurückblickt, da verschwimmt irgendwie einiges Gerät in Vergessenheit. Und tatsächlich ist es aber erst zweieinhalb Jahre her, dass wirklich Spielplätze abgesperrt waren. Und ich denke, das muss man sich einfach noch mal immer in Erinnerung holen. Und ich will jetzt deswegen an dieser Stelle noch mal recht verdichtet darstellen, welche Auswirkungen wir auf Kinder und Jugendliche sehen und vor allem aber auch, welcher Handlungsbedarf sich daraus ableitet. Der Kinderschutzbund hat bereits ab März 2020 gewarnt, dass es insbesondere zu mehr Gewalt gegen Kinder, zu einer gestiegenen Kinderarmut, zu weniger Bildungsgerechtigkeit und auch einfach zu starken Einschränkungen kindlicher Lebenswelten kommen wird. Wenn der Schutz und die besonderen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen bei der Planung von Maßnahmen zur Sicherung des Infektionsschutzes nicht ausreichend mitberücksichtigt werden. Ich muss einmal klarstellen, der Kinderschutzbund, das wissen Sie alle, hat die notwendigen Maßnahmen immer mitgetragen. Unsere Prämisse war aber immer, das Kindeswohl hat Vorrang. Das heißt, Infektionsschutz darf den Schutz von Kindern nicht ausschließen und vor allem auch kindliche Bedürfnisse nicht unverhältnismäßig einschränken. Ich habe einfach mal zwei alte Pressemitteilungen mitgebracht aus dem Beginn der Corona-Zeit und würde hier gerne einmal ganz kurz daraus zitieren, was Irene Jons, unsere Landesvorsitzende, hier gesagt hat. Wir befürchten, dass Kinder und Jugendliche aus sehr belasteten Familienverhältnissen jetzt besonders gefährdet sind. Beschränkt auf oft engen Wohnraum mit durch die Folgen der Krise umso mehr überforderten Eltern kann sich ihre Lage massiv verschlimmern. Neben wirtschaftlichen und psychosozialen Belastungen sind Isolation und soziale Distanzierung Risikofaktoren für unterschiedlichste Formen von Gewalt. Und weiter, der Infektionsschutz vor dem neuen Coronavirus darf den Schutz der Kinder nicht ausschließen, zumal durch die anhaltenden aktuellen Maßnahmen weiterhin das Risiko besteht, dass Gewalt gegen Kinder zunimmt. Das waren alles Auszüge aus Pressemitteilungen von März, April 2020, ja, teils vom 19.03., also noch wirklich vor Inkrafttreten des ersten Lockdowns. Und diese Befürchtungen haben sich inzwischen bestätigt. Es gab mehr Gewalt gegen Kinder. Das ist an der Stelle auch einfach wenig überraschend, da wirklich eine Kumulation verschiedenster Risikofaktoren für Gewalt gegen Kinder stattgefunden hat. Ja, bildlich gesprochen kann man wirklich sagen, es wurde Risikofaktor auf Risikofaktor gestapelt. Das hat zu einem wirklich deutlichen Anstieg von Gewalt gegen Kinder geführt. 2020 haben die Meldungen von Kindeswohlgefährdungen nach § 8a SGB VIII, also die Meldungen der Jugendämter, einen bundesweiten Höchststand seit Anführung der Statistik erreicht. Wir hatten in Schleswig-Holstein 2006 Fälle einer Gefährdung des Kindeswohls und das ist tatsächlich ein Anstieg von 30 Prozent im Vorjahresvergleich gewesen. Nach diesem starken Anstieg von Gewaltmeldungen im ersten Corona-Jahr ist bisher leider keine wirkliche Entspannung festzustellen. Die Zahlen liegen nach wie vor deutlich, deutlich über Vorpandemieniveau. Die Entspannung ist wirklich minimalst. Und im ersten Jahr waren diese Gewaltzahlen tatsächlich noch großes Thema. Jetzt allerdings fand kaum noch eine öffentliche Befassung damit statt und der Kinderschutzbund kann an der Stelle wirklich nur warnen, dass hier auf keinen Fall so etwas wie einen Gewöhnungseffekt einsetzen darf. Auch, das wissen wir, in diesem Bereich ist das Dunkelfeld immer immens groß. Diese Zahlen, die wir in so einer Statistik sehen, können immer nur wirklich die Spitze des Eisbergs darstellen. Viele Fälle werden im Bereich Gewalt gegen Kinder nie oder wirklich nur sehr verzögert bekannt und tauchen daher in so einer Statistik gar nicht erst auf. Ich würde an der Stelle jetzt schon mal so etwas wie ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Die Pandemie wirkt an der Stelle wirklich wie ein Katalysator, wie ein Beschleuniger, der die ohnehin schwierigen Situationen für Kinder und Jugendliche erheblich verschärft hat. Unter anderem eben die eben angesprochenen Gewaltbedingungen. Aber auch Kinderarmut droht weiter zu steigen. Arme Kinder und Jugendliche leiden besonders unter den Folgen der Krise. Dazu ist auch vieles gesagt. Dinge wie Kurzarbeitergeld und so weiter haben wirklich in vielen Familien, wo eh nicht viel Geld ist, wirklich zu starken, starken Einschränkungen der familiären Budgets geführt, bis hin zu der Situation, dass für geringverdienende oder erwerbslose Eltern wirklich die ganz basale Grundversorgung ihrer Kinder wirklich stark erschwert wurde. Und ja, hier geht es natürlich heute um Corona, aber die Situation armer Familien können wir jetzt einfach nicht trennen von den Preissteigerungen, die wir in so ziemlich allen Lebensbereichen sehen. Uns berichten Familien tatsächlich inzwischen von der wirklich prekären Situation, dass sie schauen müssen, ob es für das gesunde Essen reicht, für die Betreuung ihrer Kinder oder doch für neue Winterkleidung, weil da tatsächlich nicht für alles gleichzeitig das Geld da ist. Wir sehen hier deutlich die Gefahr, dass soziale Ungerechtigkeiten sich verschärfen und tatsächlich auch Kinderarmut weiter steigt. Auch das ist keine Neuigkeit. Die Bildungsgerechtigkeit ist durch Corona stark belastet. Der Bildungserfolg ist stark abhängig nach wie vor vom Elternhaus. Es hat zuletzt für Grundschulen nochmal der EQB-Bildungstrend bestätigt. Und dabei handelt es sich selbstverständlich um einen längerfristigen Trend, der nicht rein auf die Schulschließungen zurückzuführen ist. Aber die Schulschließungen und die Verlagerung von Lernprozessen in die Familien haben die Bildungsgerechtigkeit nochmal erheblich verschärft. Klar ist und da denken wir und wissen wir auch, besteht ja hier auch ein breiter Konsens, dass Schulschließungen einfach gar nicht mehr diskutiert werden können. Und Gleiches gilt natürlich auch für frühkindliche Bildungseinrichtungen für die Kitas. Laut der ja gestern vorgestellten Corona-Kita-Studio waren ja die Kitaschließungen zu Beginn ja wohl auch nicht medizinisch notwendig. Gleichzeitig belegt die Studie aber, und wir hoffen, dass auch da ein wenig der Fokus drauf gelegt wird, abermals die Verschärfung der sozialen Ungleichheiten. Und die Studie belegt gleichzeitig auch den grundsätzlich gestiegenen Förderbedarf bei der sprachlichen, bei der motorischen und auch der sozial-emotionalen Entwicklung wirklich vieler Kinder. Kindliche Lebenswelt allgemein, Partizipationen waren lange Zeit stark eingeschränkt. Alle Kinder, wo alle Orte, wo Kinder und Jugendliche sich aufhalten, waren dicht. Gleichzeitig hatte Politik zu Beginn, Jugendliche nicht ausreichend im Blick. Eine direkte Partizipation hat zu Beginn nicht ausreichend funktioniert. Jugend fühlte sich zu wenig beteiligt. Da sehen wir durchaus Bewegungen. Es hat einen Wandel eingesetzt. Und so zum Beispiel zeigt die Juko-3-Studie auch, da war der Befragungszeitraum Ende 21, dass sich einige Jugendliche inzwischen politisch mehr gehört fühlen. Einen wirklichen Einfluss auf politische Entscheidungen erkennen sie aber nach wie vor nicht. Nach zwei Jahren Corona können wir aber sagen, Partizipation scheint in Krisenzeiten gefährdet. Und Beteiligung sollte aber gerade auch in solchen Zeiten eigentlich selbstverständlich sein. Und wir sehen ja auch hier durchaus Bewegungen und auch den entsprechenden Willen, zum Beispiel was jetzt die Entwicklung der Kinder- und Jugendstrategie angeht. Abgesehen von den SchülerInnenvertretungen sind aber auch heute hier tatsächlich ja wieder keine jungen Menschen auf der anzuhörenden Liste. Ich würde jetzt noch einmal ganz schnell zusammenfassen. Die Pandemie wirkt wie ein Katalysator, mindestens auf die eben benannten Bereiche. Wir hätten auch noch über Gesundheit, Gesundheitsverhalten sprechen können. Klar ist, Kinder und Jugendliche kommen ganz unterschiedlich gut durch die Krise. Besonders betroffen von den Folgen der Pandemie, und auch das kann man wirklich nicht oft genug sagen, sind Kinder aus sozial und wirtschaftlich benachteiligten Familien. Und die Problemlagen, mit denen wir es dabei zu tun haben, sind nicht unbedingt neu. Gewalt gegen Kinder gab es vorher schon, Armut gab es vorher schon und auch eine mangelnde Bildungsgerechtigkeit. Aber die Qualität und auch die Quantität der Probleme ist durchaus eine andere. Die Corona-Zeit hat hier noch mal alles praktisch auf den Prüfstand gestellt. Und einige Kinderschutz-Themen sind jetzt einfach wirklich, ich sag mal, nicht mehr zu übersehen an die Oberfläche geholt. Und zwar so massiv, dass wir denken, dass Einzelmaßnahmen, einzelne Aufholprogramme nicht mehr ausreichend sind. Damit Kinder und Jugendliche wirklich ausreichend unterstützt sind, denken wir, sollte an der Stelle ein bisschen größer gedacht werden. Und zwar ganz unabhängig davon, ob es sich jetzt um direkte Corona-Folgen handelt oder sekundäre Lasten aus dieser Zeit. Und auch unabhängig davon, ob wir das Ding jetzt Pandemie oder Endemie nennen. Die Begriffswahl an der Stelle ändert jetzt erstmal nichts an den ja teils fatalen Folgen der Corona-Zeit auf Kinder und Jugendliche. Das heißt, Strukturen, die Kinder und Jugendliche unterstützen, müssen gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen. Und zwar um erstens eben pandemiebedingte Defizite auszugleichen, zweitens aber auch bereits bestehende Probleme nachhaltig zu verbessern und aus Sicht des Kinderschutzbundes braucht es dazu wirklich flächendeckende, dauerhafte und auch strukturell verankerte Maßnahmen. Wir wissen auch, das ist eine Riesenaufgabe, das ist uns vollkommen klar. Daher würden wir tatsächlich einmal anregen, vielleicht einen etwas größer angelegten, runden Tisch einzuberufen, dort die entsprechenden Leute zusammenzuholen, sowohl die planende, auch die ausführende Ebene, um wirklich mal eine Strategie zu entwickeln, wirklich eine Strategie dann zur Bewältigung eben dieser sozialen Folgen der Corona-Krise für Kinder und Jugendliche. Und beim Beispiel zu nennen, zum Beispiel mit dem runden Tisch Heimerziehung, wäre durchaus gesehen, dass man mit sowas richtig was in Gang setzen kann. Weiterhin fordert der Kinderschutzbund, das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen. An dieser Richtschnur, das Kindeswohl hat Vorrang, sollte sich im Folgenden in jedem Fall orientiert werden. Und zwar erstens, falls wirklich noch etwaige weitere Entscheidungen zur Pandemie-Endemie-Bekämpfung getroffen werden müssen. Und zweitens auch bei der Planung und Umsetzung der eben dringend notwendigen, strukturell verankerten Unterstützungsmaßnahmen. Herzlichen Dank. Ja, Herr Hoffmann, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich würde jetzt die Fragerunde öffnen für die Abgeordneten. Bitte sagen Sie gleich, von welchem unserer Gäste Sie antworten möchten. Für die neu hinzugekommenen Gäste. Ich mache das so, dass ich jetzt die Abgeordneten sozusagen als Blockfragen an Sie richten lasse und dann sozusagen Sie auch sozusagen als weiteren Block antworten lasse. Gibt es Fragen aus den Reihen der Abgeordneten? Bei der CDU hat sich noch... Also dann wären die Grünen an der Reihe ab, die Abgeordneten Nies, dann als Nächstes und dann Frau Pauls und Frau Schiebe. Ja, ich sage erst mal herzlichen Dank für den Input und Ihre einleitenden Worte. Ich habe noch drei konkrete Nachfragen. Herr Seidner, Frau Langner, Sie haben ausgeführt, dass Sie im Bereich der Fachkräfte im sozialen Bereich steigende Erkrankungszahlen haben. Und für mich jetzt noch mal ganz konkret die Frage, die Isolationspflicht, die wir gerade haben, gibt den Fachkräften die Isolationspflicht eher Sicherheit vor weiterer Ansteckung oder ist das eine Belastung? Denn das wird ja oft gegeneinander gestellt. Also kriege ich nachher am Ende eine höhere Belastung über höhere Fallzahlen, Ansteckungszahlen oder sind wirklich diese fünf Tage eine Belastung für Sie? Das wüsste ich einfach noch mal gerne konkret. Dann eine zweite Frage und ich weiß, die ist schwierig. Ich habe heute Morgen auch schon versucht, sie in Richtung Medizin zu stellen. Wir haben ja jetzt immer wieder gehört, vollkommen zu Recht, Schließung von Bildungseinrichtungen. Es ist ein No-Go bzw. die allerletzte Maßnahme, wenn es schlimmer wird, aber an die aktuelle Lage nicht angemessen. Hat massive psychologische Folgen für Kinder, Jugendliche, aber auch ja ihre Eltern gehabt. Sie haben das ausgeführt. Gleiches gilt aber ja auch für vulnerable Kinder und Jugendliche, für Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen. Und ich frage mich jetzt, wie gelingt es uns, dass vorerkrankte Kinder im Bildungssystem denn weiter gut mitlaufen können, wenn alle Maßnahmen jetzt weiter runtergefahren werden? Also haben Sie da Ideen? Die Landeselternvertretung hat ja geschrieben, offene Kitas aber bitte sicher. Fortführung etablierter Hygienemaßnahmen, greifbare Maßnahmen im Sinne des Infektionsschutzes, insbesondere für Kinder mit relevanten Vorerkrankungen sowie ihre Gruppen. Und ich habe da in Vorgesprächen das so verstanden, dass Sie sich im Grunde flexiblere Lösungen für kleine Gruppen auch wünschen, die jetzt nicht vorgeschrieben sind, aber Lösungs- oder Maßnahmenmöglichkeiten. Was wünschen Sie sich denn da an Handlungsrahmen für Kita und Schule? Sollte sich da irgendetwas verändern oder soll das so bleiben, wie es bisher ist? Und die dritte Frage, vielleicht auch explizit an Sie, Herr Hoffmann, aber wenn die anderen dazu etwas sagen wollen, auch gerne. Sie haben die starke Belastung der Kinder beschrieben und dass wir jetzt da wahnsinnig viel zu tun haben. Würden Sie empfehlen, dass wir eine Ausweitung traumapädagogischer Angebote brauchen? Oder sagen Sie, es gibt andere geeignete Maßnahmen? Aber könnten Sie uns noch zwei, drei sehr konkrete Dinge damit auf den Weg geben, wie beispielsweise die Ausweitung von TIC-SH auf Grundschule? Oder gibt es da konkrete Ansätze, wo Sie sagen würden, das würde helfen? Vielen Dank. Dann erteile ich Frau Pauls das Wort. Ja, vielen Dank für die umfangreichen und bewegenden Ausführungen. Wir merken dann doch immer wieder, dass gerade im Bereich der sozialen Arbeit noch vorher nicht alles gut war, jetzt tatsächlich auch die Situation noch mal in den Fokus gekommen ist und wir auch diese Situation vielleicht ein Stück weit ausnutzen können, um dann an dieser Stelle dann auch die Dinge zu verbessern, die verbessert, dringend verbessert werden müssen. Und deswegen auch noch mal meine Frage, Frau Lengner. Sie sprachen kurz die ambulante Pflege an. Ich habe an vielen Stellen erlebt, dass Leistungen abbestellt worden sind, einfach aus Angst, dass man sich fremde Leute ins Haus holt und ja nicht immer die gleiche Person, die die Tätigkeit übernehmen kann. Hat sich das wieder reguliert? Ist das wieder so auf so einem Niveau, wo Sie sagen, so war es eben vorher auch? Und Tagespflege haben Sie ja angesprochen. Auch da diese Frage anschließend im Bereich der Tagespflege. Die Impfteams, das habe ich jetzt immer im Ausschuss so verstanden gehabt, dass die schon irgendwie lange unterwegs sind. Das ist ja auch was in Ihrer Organisation mitliegt. Vielleicht da noch mal die Frage, wie ist das im Augenblick, wo gehen die hin, was machen die gerade? Das ambulante Impfteam. Kindeswohlgefährdung, da geht Sophia gleich noch mal drauf ein, aber das hat mich schon auch wirklich schockiert. Also diese Statistik, die sich noch immer nicht beruhigt hat im Verhältnis zu vorher, wo man jetzt so denkt, irgendwie ist es ein Stück weit normales Leben eingekehrt. Was braucht es also da jetzt auch noch mal, um dem auch wirklich tatsächlich entgegenwirken zu können? Also das ist etwas, was wir auch in unseren ganzen Überlegungen, in den ganzen politischen Überlegungen tatsächlich jetzt mit einbauen müssen. Die Situation der Kommunikation, Frau Priest, da haben wir von Anfang an darauf aufmerksam gemacht. Fehlende Gebärdensprachdolmetscher bei den so wichtigen Pressekonferenzen zu Anfang, das war schon verheerend, das erleben wir, aber das setzt sich jetzt auch gerade wieder fort. Und das ist, glaube ich, auch eine Baustelle, an die wir dringend ran müssen. Und die Situation der Menschen in den Werkstätten ist einfach jetzt wieder extrem belastet. Und ich glaube, da sollten wir alle unsere politischen Möglichkeiten auch noch mal mobilisieren, um darauf hinzuwirken, genauso wie bei den Menschen, die in den Pflegeheimen wohnen, leben, dass sie nicht in ihren Stuben, also das sind die Gemeinschaftsräume, sind ihre Stuben und nicht das Schlafzimmer, sondern in ihren Stuben, dann sich natürlich auch frei, ohne Masken bewegen können. Das sollte auch, müsste, finde ich, meines Erachtens auch geändert werden. Dann habe ich noch mal eine Frage an Herrn Seidner oder auch an Frau Langner im Bereich der Gruppengröße der Kitas. Da hatten wir eine, ich finde, unschöne letzte Debatte in der letzten Legislaturperiode, da ging es um die Erhöhung der Gruppengröße bis auf 25 mit Hinblick auf die ukrainischen Flüchtlingskinder. Wie hat sich diese Situation an der Stelle entwickelt? Also wir erleben auf der einen Seite hochbelastetes Personal und gibt es da Hinweise, haben Sie einen Überblick, einen aktuellen Überblick, wie das jetzt sich entwickelt hat? Gibt es da viele Kinder, die gekommen sind und wie ist die Belastung diesbezüglich des Personals? Dankeschön. Dann wäre Frau Schieber in der Reihe. Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal drei ergänzende Fragen. Zum einen an Herrn Seidner. Sie haben davon gesprochen, dass es konkrete oder dass es Beratungsangebote geben muss für Kinder und Jugendliche, die sich in der stationären und ambulanten Jugendhilfe befinden. Da wäre die Frage, ob Sie da schon konkrete Vorstellungen haben. Darüber hinaus würde ich gerne von Herrn Hoffmann wissen, noch mal ergänzend zu das, was meine Kollegin Frau Pauls ja schon gesagt hat, welche Maßnahmen müssen wir konkret als Politik ergreifen, um wirklich Kinderschutz und damit meine ich jetzt wirklich primär den Paragraf 8a flächendeckend zu ermöglichen, gerade im Hinblick auf die steigenden Zahlen. Also mir geht es nicht darum, jetzt das Thema Bildungsgerechtigkeit irgendwie herzustellen, sondern wirklich primär den Kinderschutz noch mal aufzugreifen. Und dann bezogen auf, auch weil wir uns ja von Krise zu Krise bewegen und das ja auch einen Zusammenhang hat, gibt es ja aktuell den Härtefallfonds. Uns ist noch nicht so ganz klar, wie das Sozialministerium die 5 Millionen Euro ausgibt. Und da wäre für uns natürlich spannend, auch im Hinblick darauf, dass es sozusagen die Problematiken durch Corona und jetzt durch die aktuelle Situation sich verschärft haben. Was müsste Ihrer Meinung nach jetzt an Maßnahmen ergriffen werden, vielleicht auch aus dem Topf, um die bereits bestehenden Benachteiligungen von Kindern und Jugendlichen entgegenzuwirken? So, dann würde ich zunächst jetzt eine Antwortrunde machen. Bevor Herr Dierschort noch, Sie möchten noch eine Frage stellen, vorher. Ja, ich habe Sie nicht gesehen. Sorry, dann sind Sie erst mal dran. Ich kann mich auch kurz fassen, vieles ist schon gefallen bei den Vorfragestellenden. Zunächst mal herzlichen Dank an Sie alle vier für Ihre Beiträge, die ich inhaltlich so nur unterstreichen kann und Ihnen in Ihrer Analyse zustimme. Zwei Punkte würden mich noch im Besonderen interessieren. Herr Seidner, Sie haben uns jetzt ja schon quasi zu Recht Hausaufgaben mitgegeben. Sie sprechen nämlich von einer Landesstrategie bezogen auf den Fachkräftemangel. Ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen. Ich glaube, es ist nicht ein bestimmter Fachkräftemangel, den wir haben. Wir haben Arbeitskräftemangel, weil er sich nicht nur im Bereich der sozialen Arbeit widerspiegelt, sondern quer durch alle Berufsgruppen geht und wir mittlerweile ja nicht nur diesen internen Kannibalismus im Bereich der sozialen Arbeit erleben, sondern durchaus auch Menschen, die einen kompletten Berufswechsel vornehmen. Meine Frage an Sie noch mal, was wären so die Kernpunkte, die Sie sich wünschen würden? Was muss ich in so einer Strategie wiederfinden? Was würde Ihnen aus Trägersicht dort wirklich helfen? Zweite Frage noch, Frau Pries, an Sie. Sowas Sie als auch Ihr Vorgänger, Professor Uli Hase, haben ja im Rahmen der Pandemie auch ganz, ganz viele Anfragen, Einzelfälle bekommen, auch ein hohes Maß an Belastung. Davon nochmal auch ganz, ganz herzlichen Dank an Sie und Ihr Team. Da haben Sie auch einen ganz wichtigen Beitrag geleistet. Ich erinnere mich beispielsweise an Diskussionen zur Maskenbefreiung, die dann immer wieder zu Schwierigkeiten führte. Wie ist die Lage derzeit in Ihrem Team? Was schlägt da auf? Und gibt es so thematische Punkte, wo Sie sagen, das sind immer noch so Themen, die erreichen uns häufiger? Da wäre nochmal Handlungsbedarf. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt die Antwortrunde starten. Dann ist Frau Rath-Hoffner auch noch. Ja, Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde. Ich mache es auch wirklich kurz. Unsere Kinder in den Kitas und in den Schulen, die haben gelitten unter Kohortenregelungen, Schulschließungen, Kitaschließungen und so weiter. Und jetzt die Frage an den Kinderschutzbund. Was wäre aus Ihrer Sicht notwendig? Weil die Situation hat sich ja jetzt verbessert. Es werden keine Masken mehr in den Schulen getragen. Was brauchen die Kinder noch, um wieder die Normalität, die sie kannten, einigermaßen zu erreichen? Was ist aus Ihrer Sicht sinnvoll? So, dann mache ich noch einen weiteren Versuch, die Antwortrunde zu starten. Ja, Herr Seidner, Frau Langner, wer möchte von Ihnen antworten? Sie dürfen sich das selbst aussuchen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Gerne will ich die Fragen beantworten. Zum einen die Frage von Herrn Abgeordneten Paul zur ambulanten Pflege und Tagespflege. Also in der ambulanten Pflege erleben wir schon irgendwie eine Normalisierung. Auch dadurch, dass viele Menschen, die zu Hause versorgt werden, irgendwie einen hohen Impfstatus zwischenzeitlich haben. Irgendwie nimmt auch so die Angst vor Ansteckung oder jemand Fremdes, irgendwie Ungeimpftes gegebenenfalls reinzulassen, irgendwie auch ab. Wir haben auch ohne einrichtungsbezogene Impfpflicht schon immer irgendwie von Beginn an irgendwie eine hohe Impfquote irgendwie bei den Menschen gehabt, die in der Pflege arbeiten. Also insofern, das hat irgendwie auch zu einer Entspannung beigetragen. Das Thema Tagespflege entwickelt sich, will es fast sagen, wirklich ein Stück weit auch dramatisch, weil die Schließungen der Tagespflege in der Corona-Zeit irgendwie viele Träger von Tagespflege in starke wirtschaftliche Probleme gebracht hat. Ich will nochmal daran erinnern, dass der Rettungsschirm ja nicht für die Tagespflegen irgendwie gegolten hat. Und es läuft jetzt so langsam wieder an. Jetzt haben wir eben durch das Tragen der Masken andere Hygieneeinschränkungen, die dort zu beachten sind, wieder irgendwie rückläufige Besucherinnen und Besucher in den Tagespflegen, was natürlich die wirtschaftliche Situation verstärkt und viele Träger dazu bringt, das Thema Tagespflege überhaupt nicht mehr anzubieten. Und ich hatte das ja eingangs schon gesagt, die Verknüpfung, Entlastung pflegender Angehöriger oder auch qualitative, stabilisierende, weiterentwickelnde Betreuung von Menschen, die sonst zu Hause gepflegt werden. Das ist so eine wichtige Aufgabe, die durch die Tagespflegen wahrgenommen wird und abgesichert wird, sodass es wirklich notwendig ist, in dem Bereich irgendwie über stabilisierende Maßnahmen auch nachzudenken. Die Impfteams sind nach wie vor irgendwie niedrigschwellig unterwegs. Also die haben jetzt viel Geimpfte in den Landesunterkünften bei den ankommenden Geflüchteten. Die unterstützen nach wie vor irgendwie das Impfen in Einrichtungen. Die gehen sozusagen, nehmen nach wie vor auch niedrigschwellige Angebote im öffentlichen Raum wahr. Das ist immer eine Stärke der Impfteams gewesen. Und ich glaube, dass wir das auch für die Zukunft dringend brauchen. Ja, Maskenpflicht habe, habe ich eben gesagt, irgendwie finde ich ein ganz wichtiger Punkt, irgendwie für die Pflege da irgendwie zu entlastenden Regelungen zu kommen. Und diese Regelungen auch zügig umzusetzen, um sowohl den Mitarbeitenden in der Pflege als auch den Bewohnerinnen und Bewohnern und den Kunden und den Besuchern in den Tagespflegen jetzt auch eine Sicherheit zu geben für das, was da zukünftig auf sie zukommt. Ich bin zwar, Herr Dürschauer, Sie hatten Herrn Seidner gefragt, wegen der Fachkräftestrategie. Ich würde gerne irgendwie zum Thema Pflegeeinsatz sagen. Was wir neben guten Rahmenbedingungen für die Pflege und dazu gehört natürlich irgendwie auch, auch Einrichtungen weiter irgendwie darin zu unterstützen und zu stärken, dass die Führung und die Rahmenbedingungen, die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte in den Einrichtungen besser werden, als sie bisher sind, um diesen Beruf auch so attraktiv bleiben zu lassen, wie er eigentlich ist. Also es gibt ja viele Pflegekräfte, die wirklich aus Überzeugung diesen Beruf machen und sagen, es ist eigentlich der Beruf, den ich machen möchte. Und das kommt manchmal bei dem Image von Pflege ein bisschen zu kurz. Aber die Rahmenbedingungen, die ich vorfinde, mit den Schichtdiensten, mit Personalmangel, mit einer hohen Verantwortung, irgendwie in Nachtdiensten und, 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 einer hohen Dokumentationspflicht, irgendwie Sie kennen all diese Themen. Wenn wir das nicht verändern, werden wir 100.000 Imagefilme irgendwie zur Pflege machen können. Wir werden irgendwie es nicht verhindern können, dass Menschen, die eigentlich in der Pflege waren, dann aus der Pflege wieder rausgehen. Und wir brauchen eine qualitativ gute Ausbildung. Wir haben da mit der Generalistik einiges gemacht und auch einiges erreicht. Das muss auch finanziell abgesichert werden. Das gilt insbesondere irgendwie für die Pflegehelferausbildung, wo wir im Moment irgendwie oder schon von Anbeginn an keine ausreichende Finanzierung irgendwie dieser Ausbildung hatte. Die Pflegeschulen bringen eigentlich Geld mit, um diese Ausbildung machen zu können. Und gerade im Helferbereich haben wir ja nach den Personalbemessungskriterien irgendwie den größten Bedarf, den wir irgendwie nachschulen müssen. Und das kann nur funktionieren, wenn wir dort auch die entsprechenden finanziellen Rahmenbedingungen haben, um eine qualitative Ausbildung zu machen. Und da gehört zwischenzeitlich auch dazu, dass wir Menschen unterstützen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Dass wir Menschen unterstützen, die Probleme irgendwie mit sozialen Kompetenzen haben, die in der Ausbildung auch eine bestimmte Begleitung haben. Das wird im Moment finanziell irgendwie nicht abgedeckt. Und wenn wir das hinbekommen, glaube ich, dass wir eine noch bessere qualitative Pflegeausbildung hinbekommen könnten und dass wir auch noch mehr junge Menschen motivieren könnten, in diesen wirklich schönen Beruf zu gehen. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, ich würde das gerne noch an zwei, drei kleinen Punkten ergänzen, versuche auf die Fragen so einzugehen und hoffe, dass ich alles erwische. Zur Frage der Abgeordneten Pauls, uns liegen im Moment keine zentral oder zentralistisch trägererfassten Daten über den Besuch von aus der Ukraine geflüchteten Kindern in den Einrichtungen gebündelt vor. Ein Stand, der ungefähr acht Wochen alt ist, besagte das, glaube ich, nur eine einzige Einrichtung im Land Gebrauch macht von den entsprechenden Reduzierungsmöglichkeiten. Aktuelle Daten dazu müssten aber über das Kita-Portal dem Sozialministerium vorliegen. Natürlich wissen wir aus der Praxis, dass es in der Fläche oft zu Betreuungssituationen kommt. Ich will das rechtlich nicht bewerten. Ich kann das pädagogisch bewerten und finde das ausgesprochen gut. Es ist gut, dass wir nicht bei jedem Kind eine Nationalitätserfassung machen. Es ist gut, dass wir nicht bei jeder Familie eine Aufenthaltsstatuserfassung durchführen müssen als Träger. Das ist erstens nicht unsere Aufgabe und zweitens läuft es auch pädagogischen Grundsätzen und integrationspolitischen Grundsätzen an der Stelle zuwider. Die Abgeordnete Schiebe fragte nach Beratungsangeboten für insbesondere stationäre Einrichtungen von Hilfen zur Erziehung. Das will ich gerne zweigeteilt beantworten. Zum einen braucht es, wenn Sie sich vorstellen können, vor welchen schwierigen Situationen Kinder und Jugendliche, die oft viele hundert Kilometer von ihrem Heimatkreis, ihrem Heimatort entfernt waren, untergebracht waren, einfach vermehrte psychosoziale Beratung an der Stelle. Das kann extern oder unter Zuhilfenahme von externen Beratungsangeboten erfolgen. Dafür muss es möglich sein, dass Einrichtungen flexibel Mittel zur Verfügung bekommen. Der zweite Teil meiner Frage schließt sich an. Wir haben seit mittlerweile vier Jahren eine Situation in der Jugendhilfe, dass wir über keinen landesweiten Rahmenvertrag mehr verfügen. Das führt schlicht dazu, dass die Personalschlüssel äußerst unterschiedlich gehandhabt werden, von Kreis zu Kreis sehr unterschiedlich. Das heißt, dass wir auch in der Vergütung der Fachkräfte teilweise größere Diskrepanzen haben. Und ich glaube, hier würde es lohnen, sich die unterschiedlichen Verordnungswerke, angefangen von der KJVO, die sozusagen kindeswohlgefährdende Mindeststandards vorsieht, einmal zu aktualisieren und auch die Spielräume, die das Land hat, bei einer landesweiten Jugendhilfeplanung progressiv auf die Vertragsparteien einzuwirken, um zu guten Verhandlungen zu kommen am Ende. Vielleicht in Ergänzung zur Frage des Abgeordneten Dürschauer, Teilaspekte einer Fachkräftestrategie. Es wäre sehr schön, wenn wir das in einem Beitrag von 15 Minuten bei einer Expertenanführung umfassend machen könnten. Leider, glaube ich, ist die Lösung nicht ganz so leicht, aber es gibt konkrete Punkte, wenige, auf die ich nur hinweisen will. Ansonsten, glaube ich, würde sich auch hier ein runder Tisch oder ein anderes Format nochmal sehr anbieten, um zu einer solchen umfassenden Strategie zu kommen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, es ist nicht ausschließlich ein Fachkräftemangel in der sozialen Arbeit, sondern darüber hinaus. Aber mit dem Blick auf Ersteres kann ich sagen, dass wir zwingend alle Bereiche abscannen müssen, wo im Moment noch Geld mitgebracht werden muss, von Berufsschülerinnen, Schülern, Auszubildenden. Das ist zwingend zu ändern. Das bedarf sicherlich manchmal auch größerer Initiativen in Richtung des Bundes, wenn es um Änderung des Berufsbildungsgesetzes geht. Das Beispiel PIA ist Ihnen allen bekannt. Hier geht das Land dankenswerterweise in eine Fortschreibung. Aus unserer Sicht ist das stark ausbauwürdig, weil es eine richtige Maßnahme ist, die aber so in der Begrenztheit noch nicht ausreichend wirkt. Wenn wir uns den Bereich zum Beispiel von SchulbegleiterInnen angucken, ist es zwingend erforderlich, dass wir uns über gemeinsame Standards, über gemeinsame Curricula bilden. Das sind oft die prekär beschäftigten Personen, die an der Stelle dann einfach auch sehr schnell das System verlassen, nicht lange Zeit im System bleiben. Das sind im Prinzip aber solche Personengruppen, die man über so eine Berufstätigkeit weiter aufbauen kann. Das hat aus unserer Sicht durchaus in Einzelfällen mehr Scham, als mit kurzfristigen Maßnahmen einen Quereinstieg sehr leicht zu machen. Weil uns geht es darum, am Ende nicht eine Fachkraft-Kind-Schlüssel abzusenken oder Qualität in der Betreuung abzusenken. Im Gegenteil, es muss ausgebaut werden. Und wir alle sollten für die Qualität der Betreuung kämpfen an der Stelle. Vielleicht noch zwei Aspekte. Es gibt durchaus viele Beispiele, in denen das Land durch Anschubfinanzierung gute Ideen unterstützen könnte. Ich möchte an der Stelle zum Beispiel das System der Heilerzieher nennen. Erstens ist das Berufsbild deutlich unattraktiver geworden durch die schlechte Vergütung am Ende. Aber stellen Sie sich vor, es schließen sich mehrere Träger zusammen und man würde eine Heilerzieherpflegeschule aufbauen wollen, dann gilt das zunächst als Privatschule. Die Anschubfinanzierung in den ersten zwei Jahren ist komplett durch die Träger selbst zu leisten. Wenn wir also wollen, dass wir Kapazitäten ausbauen, dann wäre über gezielte Landesmaßnahmen hier nachzudenken, um im Zweifel solche Anschubfinanzierungen an so einer oder anderen Stellen in den Blick zu nehmen. Zuletzt möchte ich noch auf den Umstand hinweisen, dass das aus meiner Sicht auch eine Hochschul- und Fachhochschulpolitische Dimension hat. Die Fachhochschule Kiel mit dem Studiengang Soziale Arbeit hat bundesweit den höchsten NC und ist seit Jahren sozusagen überbucht, wenn es um das Verhältnis von Anfragenden und am Ende einen Platz bekommenden Studierenden bekommt. Noch vor wenigen Jahren war das Verhältnis 1 zu 10. Im Moment hat sich das ein bisschen gebessert, ist ungefähr bei 1 zu 5. Hier braucht es dringend weitere Kapazitäten. Ich glaube, hier ist das Land in der Pflicht, im Zweifel genau diese Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Es braucht Lehrpersonal, es braucht Räume und wir müssen doch auch an dieser Stelle einfach Kapazitäten stark nach oben schrieben, wenn wir wissen, wie lang allein so ein Studiendurchgangsdurchlauf ist. Es macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, dass wir hier mit dem bundesweit höchsten NC hantieren und so Menschen davon abhalten, hier an der Förde den Studiengang der sozialen Arbeit aufzunehmen. Und dann nur noch zwei kurze Ergänzungen zum Thema Impfteams. Das hat Kollegin Langner ganz viel ausgeführt. Ich darf nur darauf hinweisen, wir haben im Jahr, also wenn man es nur auf den migrationspolitischen Aspekt beschränkt, wir haben im Jahr 2015, 2016 ungefähr 30.000, 32.000 geflüchtete Menschen in Schleswig-Holstein aufgenommen über einen Zeitraum von anderthalb Jahren. Wir sind jetzt im Moment bei einem Zeitraum von sechs Monaten bei über 40.000 geflüchteten Menschen. Und das macht sicherlich auch was mit den Kapazitäten und den notwendigen personellen Ausstattungen von mobilen Impfteams, wenn wir in gleicher Güte und gleicher Geschwindigkeit vorgehen wollen, ist hier möglicherweise Nachbesserungsbedarf. Mindestens lohnt es, glaube ich, das einmal zu evaluieren. Und ein letzter Aspekt zum Thema ambulante Pflege. Der Abgeordnete Paul sprach das an, dass oft solche Leistungen vor Ort nicht mehr erbracht wurden, aus Angst vor Infektionen. Ich weiß, heute haben wir Corona als Hauptschwerpunkt. Ich will aber sagen, dass die Kostenentwicklung nicht nur durch die Tariftreue, sondern auch durch normale Energiekosten, Spritkosten im ambulanten ländlichen Bereich oftmals dazu führen werden, dass Menschen, dass Angehörige schlicht und ergreifend viel weniger Pflegeleistungen einkaufen. Und das führt dazu, dass die pflegenden Angehörigen massiv belastet werden und dass wir, glaube ich, in vielen ländlichen Gegenden Schleswig-Holsteins teilweise auch sehr dramatische Entwicklungen im Gesundheitszustand von pflegebedürftigen Menschen haben werden. Ich hoffe, ich habe alle Fragen geschafft. Nein, Abgeordnete Niesen. Ich habe die Frage von der Abgeordneten Niesen. Ich beantworte zur Isolationspflicht. Stand ganz oben und sogar unterstrichen. Trotzdem übersehen. Also die fünf Tage sind schon in Ordnung und die geben auch einen guten Rahmen vor, wie man damit umgehen kann. Die Problematik liegt eher darin, dass die Beschäftigten eben nach fünf Tagen irgendwie nicht symptomfrei sind, sondern dass sie eben deutlich länger irgendwie erkranken und deswegen irgendwie auch sehr lange irgendwie ausfallen. Wir haben ein spezifisches Problem bei dieser Isolationspflicht, das ist in der stationären Pflege, dass es ein wirklich schwieriges rechtliches Problem ist, Menschen, die auch zum Teil irgendwie an Demenz erkrankt sind, erstens fünf Tage zu isolieren und wenn dann sozusagen die gesetzliche Isolationspflicht irgendwie abgelaufen ist nach den fünf Tagen und die weiterhin Symptome haben, haben wir keine Möglichkeit, irgendwie die Isolation quasi zwangsweise zu verlängern, sondern dann hat man gegebenenfalls die Situation, dass jemand irgendwie mit einer starken Corona-Symptomatik durch das Haus geht und andere Bewohnerinnen und Bewohner irgendwie ansteckt und wir eben in einen Konflikt kommen zwischen irgendwie Freiheitsrechten einerseits und dem Versuch irgendwie Infektionsgeschehen aus den Einrichtungen rauszuhalten. Dann vielen Dank Ihnen beiden. Frau Pries, wenn Sie noch antworten mögen. Ja, sehr gerne. Herr Discher, erst mal ganz herzlichen Dank für die Anerkennung auch der geleisteten Arbeit für das Team. Dem kann ich mich nur anschließen als diejenige, die dieses Team dann übernehmen durfte. In der Tat sind wir heute auch noch mit Folgen der Corona-Pandemie beschäftigt, was uns zum einen täglich quasi noch erreicht, ist die Frage Durchsetzung der Ausnahme von der Maskenpflicht. Wir haben zwar die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür, die ganz klar sagen, wie attestiert sein muss, dass es eine Befreiung von der Maskenpflicht gibt. Die Betroffenen, die das dann entsprechend auch vorweisen können, geraten aber in der Durchsetzung immer wieder an die Hürden, dass sie zum Beispiel Kliniken oder Praxen und therapeutische Angebote nicht wahrnehmen können, weil sie abgewiesen werden. Und es jedes Mal wieder zu wirklich schwierigen Situationen auch führt, wo wir sagen, hier braucht es aus unserer Sicht keine veränderte Rechtslage, sondern einfach eine bessere Informationspolitik. Wir versuchen das auch über die entsprechenden Gremien von Kassenärztlicher Vereinigung bis hin zu allen weiteren immer wieder in den Fokus zu bringen, die Mitglieder auch zu informieren und hier klare Regelungen zu haben. Wir alle wissen auch, dass diese Atteste missbräuchlich genutzt wurden von einigen. Das ist das Problem. Wir halten allerdings nichts davon, alternativ jetzt noch mal eine gesonderte Bescheinigung im Sinne eines besonderen Ausweises wieder für den berechtigten Personenkreis dann auch auf den Weg zu bringen, weil wir den Eindruck haben, dass es sich hier bürokratisch um einen Mehraufwand handelt, der letztlich wahrscheinlich auch nicht zu einer Verbesserung der Situation führt. Wir sind da aber auch noch nicht ganz sicher und wir müssen das sicherlich gemeinsam noch mal bedenken, wie man diese Situation vielleicht auch verbessern kann. Was, glaube ich, auch wichtig ist, noch mal darauf hinzuweisen, dass insbesondere Kinder und Jugendliche mit Behinderungen überproportional von Gewalt betroffen sind. Wir hatten das Thema und für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen, die auch insbesondere im häuslichen Kontext viel Gewalt erfahren, auch aus Überforderung zunehmend Gewalt erfahren, gibt es noch weniger Möglichkeiten, sich dazu irgendwie zu äußern, dieses irgendwo anzuzeigen, dieses irgendwo in irgendeiner Form kenntlich zu machen. Es ist eine sehr beklemmende Situation und wir sind mit den verschiedenen Organisationen, unter anderem auch mit dem Kinderschutzbund und anderen, in engem Austausch und versuchen dort gemeinsam, insbesondere für die Kinder und Jugendlichen auch noch mal gesondert, Instrumente zu entwickeln und den Familien auch Unterstützung zu geben. Und damit leite ich über, zum nächsten Familien Unterstützung geben, was aus unserer Sicht sehr wichtig ist und was bis heute an uns herangetragen wird. Es gibt in den Familien nach wie vor massive Spätfolgen der Deserlebten der vergangenen zwei und zweieinhalb Jahre. Immer wieder an uns herangetragen wird der Bedarf an Kurzzeitpflege, weil Angehörige sehr häufig erforderliche Operationen, Behandlungen oder einfach auch nur mal ein Durchschnaufen das Recht auf einfach auch mal auszuruhen, sowas wie Urlaub zu machen, nicht machen können, weil es für die Angehörigen keine Kurzzeitpflegeplätze gibt. Die Situation ist dramatisch. Das wissen wir nicht erst seit heute in verschiedenen Zusammenhängen. Daher wäre ein großer Appell, wirklich diese Überlegungen noch mal zu intensivieren, zu schauen, wie wir strategisch für Schleswig-Holstein die Situation verbessern können. Ich weiß, dass es bereits Thema ist. Ich möchte dem Ganzen gerne an dieser Stelle noch einmal Nachdruck verleihen. Es gäbe noch viele Punkte zum Thema Mitbestimmung und so weiter erhalten. Ein Punkt ist mir, oder nein, zwei Punkte sind mir noch einmal wichtig. Der sogenannte Härtefallfonds, das war ja eben auch angesprochen worden, gefragt worden, welche Möglichkeiten man oder was man daraus noch vielleicht auch finanzieren könnte. Wie gesagt, unser Anliegen wäre, insbesondere auf die besonders belasteten Familien zu schauen, mit Kindern, die in dieser Situation sind, hochvulnerabel eben zu sein, wo wir genau diesen ethischen Kernkonflikt, um den es hier gerade auch geht, immer wieder neu und sehr individuell auch bewerten müssen, Teilhabe an Bildung zum Beispiel, unter welchen Umständen ist ein Schulbesuch zum Beispiel möglich, ein Kita-Besuch möglich, dass wir hier noch mal ganz anders uns, wie gesagt, sehr individuell schauen müssen, in welchem Rahmen das möglich ist. Das wäre sicherlich so ein Feld, in dem die Familien auch durch zusätzliche Unterstützung und sei es, dass man andere Formen von Digitalisierungsmöglichkeiten noch einmal in den Blick nimmt. Hier gab es ja über den Fonds schon ein deutliches gutes Zeichen des Landes, aber wie wir speziell für diese Personenkreise eben noch mal Unterstützung leisten können, um die Familien einfach zu entlasten, aber insbesondere die Kinder eben auch an Bildung teilhaben zu lassen. Allerletzter Punkt, die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen ist gestiegen, überproportional gestiegen in der Corona-Zeit. Es gibt hier verschiedene Zusammenhänge, die dazu führen. Lassen Sie mich bitte an dieser Stelle einmal so einen kleinen Schlenker machen Richtung Integrationsamt, Ausgleichsabgabe und Finanzierung von Arbeitsassistenz aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe. Wir haben insbesondere von den gehörlosen Menschen hier auch im Zusammenhang mit der Corona-Situation starke Rückmeldungen bekommen, weil eine Richtlinie entstanden war, die die Situation noch mal wieder verschlechtert hat. Jetzt wird daran gerade gearbeitet. Man ist auf dem Weg und versucht, da eine bessere Lösung zu finden. Ich möchte hier aber noch einmal sehr deutlich auch sagen, es kann nicht angehen, dass wir Menschen mit Behinderungen gerne auf dem ersten Arbeitsmarkt sozialversicherungspflichtig beschäftigt sehen wollen und Diskussionen führen, Werkstätten abzuschaffen. Auf der anderen Seite ihnen dann aber eine Assistenz nur an die Hand geben können, wenn wir genügend Geld über die Ausgleichsabgabe in der Kasse haben. Das ist ein System, das in sich nicht stimmt. Und entschuldigen Sie bitte diesen Ausdruck, das ist auch menschenverachtend. Und das ist gerade jetzt in dieser Corona-Pandemie-Zeit ist es wirklich auch noch mal besonders sichtbar und deutlich geworden. Und deswegen mein Appell, auch hier gemeinsam noch mal zu schauen, was das Land möglicherweise noch tun kann, um die Situation in diesem Sinne zu entschärfen. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe die Fragen soweit beantworten können. Vielen Dank, Frau Pries. Jetzt haben wir noch die Antworten von Herrn Hoffmann. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die vielen Fragen, für das große Interesse. Und Sie haben ziemlich große Fragen gestellt. Das ist klar, das ist vorhin ja auch schon angeklungen. Vieles von dem, was einfach da ist, sind irgendwie einfach Defizite, die dann jetzt einfach mehr als sichtbar geworden sind. Ich will einmal mich an den Fragen längs hangeln und versuchen, das alles, soweit ich kann, zu beantworten. Frau Nies, Sie haben ganz direkt die psychosozialen Belastungen der Kinder adressiert und gefragt, was es braucht, um das bestmöglich aufzufangen. Das würde ich auch erst mal einmal irgendwie global versuchen zu beantworten, was es auf jeden Fall braucht. Sind gesicherte, sind verlässliche Beziehungen, ist eine Kontinuität in der Betreuung, weiß in Kita, weiß in Schule, wo auch immer. Es braucht gesicherte Ansprechpersonen und es braucht entsprechend Personal. Und das wissen wir, das kann dieses Personal, dieses Fachpersonal, das den Kindern mit der entsprechenden Haltung immer gegenübertreten kann. Aber, und das ist vorhin auch schon angeklungen, Herr Seidner, Sie haben es ausgeführt, auch die wirklich hoch engagierten Mitarbeitenden sind zutiefst erschöpft. Und das heißt, es braucht ganz grundsätzlich erst mal wirklich die Möglichkeit, dass eben, ja, ich sage mal, diese Grundstruktur da ist, dass die Kinder gut betreut sind, gute Ansprechpersonen haben. Und dann haben Sie ganz konkret angesprochen, das Angebot TICSH, Traumapädagogik in Kindertagesstätten und Kitas. Das ist ein Angebot, das wir seit 2016 haben. Und das ist wunderbar. Und das hat sich in der Pandemie nochmal wirklich, wirklich bewährt. Wir als Kinderschutzbund sind für eine von drei Regionen in Schleswig-Holstein zuständig. Und wir können sagen, die Kitas, die vorher schon intensiv zusammengearbeitet haben mit TICSH, wo Fachberatung immer schon stattgefunden hat, die sich im Zweifelsfall die Supervision geholt haben, die entsprechend grundqualifiziert sind, die berichten uns, dass auch jetzt in der Krise sie wirklich gut und auch besser aufgestellt waren. Das zeigt einfach, dass das Angebot super ist, dass es sinnvoll ist. Und eins ist, dass grundsätzlich gut ist und hilft und nicht immer direkt irgendwie was Neues gestrickt werden muss, wenn die neue Krise da ist, wenn einfach das Grundding da ist. Das sehen wir da wirklich in den Kitas ganz, ganz deutlich. Und Sie haben auch angesprochen, wie es mit Schulen aussieht. Und ja, selbstverständlich wäre das auch für Schulen unbedingt sinnvoll, da ein entsprechendes Angebot zu haben, insbesondere dann für die Grundschulen, insbesondere auch darauf zu gucken, wie funktioniert der Übergang von Kita in Schule und auch da in Schulen wirklich auch auf die sozialen Aspekte durchaus irgendwie dann auch an der Stelle nochmal einen größeren Wert zu legen. Also können wir unbedingt und nur unterstützen. Das wäre was, was mit Sicherheit hilft. Dann haben wir einen großen Fragenkomplex gehabt, ganz konkret handfest Kinderschutz, Kindeswohlgefährdungen, direkt mit Bezug auch auf die gestiegenen Zahlen. Das ist natürlich auch eine Frage, die man irgendwie relativ global erstmal beantworten muss. Was braucht es? Es braucht erstmal wirklich ein flächendeckendes, gut erreichbares Netz an entsprechenden Fachberatungsstellen, an unter anderem Kinderschutzzentren. Und das tatsächlich überall und gut erreichbar für alle Kinder, also bis hin auch in die ländlichen Räume. Ich würde an der Stelle einmal auf den Landeskinderschutzbericht verweisen, auf den letzten, der zu, genau zum Ende der letzten Legislatur veröffentlicht wurde. Da gibt es da ein ausführliches Kapitel zu und auch durchaus noch mal Einblicke dahin, wo denn vielleicht die Versorgungslagen noch nicht gut sind, weil es wirklich wichtig ist, dass wir überall in allen Kreisen gut erreichbar entsprechende Fachberatungen haben für eben alle Gewaltformen, für sexualisierte Gewalt, für körperliche Gewalt, für Vernachlässigung, ja, für all diese Dinge. Und auch da würde ich jetzt einmal auch von dem berichten, was die Kinderschutzzentren an uns herantragen. Wenn wir da im Gespräch sind, ist es so, dass auch da wirklich die Folgen der Krise einfach ankommen. Ja, also einige Probleme sind verschleppt worden. Einige Kinder und Jugendliche kommen spät. Da haben sich Probleme schon verdichtet, bis hin wirklich zu einem gewissen Krankheitswert. Und das trifft jetzt aber eben auf diese Situation, dass auch dort wirklich die Erschöpfung da ist, dass Wartelisten lang sind. Und was es hier braucht, unserer Meinung nach, ist wirklich eine Stärkung der wirklichen Grundstrukturen. Das heißt, weil diese Kinderschutzzentren, ja, da gibt es die Beratungstätigkeiten, all dies, es gibt aber auch, vor allem wirken aber vor allem auch sehr gut präventiv durch Beratung von Fachkräften und all diese Dinge. Das heißt, was wir uns hier wünschen würden, wäre wirklich, dass diese Grundstrukturen gestärkt werden und nicht immer, es ist also nicht unbedingt nur darum geht, irgendwie mit einem Projektmittel nochmal irgendwie was oben drauf zu setzen und dann aber zusätzlich auch noch die nächste Aufgabe dran zu hängen. Wir glauben tatsächlich, hier muss man wirklich einfach die Basis stärken und daran würde ich jetzt auch die Frage anschließen nach § 8a, 8b, was es da braucht. Ganz klar, weitere Bekanntmachungen, insbesondere auch in den Bereich Schule und ja, dass tatsächlich auch irgendwie viel passiert und das auch publiker, wir merken aber auch noch immer, dass es tatsächlich einzelne Lehrkräfte gibt, die nicht ausreichend darüber informiert sind, dass sie sich da entsprechende Unterstützung holen können und entsprechend bei Fällen begleitet werden. Das heißt, an der Stelle geht es wirklich darum, diese Angebote einfach nochmal wirklich gut an die Fachkräfte zu bringen, die dann ganz konkret mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten. Dann hatten wir den Themenkomplex Armut, Frau Schiebe, das hatten Sie auch angesprochen und fragten da ganz konkret nach dem Härtefallfonds für Familien, das natürlich auch so eine Frage am liebsten global beantworten wollen würde. Das wissen Sie als Kinderschutzbund, wollen wir die Kindergrundsicherung. Sie wissen auch, dass wir uns wünschen, dass der Handlungsspielraum auf Landesebene genutzt wird, sei es Senkung von Kita-Beiträgen, sei es Senkung von Schulkosten. Zum Beispiel, nur anekdotisch wird es aber erwähnen wollen, es ging groß durch die Medien, dass einige Kitas ganz extrem in Sachen entweder Verpflegungskosten, dass die Kosten hochgingen oder aber auch die Qualität gesunken ist oder vielleicht auch eine Kombination von dem. Und wir haben tatsächlich jetzt auch schon von Einzelfällen gehört, wo Eltern ihre Kinder gerne irgendwie vom Mittagessen abmelden würden oder wir befürchten, dass das dann tatsächlich auch dazu kommt, dass Kinder wirklich aus der Betreuung genommen werden. Das kann nicht sein. Und grundsätzlich aus dem Härtefallfonds, da muss es einfach so sein, dass die Hilfen so schnell, so unbürokratisch und auch, ich sage mal, so flexibel wie möglich irgendwie dann ganz direkt bei den Familien auch ankommen, die an der Stelle Unterstützung brauchen. Dann hatten wir die Frage, Frau Katt, ja, ich hoffe, Sie haben gefragt, was brauchen Kinder, um wieder in die Normalität zu kommen. Ich glaube, zunächst einmal ist es ganz wichtig, dass anerkannt wird, was passiert ist in der letzten Zeit, dass das nicht negiert wird, sondern gewürdigt wird. Zum einen, was Kinder und Jugendliche mitgemacht haben, dass aber auch klar und transparent einmal damit umgegangen wird, dass da bestimmt einige Entwicklungsschritte passiert sind, die oder hätten passiert wollen, die nicht nachgeholt werden können. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da transparent drauf guckt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man den Blick nicht immer nur aufs Aufholen, auf jetzt muss nachgeholt werden legt, sondern vor allem auch, und auch das können die Fachkräfte, das wissen wir mit der entsprechenden Haltung, wie drauf guckt und auch durchaus mal zulässt, wenn diese Zeit nachwirkt. Und ansonsten würde ich hier an der Stelle tatsächlich nochmal wiederholen wollen, was ich ganz zu Beginn gesagt habe. Ich glaube, für möglichst viel Normalität braucht es möglichst viel Normalität eben an diesen Orten, an denen Kinder und Jugendliche sich aufholen, sprich Entspannung in Kita, Entspannung in Schulen, auch was das Personal angeht. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen aus den Reihen der Abgeordneten? Das scheint nicht der Fall. Dann, Herr Seitner, Frau Langner, Frau Priester-Hoffmann, ich danke für Ihr Kommen. Und wir kommen zum nächsten Block von Sachverständigen, da Sie hier größtenteils neu eingetroffen sind. Sie sollen Zeit, zehn Minuten haben für Ihre Stellungnahme und dann schließe ich einen Block von Fragen der Abgeordneten an. Ich begrüße Herrn Dr. Jochen Wilms, den Vorsitzenden des Landesjugendringen Schleswig-Holstein und Anna Gesa Busch, die Geschäftsführerin, Frau Elisa Nino, die Landesschülerin, Sprecherin der Gymnasien in Schleswig-Holstein und Landesschülervertretung in Schleswig-Holstein und Frau Alexandra Ehlers vom Landesfrauenrat. Ja, Herr Dr. Wilms, ich erteile Ihnen das Wort. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Kirschner, liebe Frau Ratje-Hoffmanns, vielen Dank, dass wir heute hier sprechen dürfen. Frau Busch und ich, wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Ich mache eine allgemeine Einführung. Frau Busch wird noch mal was für die wirklichen Auswirkungen auf die Praxis und die Ehrenamtlichen sagen. Und zum Schluss nehme ich noch mal das Wort an mich. Wir haben uns vorgenommen, uns kurz zu halten und prägnant zu sein, damit Sie möglichst auch die Möglichkeit haben, Ihre Fragen loszuwerden und werden deshalb jetzt nicht zu lange quatschen. Wir begrüßen ausdrücklich, dass inzwischen Jugendliche und Kinder explizit wahrgenommen werden in den Maßnahmen. Zu Anfang der Pandemie war es noch so, dass Kinder und Jugendliche teilweise strenger behandelt wurden als Erwachsene, trotz der besonderen Lebenslage in Jugend. Ein Jahr Jugend, gut, das war am Anfang nicht absehbar, aber selbst schon eine Woche Jugend ist länger als eine Woche Erwachsenen. Für uns ist es eine Woche Arbeiten gehen, aber eine Woche im Jugendalter, da erlebt man viel. Und der zweite Antrag, der heute ja indirekt mitverhandelt wird, ist ja das Thema Isolationspflicht. Dort ist tatsächlich auch in der Jugend keine klare Linie zu sehen, denn die soziale Verantwortungsübernahme von jungen Menschen, auch für den Gesundheitsschutz, der ist da. Auf der anderen Seite ist es aber so, einem Kind, das keine Symptome zeigt, zu sagen, du darfst nicht mal die Hausaufgaben an der Haustür von einem anderen Kind zu übernehmen. Oder wenn man, wie der Großteil der Kinder und Jugendlichen, in einer Wohnung, nur in einem kleinen Zimmer lebt, du darfst nicht mal einmal raus, frische Luft schnappen oder spazieren gehen mit deinem Geschwisterkind, das Geburtstag hat. Das sind ganz, ganz harte Einschränkungen, die dort noch mal eine ganz andere Dimension haben und einfach Berücksichtigung verdienen. Insofern befürworten wir natürlich Lockerungen insgesamt, aber weisen auch darauf hin, dass der Wegfall von Einschränkungen oder Lockerungen nicht ausreichen. Das holt natürlich nicht auf, was in den Jahren passiert ist. Kinderschutzbund, die Expertinnen und Experten, alle haben es hier, soweit ich sehen, falls online verfolgen konnte, gesagt. Das Aufholen und das Nachholen, das muss aktiv unterstützt werden. Und ein Programm, Aufholen nach Corona, wo die Mittel das erste Mal im Februar diesen Jahres schon leer waren, das reicht bei weitem nicht aus. Da brauchen wir ganz andere Strukturen und da brauchen wir ganz andere Systeme, die langfristig die Perspektive ermöglichen, auch in diesem komplementären System zur Schule. Ganz oft haben wir heute hier Schule gehört, Schule und Kita, Schule und Kita. Das ist aber doch nur ein kleiner Teil des Lebens junger Menschen und auch ein kleiner Teil des Lebens von Eltern. Es geht also auch um die Unterstützung der komplementären Lebensräume, also der anderen Lebensräume als nur Schule. Und dort sind insbesondere aus unseren Strukturen Ehrenamtliche aktiv. Und da, Geshe, möchtest du was zu sagen? Genau. Wir haben uns gedacht, wir geben einen kleinen Einblick in die Praxis. Jugendarbeit ist einer der wichtigen Orte des Aufwachsens. Was hören wir von unseren Ehrenamtlichen vor Ort? Zu den mentalen Folgen von Corona-Maßnahmen für Kinder und Jugendliche haben sich heute schon einige geäußert. Also die Aussagen von Prof. Dr. Heeg, von Frau Dr. Jauch-Schara und Prof. Dr. Vogts zu den mentalen Folgen und den Auswirkungen insgesamt auf Kinder und Jugendliche, die können wir eigentlich alle unterstreichen. Und bei uns äußert sich das natürlich vor allem in dem, was Ehrenamtliche, das ist ja vor allem ehrenamtlich getragen bei den Jugendverbänden, in ihrer Arbeit erfahren. Das sind die wöchentlichen Gruppenstunden auf eine Angebote, aber vor allem auch Ferienfreizeiten. Und gerade jetzt im Sommer haben natürlich sehr viele Ferienfreizeiten zum ersten Mal auch wieder stattgefunden, nach Pause. Und Ferienfreizeiten haben eine ganz besondere Funktion, weil sie eben eine Loslösung von der Familie und dem Alltag bedeuten. Und in solchen Situationen kochen eben auch Dinge hoch, die Kinder und Jugendliche vielleicht bis dahin nicht losgeworden sind. Und da haben wir ganz viele Rückmeldungen, dass Ehrenamtliche eben als Vertrauenspersonen genutzt werden, die in solchen Ferien, Zeltlagern, was auch immer, als Ansprechpersonen dann eben ins Vertrauen gezogen werden. Das heißt, es hat viele Einzelgespräche gegeben mit einzelnen Leuten. Es gab auch viele Teilnehmer, die man jetzt vielleicht, sage ich mal, mit auffälligem Verhalten oder so bezeichnen würde. In so einem Gruppenzusammenhang habe ich ja auch immer die Herausforderung, mich in Gruppen einzufügen, Konflikte zu lösen. Da hatten Ehrenamtliche dieses Jahr deutlich höhere Herausforderungen als noch in den Jahren vor Corona. Es ist das Thema Heimweh, was eine große Rolle spielt. Und da erleben wir einfach, dass das auch für Ehrenamtliche eine sehr große Belastung ist. Wir können nur unterstreichen, was auch heute Morgen gesagt wurde. Und das hat nicht immer, oder in der Regel sind das keine Fälle, die nötig machen, dass professionelle Hilfe vermittelt wird. Das kommt auch vor. Aber in vielen Fällen ist es einfach die Zeit und das individuelle Eingehen auf Kinder und Jugendliche, was dann nötig ist. Und da ist es eben so, dass das auch für Ehrenamtliche natürlich eine besondere Herausforderung darstellt, zeitlich und in dem, was sie da leisten müssen. Und diesen Einblick in die Praxis gebe ich so ausführlich, weil wir uns natürlich auch fragen, was macht das strukturell mit der Jugendarbeit. Wir haben eine Zeit, in der wir keine Nachwuchsgewinnung betreiben konnten für Ehrenamtliche oder fast keine, weil viel ausgefallen ist. Also es gab zwar digitale Angebote, auch dieses Einrichten auf Hygienemaßen, auf digitale Angebote, war für Ehrenamtliche eine große Herausforderung. Wir konnten gleichzeitig keine Jugendleiter qualifizieren und wir reden in hohem Maß von jungen Menschen. Also wenn ich mit 50 ein Ehrenamt habe, dann habe ich häufig lange Standzeiten, dann machen die Leute das zehn Jahre oder so. Das ist im Jugendalter nicht so. Das mache ich vielleicht zwei, drei, vier Jahre und dann wachse ich raus. Wir haben also eine Situation, wo wir weniger Ehrenamtliche haben, mit einer deutlich größeren Belastung. Und wir haben eben Ehrenamtliche, die zum Teil auch selber erschöpft sind. Das wurde hier ja eben auch schon für andere Bereiche beschrieben. Die haben selber persönlich große Herausforderungen gehabt. Sie haben im Ehrenamt große Herausforderungen gehabt und diese Herausforderungen sind noch lange nicht vorbei. Die merken Sie an jeder Stelle. Es ist eine doppelte Herausforderung. Und wir erhalten ganz viele Anfragen dazu, Angebote zu machen. Nicht nur, wie gehe ich mit mentalen Herausforderungen für Kinder und Jugendliche um, sondern auch, wie kann ich Ehrenamtliche stärken, wie kann ich die motivieren, wie kann ich dafür sorgen, dass die nicht wegbrechen. Und das ist unsere große Sorge. Und da bitten wir um Unterstützung, auch jetzt, weil wenn die Strukturen erstmal weg sind, wenn so eine Ortsgruppe ausfällt oder ähnliches, dann kriegt man die nicht ohne weiteres wieder aufgebaut. Dazu vielleicht auch nochmal die Zahl. Wir haben ungefähr 20.000 ehrenamtlich Engagierte in den Kinder- und Jugendverbänden im Land. Wir haben 18 geförderte Stellen, also hauptamtliche Stellen auf Landesebene. Die Förderung reicht auch gerade mal für die Hälfte der Stelle. Mit diesen Menschen können wir in keinem Fall die Unterstützungsangebote leisten, die vor Ort benötigt werden. Und dann können wir auch Kindern und Jugendlichen nicht die Freiräume geben, in denen sie da eben auch Ansprechpersonen finden können. Ich freue mich ja immer beim Sozialausschuss ganz besonders, vielleicht ja auch beim Innen- und Rechtsausschuss, wenn ich in die Gesichter gucke, dass man über den Wert der Jugendhilfe und insbesondere auch der ehrenamtlichen Arbeit gar nicht viel sprechen muss, weil der anerkannt wird und weil der da ist. Und wenn man jetzt überlegt, von außen gedacht, was könnte man tun, um die ehrenamtliche Arbeit dieser Zeit noch mehr zu erschweren, kommt man relativ schnell zu dem Schluss, es muss global genau das passieren, was passiert. Große Kostensteigerungen für Fahrten. Busfahrten sind auf einmal doppelt so teuer wie vorher. Die Jugendunterkünfte, die zum Großteil aus Kostengründen energetisch nicht saniert werden konnten bisher, stehen vor der Herausforderung, kostendeckend zu arbeiten, aber trotzdem noch ihrem eigenen sozialen Anspruch gerecht zu werden, für Jugendfahrten ausreichend attraktiv und erschwinglich zu sein. Und dieses Gesamtagglomerat in dieser Situation führt nicht nur zu einer Manifestation der sozialen Ungerechtigkeit, insbesondere im Jugendalter, sondern sogar zu einer Verschärfung in vielen Situationen. Eltern, die vorher schon wenig Geld hatten, haben jetzt kaum noch eine Chance, auch trotz öffentlicher Hilfen, Fahrten zu finanzieren, sei es in Schule oder ganz besonders im privaten Bereich. Da das Geld, was da ist, primär jetzt zur Versorgung der Familie und des Haushalts benutzt wird und Einsparpotenziale natürlich bei Leistungen wie Wochenendfreizeiten, die auf einmal auch Kostensteigerungen von 30 Prozent und mehr haben, gemacht werden können. Und dieser Schlag ist doppelt hart nach dem Ausgang der Corona-Hilfen, die die Fahrten natürlich attraktiv und sehr günstig gemacht haben, dass wir wirklich, und dafür möchte ich auch danken, auch insbesondere für die Verlängerung des Programms aus Landesmitteln, dass wir es da mit ganz vielen Kindern und Jugendlichen, die es sonst nicht hätten machen können, ermöglichen konnten, an diesen Angeboten, die wichtig waren und auch noch wichtig sind und wichtig bleiben werden, die Teilnahme ermöglichen konnten. Und in diesem Sinne möchte ich mit dem Appell enden, die langfristige und strukturelle Förderung, nur die wird helfen, auch perspektivisch über die Folgen von Corona hinwegzukommen. Ein punktuelles Aufholprogramm oder ein Rumdoktoren an einzelnen Stellen wird nicht die strukturellen Probleme, die wir jetzt nach zweieinhalb Jahren Corona in vielen Verbänden und Vereinen und Jugendringen haben, werden die nicht heilen, sondern da muss wirklich substanziell, strukturell und langfristig gedacht werden, um die Situation zu stärken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Dr. Wilms, Frau Busch, vielen Dank. Ja, Frau Nino, es freut mich, dass Sie als Vertreter einer jüngeren Generation hier auch beitragen. Vielen, vielen lieben Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Zuhörende. Ja, ich bin eine der Jugendlichen, über die hier geredet wurde, live und in Farbe. Und ich bedanke mich herzlich für die Möglichkeit, hier zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das alle wissen, dass Jugendbeteiligung nicht immer, nicht überall läuft. Von daher ist es eine super große Ehre, dass ich heute hier sein darf. Ja, mein Name ist Elisa Nino und als die Pandemie losging, das war ja 2020 ungefähr, da war ich 15 Jahre alt. Nun schreibe ich diesen Monat noch mein Vorabi. Also das ist eine ganz schöne Zeit. Mein erstes Bier mit 16 hatte ich dann mit zwei Freunden und nicht auf einer Dorffete mit Mutti Zette, wie man das eigentlich mit 16 so macht. Das ist ja schon ein bisschen Tradition auf dem Dorf. Und in diesem Sinne kann ich meinen Vorrednern nur zustimmen. Ich bin hier schon zum Wackeldackel geworden. Ja, es war wirklich super, super schwierig. Genau in dieser Zeit, auch in 2020, bin ich in die LandesschülerInnenvertretung gegangen. Habe also unzählige Pressemitteilungen unterschrieben im Sinne von bitte, bitte hört auf uns Jugendliche, bitte nicht. Also es war wirklich, wirklich schwierig. Also ja, die Pandemie hatte immense Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Und ja, dass so etwas, falls etwas oder das etwas noch mal passieren sollte, das muss bitte, bitte so lange wie möglich mit allen Mitteln verhindert werden. Ich habe im Landesvorstand mit Schuldelegierten, mit Mitschülern und mit Freunden geredet. Und die überragende Mehrheit ist sich einig, das Homeschooling tat uns nicht gut. Wir haben es aber alle ausgehalten, um unsere Lieben zu schützen. Weil macht man halt lieber eine Maske tragen, lieber zu Hause bleiben, als dass es Oma schlecht geht. Aber wenn das jetzt noch mal passieren sollte, dann wird es für wirklich, wirklich viele wirklich hart. Ja, also um eine MitschülerIn zu zitieren, die Isolation hat uns stark beeinträchtigt. Aber uns selbst in unsere Lieben zu schützen, haben wir durchgehalten, dass ein zweites Mal zu durchlaufen wäre eine Katastrophe für mich und meine mentale Gesundheit. Also den Blick in die Zukunft richtend, würden wir als LandesschülerInnenvertretung der Gymnasien uns über weiterhin kostenlose Nachhilfe, über die Aufholprogramme, die ja schon angesprochen wurden, freuen, sowie über Verständnis und Zeit. Es war nicht leicht für uns, weil wir eben diese essentiellen Jahre verpasst haben. Wie eben angeschnitten wurde, mit 50 schon zehn Jahre im Ehrenamt zu sein, ist ein Unterschied, als mit 15, 16, 17 oder auch eben gerade dieses Übergangsalter, Kindergarten, Kita, andersrum, Kita-Grundschule, Grundschule-Weiterführende-Schule, Schule-Studium, diese ganzen Übergangszeiten, die alleine durchzumachen, ist einfach extrem hart. Und deswegen setzen Sie bitte alles daran, dass nie wieder keine Musik aus Musikschulen kommt, dass nie wieder auf einem Sportplatz nicht gespielt wird, dass nie wieder Kinder verboten bekommen, sich zu treffen und dass Schulflure nie wieder leer sind. Danke. Frau Nino, vielen Dank. Dann ist jetzt Frau Ehlerser dabei. Ja, auch von mir herzlichen Dank, dass ich hier sprechen darf. Ich werfe den Blick jetzt mal weg von den Kindern und den Jugendlichen, weil die haben auch alle Mütter und Eltern. Und wir haben uns lange diskutiert, als es so losging mit Corona, welche Auswirkungen hat das Ganze eigentlich auf die Gleichstellung der Geschlechter. Und da kamen ja schnell auch diese Pressemitteilungen, die sie alle mitgekriegt haben, die große Retraditionalisierung, der Rollback und Ähnliches. Und wir müssen uns das ein bisschen genauer angucken und haben uns gemeinsam mit der Fachhochschule Kiel, dem Institut für Genderforschung und Diversity, auf den Weg gemacht und eine qualitative Studie über beide Lockdowns hinweg gemacht. Also Eltern eingeladen, uns quasi ihr Leid zu klagen und daraus eben Ableitungen gemacht. Und tatsächlich konnten wir, und das haben andere Studien mittlerweile bestätigt, keine Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse in Familien bestätigen, sondern nur ein Aufdecken der eh schon quasi nicht gleichgestellten Verhältnisse. Also wir haben etwas entdeckt, wo gesellschaftliche Leitbilder uns suggeriert haben, dass wir eigentlich schon viel, viel weiter sind. Und wir haben da ein bisschen genauer hingeguckt und tatsächlich sind diese belastenden Mehrfachanforderungen durch Sorge und Erwerbsarbeit das gewesen, was insbesondere Mütter, wir hatten auch zwei Väter, die teilgenommen haben, sehr, sehr bewegt haben. Und vor allem auch die Entgrenzung von Erwerbsarbeit heißen sein. Die sind halt morgens, solange die Kinder noch geschlafen haben, haben sie versucht, ein bisschen was zu arbeiten. Wenn die Kinder dann mit irgendwas beschäftigt waren, wieder versucht ein bisschen was und diese Zerrissenheit, nie wirklich irgendwo zu sein, sondern immer mal mit der einen Hand irgendwie am Kochtopf, mit der anderen Hand am Laptop und versucht haben, irgendwie den Alltag zu managen. Und das hat vor allem Mütter tatsächlich stark belastet. Dazu kamen weitere stressverstärkende Faktoren, wie eben die fehlenden sozialen Kontakte für die Kinder, aber vor allem auch für die Eltern, die sich einfach ganz informell austauschen und sich damit eben auch gegenseitig stärken. Ein großer Kritikpunkt tatsächlich der Eltern, die wir befragt haben, und wir haben gar nicht danach gefragt, tatsächlich war die Kritik an der digitalen Infrastruktur und der Umgang der Lehrkräfte mit diesen Themen und auch die Organisation und Betreuung des Distanzlernens. Wie gesagt, wir haben nicht danach gefragt, es ist aber so bulimimämäßig aus den Eltern irgendwie rausgekommen. Insofern spielt das trotzdem dann eine wichtige Rolle in der Studie. Bei dem privaten und straatlichen Umgang mit der Pandemie, tatsächlich haben ganz viele ihre privaten Ressourcen aktiviert und das Ganze trotz eben bestehenden Kontakt verboten. Weil wir sind eben dann doch die Großeltern gekommen oder die Nachbarinnen haben sich da irgendwie gemeinsam organisiert, um die Zeit irgendwie zu überstehen tatsächlich. Und das andere war, dass viele der Arbeitsteilung sind tatsächlich sehr traditionell organisiert gewesen. Ein Zitat war, dass Väter Vorfahrt im Job hatten, der sie finanziell absichert. Also dieser Wunsch zu sagen, wir versuchen das hier gemeinschaftlich zu organisieren, hat nicht funktioniert, weil es eben dann auch hart darum ging, wer verdient eigentlich wie viel und wer kann jetzt sozusagen Arbeitszeit reduzieren, um die Kinder gut zu betreuen. Tatsächlich gab es aber den Wunsch von allen Geschlechtern, Erwerbs- und Sorgearbeit irgendwie zufriedenstellend nachzukommen. Der blieb tatsächlich in der Pandemie absolut ungelöst. Ein Kritikpunkt, und das ist vielleicht etwas auch, was man sich nochmal zu Herzen nehmen soll, sind diese finanziellen Entlastungen, die es gab. Also die Erstattung der Kinderbetreuungsentgelt, dieser Kinderbonus, auch die zusätzlichen Kinderkrankentage, die wurden tatsächlich von allen kritisiert. Auf der einen Seite war es natürlich eine Anerkennung von dem, was gemacht wird, aber sie wurden kritisiert, weil sie eben eine Schieflage überdeckt haben. Also wenn mein Kind nicht krank ist und ich zusätzliche Kinderkrankentage habe, wird das Problem in das Thema verlagert und nicht in die fehlende Betreuungsinfrastruktur. Insofern, Geld hat an der Stelle nicht zu dem geführt, was die Mütter sich gewünscht hätten. Wir haben auch nach den Wünschen gefragt zu dem Zeitpunkt. Wir haben es abgeschlossen, kurz nach dem zweiten Lockdown waren die Teilnehmern in der Studie etwas noch. Die waren noch nicht so weit, dass sie sagen konnten, okay, wir abstrahieren das und gucken in die Zukunft, wie könnte es dann sein. Insofern ist es nicht so groß geworden, wie wir gedacht hätten, aber die Wünsche waren tatsächlich eine Verlässlichkeit der Betreuung und Beschulung mit einem Ausbau der Betreuungsangebote im Schulkontext und aber auch der Auf- und Ausbau der Infrastruktur im Freizeitbereich für Kinder und Jugendliche, eine Professionalisierung von Digitalisierungsprozessen und eine Reform des Bildungsbegriffs und der Bildungspläne hin zu mehr Sozialkompetenzen und emotionalen Kompetenzen. Es ging um eine Erhöhung des Personals und Investitionen im Bildungs- und Betreuungssektor, eine Flexibilisierung der Betreuungszeiten, also heißt es auch mal Spätschicht und Ähnliches. Und das kam so langsam raus, dass es auf eine Flexibilisierung und eine Reduktion von Erwerbstätigkeit für Eltern geht, natürlich bei gleichem Lohn. Also Stichwort kurze Vollzeit. Man kann das Ganze ein bisschen zusammenfassen, dass die Mütter sich eine Aufwertung und Umverteilung der Care-Arbeit wünschen und tatsächlich auch einen Aufbau und einen Ausbau und eine solidarische Unterstützungsstruktur und eine öffentliche Verantwortlichkeit für Familien. Wenn man das zusammenfasst, können wir geschlechterpolitisch folgende Konsequenz ziehen. Wir brauchen eine politische und gesellschaftliche Anerkennung und eine Organisation von Care. Mit drei Leitzielen, einmal die gemeinsame Verantwortung von Familie, Staat, Markt und Zivilgesellschaft. Wir brauchen Care als Normalfall im Lebensverlauf und im Lebensalltag und wir brauchen mehr Geschlechtergerechtigkeit im Ehe, Steuer, Arbeits- und Sozialrecht. Die ganz kleinen Räder, die es hier zu drehen gibt. Herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen, Frau Ehlers. Ich würde jetzt die Fragerunde eröffnen. Gibt es aus den Reihen? Ja, Frau Radio-Hoffmann als erstes, dann Herr Balke, dann Herr Dilschauer. Dann bitte sehr. Ja, allen Vortragenden auch von mir noch mal ganz herzlichen Dank und dann Herrn Wilms eine Frage. Sie sprachen von Veränderungen der Strukturen und deutlichen Veränderungen der Strukturen. Meinen Sie damit eine Abkehr vom Ehrenamt, von der ehrenamtlichen Unterstützung oder ob Sie da ein bisschen konkreter werden könnten. Und das andere, ich weiß gar nicht, ob der Landesfrauenrat das beantworten kann, aber ich stelle es trotzdem mal. Die Krise, die Corona-Krise hat auch dazu geführt, dass es mehr Gewalt in Ehe und in Partnerschaften gibt. Haben Sie da etwas von mitbekommen und wie beurteilen Sie, falls Sie es überhaupt wissen oder ich will das gar nicht unterstellen, die Hilfsprogramme der Landesregierung zu Frauenfachberatungsstellen, zu Frauenhäusern, besonderen Wohnprojekten, ist das aus Ihrer Sicht hilfreich gewesen? Das ist meine Frage. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Auch ganz herzlichen Dank nochmal an Herrn Dr. Wilms, dass Sie das nochmal so ausgeführt hatten, was dieser Vergleich eine Woche für ein Kind und eine Woche für einen Erwachsenen, das hat, finde ich, nochmal sehr deutlich gemacht, dass wir die verlorenen Wochen für Kinder, wie man es ja tatsächlich auch sagen muss, dass wir die natürlich nie vollständig zurückgeben können. Die Frage ist ja aber, wie können wir das dennoch an einer anderen Stelle eventuell kompensieren? Wir hatten da vorhin drüber gesprochen und Herr Dr. van Heeg war, ich sage es mal so, sehr pessimistisch, als es um das Aufholen dessen ging, was in der Pandemie verloren wurde. Herr Dr. Wilms, Sie hatten es aber auch so genannt, Aufholprogramm für Kinder. Vielleicht mögen Sie das auch noch einmal ausführen. Und die gleiche Frage geht vor allem für den Schulbereich nochmal an Frau Nino. Vielen Dank für Ihre Ausführungen da nochmal. Gibt es da Bereiche, auf die wir auch als Politik nochmal besonders achten müssten? Ich kann das nur aus einer Studierendenperspektive jetzt sagen, für mich war das kein Problem, dann digital auf Vorlesungen umzuschalten. Aber das Biochemiepraktikum oder das Chemiepraktikum, da gab es zwar eine digitale Alternative, aber ich habe niemals das vermittelt bekommen, was ich auch in Präsenz hätte vermittelt bekommen können. Und da wäre ich Ihnen nochmal dankbar, wenn Sie da vielleicht nochmal ein bisschen was ausführen könnten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Sie vier für Ihre Stellungnahmen. Zwei ergänzende Fragen. Herr Dr. Wilms, Sie haben nochmal die wirtschaftliche Situation noch angesprochen. Das war ja durchaus auch ein Thema, das uns bewegt hat, gerade wenn wir an Verbände mit Liegenschaften und Einrichtungen denken. War die Phase sehr kritisch? Rücklagen? Waren oder sind aufgebraucht jetzt in der Kombination Schwierigkeiten im Ehrenamt? Wie existenziell gefährdend ist es denn gerade aktuell? Denn Frau Busch hat natürlich zu Recht gesagt, jedes Angebot, das erstmal weg ist, das kommt nicht wieder. Wie verhält es sich aktuell in den Mitgliedsverbänden des Landesjugendringes? Ja, und dann vielleicht eine Frage. Frau Ehlers hat mich nochmal darauf angestupst, aber es sind vielleicht dann alle drei gerichtet. Wir sprechen immer von Aufholen nach Corona. Mein Eindruck ist aber, es muss auch ein Stück weit darum gehen, Erholen nach Corona. Und da sind wir nicht nur bei den Kindern aus meiner Sicht, da sind wir gerade auch bei den Müttern und Vätern. Und aus meiner Sicht kommt das noch zu kurz. Würden Sie das so bestätigen? Und wenn ja, vielleicht gibt es sogar die ein oder andere Idee in dem Zusammenhang. Vielen Dank. Dann hat sich Frau Schiebe noch gemeldet. Ja, auch ich bedanke mich für die Ausführung. Ich habe nochmal zwei Fragen oder zwei Aspekte, wozu ich Fragen habe an Frau Nino. Einmal auch im Bereich Schule und digitale Bildung. Zum einen aus ihrer Erfahrung natürlich auch im Gespräch mit vielen Schüler und Schülerinnen. Inwieweit sind die digitalen Endgeräte angekommen? Und inwieweit haben sie sich da auch gut durch die Lehrkräfte betreut geführt? Und Corona kann ja auch als eine Chance gesehen werden. Was wünschen Sie sich eigentlich für die Zukunft? Man kann ja auch Sachen, die wir jetzt gelernt haben, nutzen. Und was wäre das? Wir haben heute viel über Es braucht Angebote. Wir haben viel über das Thema Aufholen nach Corona gesprochen. Aber die Frage wäre eher auch an Sie, Frau Nino. Welche konkreten Angebote würden Sie sich eigentlich wünschen? Also es haben ja auch da sozusagen Erwachsene bestimmt, welche Möglichkeiten in Form von Ferien, Freizeiten es da gibt. Aber gibt es vielleicht konkret Sachen, wo Sie als Schüler und Schülerin gesagt haben, auch darauf hätte ich noch mal Lust gehabt oder darauf braucht es eigentlich mehr an Angeboten von Sport über Kultur, was jetzt einfach für Sie gefördert gehört? Dann würde ich hier mit einer Antwortrunde dann starten. Herr Dr. Wilms, wenn Sie anfangen mögen. Ja, vielen Dank für die Fragen. Frau Rathjoffmann, Sie fragen nach meinen Worten Veränderung der Strukturen. Ich meine nicht die Veränderung im Ehrenamt oder in den ehrenamtlichen Strukturen. Aber ich spreche regelmäßig mit unseren Ehrenamtlichen, häufig sehr jungen Ehrenamtlichen. und mir geht es um die Strukturen, in denen Sie arbeiten. Wenn man eine Ferienfreizeit macht, von mir aus in Steinburg und man hat Kinder auch aus Dittmarschen dabei und vielleicht aus Pinneberg, dann muss ein junger Ehrenamtlicher, wenn er für eine Übernachtungsmaßnahme Fördergelder auf Kreisebene beantragt, drei verschiedene Formulare auf Papier ausfüllen. Es gibt und jedes Formular ist anders. Und zusätzlich vielleicht noch die Mittel beim örtlichen Träger. Das heißt, auf einmal sitzt da ein junger Mensch mit 16 Jahren vor drei verschiedenen amtlichen Formularen. Und dieser Mensch hat dann auch keine Ansprechperson, die ihm helfen kann. Weil, Frau Busch hatte es gesagt, landesweit gibt es von Landesseite gefördert in unseren Jugendverbänden mit 500.000 Kindern und Jugendlichen und 20.000 Ehren. Und schwupps ist das Amt digital. So, und das ist aber nicht das, was wir heutzutage denken. Insbesondere da vermehrt auch Kinder und Jugendliche gar keinen Drucker zu Hause haben, weil die wirklich digital arbeiten. Papierlos. Das, was früher die große Vision war. Und das sind so kleine Voraussetzungen. Und was wir gelernt haben in der Corona-Pandemie ganz stark, ist dort, wo Hauptamt war. Und das Hauptamt geht insbesondere bei den großen Verbänden, gerade wenn wir Richtung kirchliche Verbände und Ähnliches denken, darüber hinaus. dort gab es Sicherheit. Da musste eben nicht der 16-Jährige vor Ort auf einmal ein Hygienekonzept entwickeln. Wie groß das klingt und was für eine Verantwortung man auf Ehrenamtliche überlegt. Und das meine ich mit strukturellen Veränderungen, dass man den Strukturen den Rücken frei hält. Also so eine Art Struktur im Hintergrund, die den Ehrenamtlichen, die weiterhin die richtige und wichtige und tolle Arbeit leisten sollen, denen zu ermöglichen, das auch zu können. Und diesen Verwaltungsoverhead, der trotz vieler Reformen doch immer weiter aufwächst, den von ihren Schultern zu nehmen, insbesondere in dieser Zeit, wo die Belastungslage ja auch im Privaten und drumherum immer weiter erhöht wird. Und dort beispielsweise auf dem Wege Möglichkeiten zu schaffen, sich wieder auf das zu konzentrieren, was den Menschen wichtig ist und was ihnen auch Freude bereitet. Herr Balker hatte in dem Zusammenhang gefragt, wie kann man diese verlorene Zeit kompensieren? Wie kann man das Aufholen ermöglichen? Oder Herr Dilschauer hat dann gesagt, ist es nicht eher ein Erholen? Ich glaube, wenn ich hier rüber gucke, so nachholen, also das erste Bier, den ersten Kuss oder so, nachholen, das läuft nicht so einfach. Und auch als Erwachsener zu versuchen, Jugend nachzuholen, hat häufig auch ganz komische Züge an sich. Also, ich denke, Raum geben. Und Herr Hoffmann hat es ganz schön gesagt, von uns als Erwachsenengeneration, zu der ich mich leider auch zählen muss, obwohl ich irgendwie so berufsjugendlich mich da fühle, das ist ganz wichtig, mit der Haltung dort entgegenzugehen, zu sagen, hey, das ist okay und was haben wir eigentlich Kindern und Jugendlichen vermitteln und was vermitteln wir immer noch? Durch die ganzen Programme und mir ist klar, dass das keiner möchte, aber das ist das, was passiert. Wir stellen Kinder und Jugendliche insbesondere als Schülerinnen und Schüler dar, die defizitär sind, die in den letzten Jahren zu wenig gelernt haben. Und man müsste mindestens im gleichen Zuge, wenn nicht noch viel mehr, betonen. Und ihr habt auch ganz viel anderes geopfert für die Gesellschaft und ganz viel anderes verpasst und das Aufholen oder Nachholen oder Erholen von diesen Belastungen, das ist mindestens genauso wichtig, aber stattdessen machen wir Schulprogramme in den Ferien und kostenlose Nachhilfe ist was Wunderbares, aber es ist ein Zeichen dafür, dass die Strukturen so sehr versagen, dass überhaupt diese Nachhilfe nötig ist. Das heißt, das ist wieder ein Rumdoktoren an dem Symptom und wir gehen gar nicht zum Kern des Problems vor, aber Schulpolitik ist nicht unbedingt Landesjugendringssache, da möchte ich jetzt auch an der Stelle gar nicht mehr zu sagen, aber Freizeitangebote für alle und das Nachholen außerhalb, das sind wichtige Schritte, um auch die Wertschätzung für die jungen Leute und das, was sie gemacht haben, zu äußern. Herr Derschauer hatte nochmal auf die wirtschaftliche Situation verwiesen, auch auf das Thema Rücklagen. Dort würde ich gerne an Giesche verweisen, weil du insbesondere bezüglich der Bildungsstätten und der Verbände vor Ort, in die wir gar keinen direkten Einblick zwangsläufig haben, auskunftsfähig bist. Jetzt habe ich mich schon zurückgelehnt, aber das kriege ich auch so hin. Also Mitgliedsverbände von uns haben zum Teil eigene Einrichtungen, nutzen zum Teil natürlich auch Erwachseneneinrichtungen und wir haben als Anschlussverband ja auch diverse Verbände, die Jugendunterkünfte betreiben. Das verstehe ich jetzt auch so ein bisschen in die Richtung. Wir haben die Situation, dass die Häuser im gemeinnützigen Bereich, also Gruppenunterkünfte, die von Familien für günstige Übernachtung, für Klassenfahrten und natürlich von unseren Strukturen in der Jugendarbeit genutzt werden, immer in einem Zwiespalt sind zwischen ich muss meine wirtschaftliche Situation sicherstellen und ich möchte Kindern und Jugendlichen soziale Teilhabe ermöglichen. und wir sind in der Situation, ich weiß nicht, wer ab und zu mal in Jugendherbergen oder Ähnlichem übernachtet, ich kann das nur empfehlen, kann man auch als erwachsene Einzelperson, wenn ich in einem Mehrbettzimmer als Jugendlicher unterkomme mit Verpflegung und Übernachtung, also Vollpension, dann bin ich jetzt schon bei bummelig 42 Euro. Jetzt kann man sich das mal ausrechnen, was das bedeutet für eine Jugendfreizeit für eine Woche und was das für Eltern bedeutet und das ist die günstigste Form der Übernachtung plus Zelte natürlich. Die Schwierigkeiten, die jetzt die Unterkünfte haben und ich mache das da jetzt so ausführlich, weil es da natürlich besonders deutlich wird, aber das betrifft natürlich auch Jugendräume und Ähnliches, die steigende Energiekosten haben, die Kosten für Verpflegung, Energie und so weiter steigen. Rücklagen gibt es in dem Bereich nicht, weil die Rücklagen, die gebildet werden, natürlich für Bau und so weiter da sind. Im Gegenteil, ich höre jetzt von den Einrichtungen, Mensch, wir hatten eigentlich geplant, nächstes Jahr eine größere Maßnahme zu machen, auch um energetisch zu sanieren und einiges andere in dem Zug zu machen, die haben wir zurückgestellt, weil wir wissen ja gar nicht, was kommt und wir können die Preise nicht hochschrauben. Das ist das Problem. Also ich kann natürlich sagen, die Übernachtung kostet jetzt 60 Euro, aber wer soll die denn bezahlen? Die Fördersätze der Jugendarbeit steigen nicht. Wenn das die Antwort ist auf die Frage, also wir sind, was heißt existenzbedrohend, die tun alles, um das zu retten, aber je länger ich warte mit einer Investition in Infrastruktur, das weiß jeder, irgendwann kann ich ein marodes Gebäude nicht mehr halten. Das ist einfach so. Genau, ergänzend dazu hatten Sie auch nach den Strukturen vor Ort gefragt. Dort ist es so, dass natürlich allein durch Mitgliedsbeiträge, Räumlichkeiten, insbesondere in dieser Krise, voraussichtlich nicht so einfach zu halten sind, insbesondere wenn man an Vereinsstrukturen denkt, wo auf der Vollversammlung dann für das nächste Jahr die Mitgliedsbeiträge festgelegt werden, ist das in der Kurzfristigkeit, in der Krise, in der wir stehen, eine große Herausforderung, die aber in diesem Agglomerat von allem, wo jetzt die Ehrenamtlichen drinnen stehen, noch gar nicht vollständig überblickt werden. Dort sind wir dran, machen auch Beratungsangebote und Austauschformate. Allerdings ist dieses Thema Vereinsheim vor Ort ein ganz großes Thema, wo auch die Kreisjugendringe entsprechend dran sind und aber noch gar nicht die Auswirkungen jetzt der aktuellen Krise zu sehen ist. Und Frau Schiebe, Sie haben uns nicht direkt gefragt, trotzdem möchte ich dort zwei ganz kurze Punkte anbringen, das ist mir ein Anliegen. Zum einen, was kann man nutzen? Ich glaube, dass zumindest in unseren Strukturen, aber ich glaube, in Schule ganz viel Modernisierung, endlich mal so ein bisschen weg von dem, wie es schon immer war, also ich mag gar keine Jahreszahl sagen, sondern weg von, wie es schon immer war, und das Thema Ferienfreizeiten, das sehen wir als Jugendverbände natürlich anders, das haben nicht alles Erwachsene bestimmt. Gerade in den Jugendverbänden und Vereinen, in der Selbstorganisation junger Menschen, haben die ganz viel mitbestimmt, was in den Ferien gemacht wurde. Aber ich, da haben Sie vollkommen recht, insbesondere bei dem Programm Aufholen nach Corona beziehungsweise Schulsommer und Co. Dort wurde es vor allen Dingen durch Erwachsene getragen und ja, meine Kritik daran hatte ich schon geäußert und damit, nee, ich darf gar nicht übergeben. Vielen Dank. Frau Nino, bitte. Also ich habe mir eine Mindmap gemacht, deswegen kann ich die chronologische Reihenfolge der Fragen nicht mehr nachvollziehen. Und auch noch vorweg, wir hatten gestern ein Gespräch mit Frau Prien, so wie auch schon viele weitere mit PolitikerInnen, die uns so ein bisschen den, ich will nicht Idealismus sagen, aber die uns so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen haben. Deswegen hole ich die jetzt nochmal von tief unten wieder her. Aufholen, erholen, was ich ja eben schon angesprochen hatte, Zeit und Verständnis sind so die Sachen. ich würde super gerne ein Praktikum machen zur Zeit, weil ich nur ein Praktikum hatte, einige Mitschülerinnen hatten gar keins, aber blöd ausgedrückt traue ich mich nicht zu fragen, weil dann verpasse ich ja was. Dann fehle ich eine ganze Woche, ich fehle über 30 Stunden, Sie können sich nicht vorstellen, wie viel das ist. Und das heißt, ich suche mir dann einen Zeitraum, wo ich vielleicht keinen Unterricht mehr habe oder nur noch Abi-Vorbereitungen, damit ich dann mein Praktikum machen kann. Mega doof. Also Zeit ist so das, was echt toll ist. Wenn man bis fünf Unterricht hat, vielleicht der Appell, und ich weiß, dass der schon gegeben wurde, bitte gebt den SchülerInnen keine Hausaufgaben auf, wenn sie bis fünf Uhr Unterricht haben, damit sie irgendwie noch Sport machen können oder Musik oder sich treffen oder lernen oder dies oder jenes. Also Zeit ist wirklich ein Ding und wir sind, ich will mich jetzt selbst nicht als Kind bezeichnen, aber wir sind schon noch Kinder, die nicht nur jeden Tag lernen möchten und nicht jeden Tag. Und das Ziel ist, gerade bei uns auf den Gymnasien, Abitur. Und das kennen Sie wahrscheinlich auch die meisten selbst, dass 30 Mal am Tag Abi relevant und alles ist Abi relevant. Ja, also deswegen, Zeit ist das, was ich mir wohl wünschen würde. Digitales, Sie sagten eben, wie viele SchülerInnen Tablets haben, da habe ich dann kurz gelacht. Also es sind Privatgeräte. Wir haben auch Frau Prien auf das Tablet-Versprechen von Herrn Günther aus 2018 angesprochen. Das ist unrealistisch aufgrund der hohen finanziellen Kosten. die Lehrkräfte haben ja Tablets, nur durch die extremen Software-Einschränkungen werden die halt auch nicht optimal genutzt. Lehrkräfte-Fortbildung fordern wir auch nach wie vor. Jetzt muss ich, hör mal aus meinem Kopf, es ist ein 21-seitiges Grundsatzprogramm, was Sie übrigens gern lesen können. Und wir fordern 30 verpflichtende Stunden Fortbildung für Lehrkräfte jährlich. Das heißt, das wäre auch was, woraus wir auch alle lernen könnten und was mitnehmen könnten. Die Zukunft bietet natürlich eine riesengroße Chance und das haben wir auch gestern schon Frau Prien erzählt. Wir würden uns super freuen, wenn Hybridunterricht eine gängige Methode werden könnte. Für den Fall, dass sich jemand den Oberschenkel bricht, wäre es natürlich cool, wenn die Person von zu Hause aus teilnehmen könnte und nicht zweieinhalb Stunden mit ÖPNV über die Dörfer juckeln müsste. Das war aber leider auch unrealistisch. Also ich glaube, Zeit für SchülerInnen zu haben, ein offenes Ohr zu haben und solche Gesprächsformate wie heute durchzuführen, gerade auch im Sinne der Partizipation, ist wichtig. Und es ist super schön, dass bei den Jugendorganisationen die Jugendlichen gefragt werden, was in Schule aufgrund der autoritären Ebenen nicht so gängig ist. Die Angebote, die es schon gibt beziehungsweise geben wird, die ausgebaut werden, sind definitiv gut. Keine Frage. Es kommt wieder mit dem Punkt Zeit. Also wenn Zeit für AGs ist, ist es total toll, wenn AGs benutzt werden. Wenn man sagt, man fährt einen Tag in den Landtag. Also das sind so Klassenausflüge, Klassenfahrten, Freizeitaktivitäten. Sachen im Schulverband sind natürlich total toll, weil KlassenkameradInnen sind ja nicht nur da, um gemeinsam zu lernen, sondern auch dann, um gemeinsam Zeit zu verbringen. und Schule ist ja ein Ort des Lebens, der Begegnung und das finde ich sollte wieder ein bisschen ins Licht rücken. Ja, vielen Dank für Ihre Antworten, Frau Nino. Das mit der Zeit wird leider später überhaupt nicht besser. Frau Elas, Sie sind am Zug. Ja, aber tatsächlich ist genau das, was glaube ich auch die Familien jetzt brauchen. Es geht sicherlich um ein bisschen Erholung, wir haben Stichwort Mütter-Kind-Kuren und Ähnliches, die so weit genutzt werden, aber ich glaube, Eltern wünschen sich gerade einfach verdammt viel Normalität. Also Verlässlichkeit im Tagesablauf, zu wissen, okay, auch nächste Woche kann ich noch meiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Ich weiß, meine Kinder sind in der Schule, in der Jugendgruppe, in der Kita und genau das hilft, glaube ich, gerade am allermeisten, Normalität und Verlässlichkeit. Zu dem Thema häusliche Gewalt, die Zahlen bleiben stabil hoch, sie sind angestiegen, allerdings ein bisschen verzögert, das hatte was damit zu tun, im Wesentlichen, dass die quasi, die kamen später am System an, weil in diesen Lockdown-Zeiten gab es keinerlei Kontaktmöglichkeiten, die Beratungsstellen, die waren sehr schnell, was so digitale Angebote nachgingen, aber wenn ich einen häuslichen, also einen Fall von häuslicher Gewalt hatte, wenn ich die betroffene Person war, hatte ich ja aufgrund des engen Lebensumfeldes einfach nicht die Möglichkeit, mal zu telefonieren, wenn mein Partner bei der Arbeit war, weil der saß jetzt im Homeoffice in der Küche. Deswegen kamen diese Fälle ein bisschen verzögert in die Beratungsstellen an. Das, was ich von den Kolleginnen gehört habe, war das, was das Land getan hat, so weit hilfreich. Es hat bei Weitem gerade in den Frauenhäusern nicht den Bedarf aufgefangen, aber das ist ein Thema, was wir seit Jahren haben, dass wir dort eigentlich zu wenig Plätze haben und die Verweildauer in den Frauenhäusern einfach sehr lange ist aufgrund des Thema Wohnraummangels. Das ist also eigentlich nur noch mal eine Verschärfung, aber keine neuen Themen da drin. Leider. Ja, haben sich noch Fragen ergeben für die Abgeordneten? Das scheint nicht der Fall. Ja, dann danke ich Ihnen allen Vieren für Ihr Kommen. und wir gehen zum nächsten Expertenblock über. Und zwar den Vertretern der Pflegeberufe und ich möchte hier ganz besonders den ehemaligen Landtagskollegen Flemming & Meier an alter Wirkungsstätte begrüßen. genau und ich begrüße Frau Patricia Drube, Referentin für Unternehmerinnen und Unternehmer und Langzeitpflege vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe Nordwest und Frau Nicole Knudsen von Wir pflegen Interessenvertretung und Selbsthilfepflegen der Angehöriger in Schleswig-Holstein. Frau Drube, vielleicht mögen Sie anfangen. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, hier noch mal aus der Sicht der Pflegeberufe oder der Pflegefachpersonen Stellung zu beziehen. Wir haben uns in unserem Verband tatsächlich intensiv beschäftigt mit der Frage der Aufhebung der Isolationspflicht, weil es natürlich auch immer wieder Situationen gibt, wo uns berichtet wird, die Personen, also gerade Familien, die im häuslichen Bereich versorgt oder gepflegt werden, die testen sich gar nicht mehr, wenn sie Symptome haben, weil sie dann damit eine Isolation vermeiden können und das wiederum bringt dann natürlich auch die versorgenden Pflegenden in eine Gefahr. Auf der anderen Seite ist aber natürlich der Schutz auch der Pflegefachpersonen und damit eben der ganzen Versorgung auch von Patientinnen und Patienten und pflegebedürftigen Menschen ist eben doch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den zu erreichen. Und in der angesprochenen Drucksache wurde ja insbesondere argumentiert, dass es jetzt Zeit sei, auch einen deutschen Sonderweg zu verlassen, dass andere Länder eben dort auch schon andere Wege gegangen sind. Und in dem Zusammenhang müssen wir leider feststellen, dass wir natürlich auch einen deutschen Sonderweg haben, was die Personalausstattung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen angeht. Und insofern halten wir es nicht für sachgerecht, sozusagen mit dieser Argumentation zu sagen, okay, dann schließen wir uns jetzt mal den anderen an, Sondern wir müssen ganz klar sagen, was die durchschnittliche Relation von Pflegepersonal zu Patienten in unseren Krankenhäusern betrifft, liegen wir in Deutschland im europäischen Vergleich an letzter Stelle. Und nun mag man sagen, da kann man jetzt über Statistiken diskutieren und fragen, ob da wirklich nun alles so vergleichbar ist, was man da erhoben hat und wie man es erhoben hat. Fakt ist aber, dass wenn wir uns mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland unterhalten, die Berufserfahrungen auch in anderen europäischen Ländern haben, wie zum Beispiel in Norwegen oder in der Schweiz, dass diese Kollegen uns sehr eklatant den Unterschied in ihrer Belastung und auch den Unterschied in Bezug auf die Qualität der Patientenversorgung darlegen können. Und insofern halten wir einen Punkt, der ja dann auch auftaucht in dieser Landtagsdrucksache für extrem wichtig, nämlich, dass Schleswig-Holstein sich auch im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz dafür einsetzt, unser Gesundheits- und Pflegesystem nachhaltig zu stärken. Weil wir sind der Meinung, das ist die erste prioritäre Baustelle, bevor wir darüber sprechen können, in irgendwelchen anderen Gesundheitsbereichen sozusagen mehr auf Eigenverantwortung zu setzen und zu sagen, wenn es dann doch zu erhöhten Fallzahlen kommt, dann kriegen wir das schon gestemmt. Im Moment kriegen wir das nicht gestemmt. Wir haben es schon vor der Pandemie schwer gestemmt bekommen und da spreche ich immer sowohl vom Krankenhaus als auch von den stationären Pflegeeinrichtungen als auch von den in der Häuslichkeit versorgten Menschen. Es gab vorher schon massive Engpässe und es ist jetzt in Zeiten der Pandemie wirklich noch deutlich, deutlich schlimmer geworden. Und wir müssen ganz klar sagen, dass eben auch im häuslichen Bereich wir eigentlich keine Resilienz in der Versorgung mehr haben. Also da ist alles schon sozusagen über der Kante und wir haben immer wieder Bereiche in Schleswig-Holstein, wo einfach überhaupt kein Pflegedienst mehr hinkommt. Wir haben Familien und Haushalte, wo es keine Möglichkeit gibt, irgendwie eine fachliche Unterstützung noch an Land zu holen. Also uns wird einfach nur von verzweifelten, weinenden Menschen berichtet und deshalb ist eben die größte Baustelle tatsächlich dort erstmal überhaupt unsere Versorgungsstruktur zu stabilisieren und wir können uns da glaube ich keinen zusätzlich irgendwie provozierten Erkrankungsfall, sei es von Pflegebedürftigen, von ihren Angehörigen oder eben auch vom Pflegepersonal leisten. Ein anderer wichtiger Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, da geht es mir auch vor allem um die Stärkung der Resilienz unserer Versorgungssysteme, dass es auch pflegewissenschaftlich von Evidenz gegründet ist, dass regionale Netzwerke da eine ganz zentrale Rolle spielen und sicherlich ist allen auch das Gesundheitsnetzwerk Lübeck bekannt und da kann ich Ihnen eben auch nur aus meiner Erfahrung berichten, dass das eine sehr große Unterstützung war bisher in der ganzen Pandemie, aber dass es sowas natürlich auch in anderen Situationen braucht, also in der Pandemie hat es sich gezeigt, dass es hilfreich war, ich weiß, es ist auch nicht immer konfliktfrei mit dem Sozialministerium gelaufen, weil es manchmal darum ging, sehr spontan und schnell Lösungen für bestimmte Dinge zu finden, die dann nicht immer sozusagen so ganz synchron mit der Landeslinie liefen, das mag man sicherlich kritisieren, dennoch ist es so, dass es vor Ort geholfen hat, dass alle Akteure einmal die Woche zusammengekommen sind, das muss sicherlich nicht immer auf Dauer so sein, aber es muss immer eine Möglichkeit geben, im Zweifelsfalle sehr schnell alle Beteiligten an einen Tisch zu holen, nämlich auch zum Beispiel dann, wenn plötzlich irgendwie ein Pflegedienst von heute auf morgen verschwindet und 50 oder 100 Patientinnen und Patienten ohne Versorgung dastehen. Insofern wäre uns das eben auch ein wichtiges Anliegen, dass man das weiter verfolgt und so viel vielleicht erst mal zu unseren Kernpunkten. Ja, Frau Drube, vielen Dank. Ich gebe dann weiter an Frau Grüßen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Wir bedanken uns natürlich auch an dieser Stelle, dass der größte Pflegedienst Deutschland zu den ganzen Themenkomplex Corona stammt nehmen kann. Und wie das so ist, wenn man als Letzte spricht, es ist eigentlich schon alles gesagt worden. Und alles das, was die Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben zu dieser Krisensituation im Bereich Pflege, zu dieser dramatischen Situation in der Häuslichkeit, alles das möchten wir jetzt unterstreichen. Die Situation ist tatsächlich dramatisch und ich werde das aber jetzt nicht alles, was unsere Vorrednerinnen gesagt haben, nochmal wiederholen. Das ermüdet uns alle. Vielleicht erlauben Sie mir nur das Augenmerk auf ein paar wichtigere Aspekte. Denn diese, um es nochmal klarzumachen, diese ganze dramatische Situation mit Pflegenotstand in den Kliniken, in den Heimen, in den Einrichtungen, in allen Entlastungseinrichtungen, die Tagespflege, Veränderungspflege, Kurzzeitpflege, die wird von der Häuslichkeit komplett alleine aufgefangen. Denn in der Häuslichkeit sitzen die Menschen, die sich nicht räumlich oder zeitlich distanzieren können von den zu Pflegenden. Das sind die Menschen, das sind die originären Menschen, die das größte Interesse haben, dass es ihnen liebsten gut geht und die können nicht einfach sich zurückziehen. Die können nicht Urlaub machen, die können nicht Feierabend haben, die können nicht, die können einfach nicht sich zurücknehmen. Und wenn diese ganzen Kurzzeit- oder Tageszeit- oder alle Entlastungseinrichtungen mit mal dazu noch wegfallen, dann bricht auch ein komplett anderer Lebensmodell zusammen, was sich vorher vielleicht noch eventuell stützen könnte auf sowas wie Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Das gibt es jetzt in Zwischenzeit gar nicht mehr. Die ist also ein einziges Improvisationstheater, was wir seit zwei Jahren haben und die Situation ist so, dass wir sich seit zwei Jahren, also die war schon prä-pandemisch schlecht, diese Situation in der häuslichen Versorgung, die hat sich seitdem nicht mehr wesentlich entschärft. so und dieser ganze Wegfall dieser Entlastungseinrichtung, der ist eben halt nicht nur auf Corona zurückzuführen, der ist auch zurückzuführen und das macht diese Krisenpermanenz eigentlich auch nochmal deutlich, die ist nicht nur zurück auf Corona, wir haben eben Personalmangel, wir haben Personalfachkräftemangel in der Pflege, das wurde auch mehrfach angesprochen heute, wir haben erhöhte Energiepreise und wir haben natürlich auch im Tariftreue Gesetz, das begrüßen wir sehr, aber es hat alles zur Folge, dass viele pflegende Angehörige sich diese Entlastungsleistung einfach nicht mehr leisten können, sie nicht mehr in Anspruch nehmen können mit der Folge, dass wiederum sowas wie Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, Vereinbarkeit von Leben und Beruf einfach nicht mehr möglich ist. In den Kliniken selber ist die Situation genauso verschärft wie in den ambulanten Einrichtungen, wenn Sie einen zum Beispiel einen demenziell erkrankten oder kognitiv eingeschränkten Angehörigen haben, den Sie pflegen und der ist Corona positiv, den bringen Sie mal ins Krankenhaus. Sie dürfen als Angehörige den gar nicht begleiten, das heißt in der Klinik müssten auch pflegerische und Betreuungsmaßnahmen erledigt werden und das ist komplett unmöglich, das gibt es nicht faktisch so. Sie müssen also eine Idee finden, wie Sie den Corona positiven vielleicht mit einem Beinbruch oder wie auch immer erkrankten, demenziell zusätzlich erkrankten Menschen, wie Sie da in dieser Klinik Pflegeleistung erbringen, auch nachts. Das können vielleicht in einem gewissen Pflegearrangement durch Angehörige gerade noch übernommen werden mit viel Flexibilität in der Auslegung der Vorschriften in den einzelnen Kliniken, denn von den Kliniken selber werden keinerlei pflegeberische Maßnahmen mehr erfüllt. Das können die einfach gar nicht mehr leisten. Also die können alles das, was über die medizinische Versorgung hinausgeht in den Kliniken nicht mehr erledigen. Also auch darum nochmal eine weitere Verschärfung. Wir haben Umfragen gemacht, zusammen mit dem Social-Forschungszentrum zur Lebensqualität der pflegenden Angehörigen und die pflegenden Angehörigen, die gaben an, dass die Lebensqualität sich seit Corona noch für 32 Prozent der Befragten sehr viel verschlechtert hat. Also vorher war die Situation schlecht, jetzt ist sie katastrophal. Für der Gesundheitszustand pflegender Angehörige hat sich für 52 Prozent der Befragten verschlechtert, beziehungsweise sehr verschlechtert. Also der eigene Gesundheitszustand der pflegenden Angehörigen ist ebenfalls dramatisch. Und für 71 Prozent aller Befragten ist die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf nicht mehr gegeben. Man kann also diese einzelnen Krisen wie Corona oder wie Fachkräftemangel oder wie Energiekrise oder wie keine Ahnung alles was, das kann man also nicht mal voneinander trennen, sondern das ist jetzt so eine Melange von Krisensituationen, die sich untereinander noch mehr als verdoppeln. Also es sind noch mal Effekte, dass sich das Ganze noch mal wieder potenziert. Wir haben, das wurde ja auch schon angesprochen, schon immer eine prekäre Situation gehabt, gerade was so Kurzzeitpflegeplätze angeht. Wir wissen, für die 130.000 Empfänger von Leistungen aus der Pflegeversicherung gibt es 1.600 Plätze in den Kurzzeitpflegen. Die stehen auch nicht permanent zur Verfügung und sind auch nur eingestreut und nicht solitär. Und die gelten auch nur für Hochaltrige und nicht für Menschen mit Behinderung, die nicht hochaltrig sind. Oder gibt es auch schon gar nicht für Menschen mit Behinderung, so im Kindesalter oder für Jugendliche. Also da gibt es wirklich nur für ganz spezielle Klientel, gibt es überhaupt Entlastungseinrichtungen, die auf die Angehörige zurückgreifen können. Nochmal die Zahl für sie zur Verdeutlichung. 130.000 Menschen beziehen die Leistungen aus der Pflegeversicherung. Wir haben 1.600 Kurzzeitpflegeplätze, die irgendwo im Land verstreut sind und nicht permanent zur Verfügung stehen und nur für ein bestimmtes Klientel. In der Regel für Hochaltrige, es sei denn, es sind Menschen mit kognitiven Einschränkungen, die eine Weglauftendenz oder Hinlauftendenz haben oder herausforderndes Verhalten zeigen, weil viele Kurzzeitpflegeeinrichtungen solche Menschen nicht mehr händeln dürfen oder können. Also auch da bleibt gerade für diese, für Menschen mit solchen Diagnosen, bleibt für Angehörige eigentlich überhaupt gar nichts mehr über, was sie an Entleistungsleistungen hätten Anspruch nehmen können, selbst wenn sie wollten. Wir haben eben auch schon gehört, dass Tagespflegeeinrichtungen schließen, dass sie wegfallen, dass sie nicht mehr zur Verfügung stehen, insbesondere im ländlichen Raum nicht. Muss ich jetzt alles gar nicht nochmal wiederholen, ich überschlage das jetzt. Vielleicht noch ein Hinweis, der mir persönlich wichtig ist, geht es um das Thema Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Es gab von dem Deutschen Altersurvey eine Untersuchung, dass der Anteil der Frauen im Alter von 46 bis 65 Jahren, also in dem Alter, in dem Frauen ja auch erwerbstätig sind. Also der Anteil der Frauen in diesem Alter, die gesundheitlich eingeschränkte Personen unterstützen oder pflegen, die ist um rund zehn Prozent gestiegen innerhalb von Corona, also zehn Prozent der Menschen in diesem, stehen dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung. So zehn Prozent der Frauen sind zusätzlich dem Arbeitsmarkt entzogen und sind auch innerhalb dieser letzten zwei Jahre nicht mehr auf den Arbeitsmarkt zurückgekehrt. Also da sind weiterhin in der häuslichen Pflege geblieben. Bei dem der Anteil der Männer, der stieg nur unwesentlich, also zehn Prozent finde ich schon sehr viel eigentlich. Bei den Männern stieg er nur unwesentlich und ist inzwischen auch vor Corona-Niveau wieder gesunken. Wir sprachen ja vorhin auch mit dem Landesfrauenrat über das Thema Geschlechtergerechtigkeit. Auch sowas spielt natürlich in der häuslichen Pflege eine große Rolle. Wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, müssen wir noch nicht mal eine Glaskugel nehmen, sondern da reicht eigentlich ein Bleistift und ein Dreisatz. Die Anzahl der häuslich zu Pflegenden wird in den nächsten sieben bis acht Jahren um 30 Prozent steigen. Da muss ich mir nur den demografischen Wandel anschauen. Da muss ich mir nur die jetzige Situation einmal extrapolieren. Und das macht deutlich, dass sich die Situation, die ja jetzt schon von Prekariat bedroht ist, die jetzt schon in einer dramatischen Überforderungssituation ist, nicht nur finanziell, sondern auch emotional, dass sich diese Situation mit Ansage, ich rede über das Jahr 2030 ja, also mit Ansage nochmal dramatisch entstabilisieren wird. Das heißt, wir müssen jetzt insbesondere diejenigen, die das gesamte Pflegesystem Deutschlands tragen, das ist die Häuslichkeit, ja, wir reden ja über den größten Pflegedienst Deutschlands. Sie wissen das alle genauso. Über dieses gesamte Pflegesystem, das müssen wir als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachten. Das kann nicht sein, dass wir Pflege in der Häuslichkeit alleine lassen. Das ist eine Aufgabe, der muss sich Gesellschaft stellen. Die muss gemeinschaftlich geplant werden, die muss gemeinschaftlich finanziert werden, die muss gemeinschaftlich geleistet werden. Es kann nicht sein, dass die Häuslichkeit den gesamten Pflegenotstand in den Kliniken und Heimen alleine auffängt. Und es kann auch nicht sein, dass in Kauf genommen wird, dass dem Arbeitsmarkt so viele Fachkräfte entzogen werden, indem man gut ausgebildete Männer und Frauen in der häuslichen Pflege alleine lässt und ihnen keine Möglichkeit gibt, sich zu sozialisieren, indem sie unter Umständen zur Arbeit gehen, indem sie selber sich für die Rente etwas erarbeiten können, also selber Geld verdienen können für die Rente. Das können wir uns einfach gar nicht erlauben. Also wir brauchen eigentlich, das wurde schon mehrfach angesprochen, deswegen werde ich da jetzt auch gar nicht groß eingehen, aber wir brauchen eine gemeinschaftlich entwickelte Idee, wir brauchen eine Strategie, die einmal die pflegerische Versorgung sichert, aber auch weiterentwickelt und das sehr, sehr kurzfristig und das auch gerne in einem Rahmen wie diesem mit einer größeren Beteiligung und einer Schwarmintelligenz, die sicherlich im Land vorhanden ist. Und jetzt möchte Flemming Mayer noch bestimmt was ergänzen. Ja, vielen Dank. Ergänzen. Ich finde, du hast es sehr ausführlich gemacht und da hat man so mal einen Eindruck bekommen, wie ernst die Lage eigentlich wirklich ist, wie ernst die Lage eigentlich für die Situation der pflegenden Angehörigen ist. Aber leider findet eine Debatte darüber gesellschaftlich kaum statt. Also das ist nicht richtig in das Bewusstsein der Menschen gekommen, leider auch nicht in das Bewusstsein der Politik. Das habe ich so wirklich in der letzten Zeit gemerkt. Wir haben sehr, sehr viel über die Situation von pflegenden Pflegekräften in den Institutionen und auch in der häuslichen Pflegegeräte zu Recht, deren Sachen analysiert. Aber die Situation der pflegenden Angehörigen, ja, ich habe das mit dem Deutschen nicht so, das kommt leider in der öffentlichen Debatte noch gar nicht vor. Und ihr habt ja wirklich jetzt gehört, wie ernst die Situation ist. Eine Sache aber noch bei dieser Befragung, die gemacht worden ist unter pflegenden Angehörigen, da wurde auch gefragt, in Verbindung mit Corona, wie das mit ihren eigenen Kräften aussah. Und 60 Prozent der pflegenden Angehörigen haben gesagt, die sind am Ende, die können nicht mehr und sind echt am Ende. Und deshalb ist da ja wirklich Handlungsbedarf. Man sich vorstellt, dass 60 Prozent der pflegenden Angehörigen sich am Ende fühlen. Das ist im Grunde eine Katastrophe und da müssen wir handeln. Und dann ist immer so die Frage, ja, was tun? Das, was die pflegenden Angehörigen, mit denen ich so geredet habe, sich wünschen, dass es, die möchten gerne Einblick haben in die Strategien, die man zur Sicherung und Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgung macht. Weil das ist ja sehr für uns wichtig zu sehen, wird die Situation der pflegenden Angehörigen dort in diese Strategien berücksichtigt? Was für einen Einfluss hat es auf deren Situation? Dann wünscht man auch gerne einen regelmäßigen Austausch über die aktuellen Projekte zur Sicherung der wohnortnahen pflegerischen Versorgung. Das könnte man so also auch gut in Form eines Pflegegipfels machen. Auch gerade das ist für pflegende Angehörige unheimlich wichtig, weil sie sind in höchstem Maße auch davon abhängig, wie die wohnortnahe pflegerische Versorgung stattfindet. Die sind nicht so mobil wie alle anderen. Das ist eine Sache, die denen sehr am Herzen liegt und, na klar, ein flexibel Einsatz bei Entlastungsbudget. Also bis jetzt ist es ja so, dass es aus sehr vielen Töpfen und Leistungsansprüche geschöpft wird. Und da möchten sie gerne also eine unabhängige, flexible Beratung, die auch verpflichtend ist, wo man dann auch wirklich zu wissen kriegt, welche Mittel steht denn eigentlich zur Verfügung. Und dann muss halt eben auch sein, Flexibilität in dieser Nutzung. Selbstbestimmung, damit man selbst auch das darüber verfügen kann und ohne diverse Auflagen, dass man zum Beispiel nur geschultes Personal in Betracht kommt, das muss gerne unabhängig sein. Die müssen gerne selbstbestimmt dies nutzen können. Und auch selbstbestimmt über die Art der Versorgung möchten sie auch gerne entscheiden. Und dann ist, na klar, diese Entlastungsangebote in der Kurzzeitpflege, aber auch in der Tagespflege und in der Nachtpflege. Und das ist schon eine Sache, darüber haben wir ja meistens gar nicht in der Form nachgedacht, wie wichtig das ist. Und gerade wir, wenn wir eine Veranstaltung machen, dann sind da immer unheimlich viele, die nicht teilnehmen können, weil die nicht wissen, was sie in den paar Stunden mit ihren zu pflegenden Angehörigen machen sollen. Und deshalb ist das eine ganz, ganz wichtige Sache, weil das, was wir ja feststellen können, ist, dass viele von den pflegenden Angehörigen am normalen Leben gar nicht mehr teilhaben können. Und das ist etwas, was wir ja wirklich immer mit in Betracht ziehen müssen. Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, das ist schon angesprochen worden. Aber wir müssen auch dort die ganze Zeit im Hinterkopf haben, dass diese Armut, die wir dann in der Zeit haben, sich bei vielen auch nachher in der Rente widerspiegelt. Und das kann ja nicht angehen. Und deshalb finden wir auch, dass man besonders für pflegende Eltern und auch alleinstehende Älterteile, dass wir dort eine Option haben müssen in Form von einem Kehrgehalt. Weil das, denke ich, ist auch dringend nötig. Ja, Corona hat ja, na klar, zu einer noch höheren Belastung geführt. Und das ist ja, wenn man überhaupt sehr belastet ist und noch eine zusätzliche Belastung bekommt, dann ist man halt eben da, wo man sagt, ich kann nicht mehr, ich bin an der äußersten Grenze. Und deshalb muss man da genau überlegen, wie kann man und was für eine Sachen sind dann für pflegende Angehörige eine besondere Belastung. Und dies mit Isolationspflicht ist ja eine Sache, die gerade bei pflegenden Angehörigen oft zu einer noch stärkeren Isolation geführt hat. Wenn Leute, die normalerweise kurz kommen, plötzlich nicht mehr kommen können. Und wenn man die wenigen Male, die einige immer raus konnten, um ein bisschen aufzutanken, nicht mehr stattfindet, das ist schon eine Katastrophe. Und ich habe ja mit pflegenden Angehörigen gesprochen, die mir erzählen, die haben seit drei, vier Jahren keinen Urlaub gemacht und keinmal frei gehabt. Muss man sich mal vorstellen. Wo sollen sie beibleiben, solche Energie zu holen? Und da müssen wir also ganz andere Rahmenbedingungen schaffen. Und eine andere Sache, die dazu kommt, das ist etwas, wo wir meistens gar nicht drüber reden. Es gibt ja auch so etwas wie Gewalt in der Pflege. Und gerade wenn das in so einer angespannten Situation ist, wo die Nerven sowieso blank liegen, dann kommt dieses Phänomen Gewalt in der Pflege noch häufiger vor. Und das ist etwas, worüber wir oft auch nicht nachdenken. Also ich glaube, ihr könnt sehen, hier ist Handlungsbedarf. Und dieser Handlungsbedarf, das kann weder die Politik alleine machen, sondern wir als Verein, sondern da brauchen wir einen breiten Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Sache auch publik machen, dass das wirklich ein Teil wird, das in unsere gesellschaftliche Debatte füllt. Und wo Leute das auch wirklich anfangen, ernst zu nehmen und gemeinsam Lösungen finden. Das als Ergänzung. Ja, ich danke Ihnen dreien zunächst für Ihren Vortrag. Wegen des demografischen Wandels hätte man sich natürlich ganz gut vor 30 Jahren schon mal gedacht machen können bei Familienpolitik, aber es hilft eben auch nichts, das jetzt weiter zu sagen. Haben sich aus den Reihen der Abgeordneten Fragen ergeben? Vielen Dank für Ihre Informationen. Es ist ja heute die Befragung zum Thema Corona-Pandemie. Wie verfahren wir weiter in einigen Bereichen? Ich hätte da jetzt noch mal eine konkrete Frage oder eher gesagt zwei an Frau Drobe. So wie ich das verstanden habe, würden Sie an der Isolationspflicht der Corona-Erkrankung oder der Corona-Patienten festhalten. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Meinungen heute gehört, die vielleicht auch anderer oder auch unterstützender Meinung sind. Ich würde ganz gerne einfach noch mal die Erläuterung haben, warum Sie das so wichtig sehen. Das ist bei mir nicht konkret richtig angekommen. Vielen Dank. Der Grund ist, dass das Festhalten an der Isolationspflicht einfach eine, ich sage mal, restriktive Maßnahme ist, um so weit wie möglich die weitere Verbreitung der Isolation einzudämmen und damit so gut wie möglich Neuinfektionen und damit zusätzliche Patienten für Krankenhäuser oder andere Pflegebereiche zu vermeiden und gleichzeitig zusätzliche Personalausfälle und zusätzliche Infektionsgeschehen eben auch zu verhindern. Also es geht einfach darum, dass wir der Meinung sind, unser Gesundheitssystem kann keine verstärkten Infektionswellen mehr verkraften. Und deshalb müssen wir alles tun. Und auch wenn wir dann mit den Zähnen knirschen, ist es dann auch die Isolationspflicht, um eben alles zu tun, um diese Ausbreitung zu verhindern, beziehungsweise eben um Pflegepersonal und Patienten zu schützen. Also wir vergleichen das vielleicht damit, dass, also die Maßnahmen müssen ja immer für alle gelten so. Und wenn ich vor der Schule ein Tempolimit 30 Schild aufstelle, dann gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der für sich sagt, naja, es ist ja Nacht, da geht ja jetzt kein Schulkind oder es sind gerade Ferien oder sowas. Aber wenn ich eine Regelung treffe, muss es, es ist eine Regelung zum Schutz und sie ist dann allgemeingültig, auch wenn man an der einen oder anderen Stelle mit den Zähnen knischt und sagt, also da in dem Moment bräuchte man sie vielleicht nicht. Ja, und die Isolationspflicht ist nun mal etwas, was man eben in der Gesamtheit regeln muss und wo dann das Schutzinteresse aus unserer Sicht dann doch überwiegt gegenüber den Bereichen, wo man vielleicht sagen müsste, also da wäre mehr Freiheit des Einzelnen gewünscht. Ja, vielen Dank. Wir machen es jetzt in der letzten Runde einmal anders und machen mal die Antworten direkt nach den Fragen. Herr Balke hat sich jetzt als nächstes Mal gemeldet. Wir haben eine Frage, die ging tatsächlich auch noch mal genau in diese Richtung, die die Kollegin Hildebrandt auch schon aufgemacht hatte. Vielen Dank schon mal für die Antwort, Frau Drube. Würden Sie noch einmal ganz klar machen, gerne auch die pflegenden Angehörigen, die Abschaffung von Corona-Schutzmaßnahmen wie ÖPNV-Maskenpflicht, wie die Isolationspflicht, ist die Abschaffung dieser Corona-Schutzmaßnahmen für Sie in Ihren Augen eine Entlastung oder eine stärkere Belastung? Denn ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, mit dem wir uns auch in der Politik auseinandersetzen müssen. Und ich hatte Sie jetzt schon sehr klar in eine Richtung verstanden, aber vielleicht können Sie das ja noch einmal bestätigen. Und dann die zweite Frage, die hatte ich schon ganz am Anfang, aber Herr Mayer hatte dann sehr viel auch schon ausgeführt. Denn diese ganzen Probleme, die wir auch aus der Pflege kennen, die bestanden ja auch schon vor der Corona-Pandemie. Die wurden jetzt durch die Corona-Pandemie nochmal sehr deutlich verstärkt, weswegen es jetzt auch so wichtig ist, dass wir eben bei den Corona-Schutzmaßnahmen eben auch diese Frage an die jeweiligen Berufsgruppen eben stellen. Was passiert denn, wenn wir sie abschaffen oder weiterführen? Ist das dann eine Verstärkung des Brennglases, den die Pandemie ohnehin ist oder nicht? Wann können wir da lockern? Und deswegen würde ich jetzt auch noch einmal vor Ihnen, Frau Drumbe, gerne die Gelegenheit nutzen. Und Sie hatten nämlich vorhin von dem Wechsel des Systems im Gesundheits- und Pflegebereich gesprochen. Ob Sie da vielleicht auch ein, zwei, drei Punkte nochmal nennen könnten, ähnlich wie das Herr Mayer schon gesagt hatte, die natürlich auch schon vor der Corona-Pandemie bestanden und jetzt vielleicht nochmal deutlicher wurden. Denn der wichtige Punkt dabei ist ja, obwohl diese ganzen notwendigen Maßnahmen ja eigentlich schon seit mehreren Jahren, ja fast 10, 15 Jahren bekannt ist, was eigentlich gemacht werden müsste, so schaffen wir es doch nicht, sie morgen alle umzusetzen. Corona-Schutzmaßnahmen kann man aber morgen abschaffen. Das heißt, da ist ja eine viel geringere zeitliche Differenz. Deswegen würde ich mich da nochmal freuen, wenn Sie das noch einmal ausführen könnten. Und die Frage geht, wie gesagt, an beide. Vielen Dank. Frau Drumbe, bitte nochmal. Zu Ihrer ersten Frage, Abschaffung der Corona-Schutzmaßnahmen, würden wir tatsächlich aus Sicht der Pflegenden als zusätzliche Belastung sehen, also isoliert aus der Berufsgruppe oder für die Pflegefachpersonen heraus. Wir sagen aber natürlich auch, dass man mit Augenmaß damit umgehen muss, wenn es zum Beispiel um Situationen geht, wo Pflegebedürftige dann isoliert werden. Also wir würden uns niemals dafür aussprechen, dass jetzt auch irgendwie die Pflegeeinrichtungen wieder alle zu sind und die Krankenhäuser und dann niemand mehr Zutritt hat. Ja, also das wäre eine Corona-Schutzmaßnahme, wo wir sagen, das geht gar nicht. Aber wenn Sie so etwas wie von Maskenpflicht sprechen, dann würden wir sagen, ja, im Moment ist die Abschaffung eine zusätzliche Belastung. Dann Frau Pauls. Vielleicht soll ich noch zwei Worte, Herr Vorsitzender. Ja, dann machen wir das mal. Dann Frau Kusen. Ja, genau. Also wir wünschen uns natürlich mehr Flexibilität in der gesamten Auslegung. Sie hatten da schon angesprochen, es ist ein Unterschied, ob ich mich zu Hause isolieren muss und niemand mich versorgen darf, jetzt zum Beispiel von der ambulanten Versorgung, oder ob ich jetzt als pflegende Mutter eines autistischen Kindes eigentlich keine vulnerable Person habe und da also Schutzmaßnahmen deutlich flexibler ausgelegt werden können. Deswegen brauchen wir da auf jeden Fall mehr Flexibilität und möchten auf jeden Fall klarstellen, dass so etwas wie Begleitverbot für pflegende Angehörige in Kliniken bei medizinischen Versorgungsfällen, dass die, also sowas darf nicht, dass pflegende Angehörige oder zu pflegende, die in ein Krankenhaus kommen, die brauchen eine Begleitung durch ihre Angehörigen. Das muss absolut ermöglicht werden. Dann jetzt bitte Frau Pauls. Ja, vielen Dank für die Vorträge. Und seit der Abschaffung der Pflegeberufekammer vor zwei Jahren ist das, oder vor anderthalb Jahren ist das sehr, sehr still geworden um die Berufsgruppe selber. Die Stellvertreter äußern sich in Stellvertreterfunktionen, aber die Hinweise direkt aus der Berufsgruppe sind eben nicht mehr so da, wie wir sie eine Zeit lang jedenfalls gut nutzen konnten. Und deswegen freut es mich, dass Sie heute hier sind als Vertreterin der Berufsgruppe. Frau Drobe, wie viele Berufsaussteigerinnen hat es in dieser Zeit gegeben? Also wir hören immer wieder, wenn ich auch so in den Einrichtungen unterwegs bin, dass Leute gekündigt haben, nicht den Beruf oder nicht den Arbeitsplatz gewechselt haben, sondern wirklich rausgegangen sind aus dem Beruf aufgrund dieser noch mal zusätzlichen Belastung. Haben Sie da Zahlen? Können Sie uns da auch noch mal die Begründung vielleicht nennen? Helfen die jetzt beschlossenen Personalbemessungssysteme, die jetzt ja greifen sollen? Hilft das der Berufsgruppe in den verschiedenen Abteilungen? und dann auch noch mal die Frage nach der Ausbildung. Also wir wissen zwar, dass sehr viele Menschen viel mehr den Beruf anfangen tatsächlich, aber viel frühzeitiger auch wieder aussteigen. So auch da noch mal die Wichtigkeit der Rahmenbedingungen. Ich glaube, das war auch das, was ich erst mal eben so hinterfragt hatte noch mal. Genau, und dann möchte ich Frau Knutzen und Herrn Mayer ganz herzlich danken. Ich musste so zwischenzeitlich meine Fragen ein bisschen wegstreichen hier. Ich möchte aber noch mal auf eine Sache eingehen, nämlich die Situation, dass Menschen, die zu Hause pflegen, keine Möglichkeit haben, an der Teilhabe zu organisieren. Ich bringe da mal ein Beispiel. Wir haben nächste Woche eine gemeinsame Veranstaltung. Es gab dazu eine Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe etliche Hinweise bekommen, etliche Reaktionen. Ich würde ja gerne kommen, aber ich weiß nicht, wie ich die Betreuung sicherstellen kann. Also das war so deutlich an dieser Stelle, wo ich mir gedacht habe, Gott, wir machen auf vielen Parteitagen dies und jenes, fragen wir immer Kinderbetreuung ab. Vielleicht sollten wir uns auch mal bemühen, in diese Richtung ein Stück weit zu denken. Die Kurzzeitpflege haben wir immer wieder auch ja hier im Landtag thematisiert, muss, glaube ich, kommen. Und auch da wirklich ganz wichtig dieser Hinweis, dass der Rechtsanspruch ja auch besteht auf Entlastung. Das ist ein Rechtsanspruch. Folge dessen müssen wir als Politik ja auch entsprechend handeln, um diesen Rechtsanspruch gültig machen zu können, tatsächlich. Und wir reden auf der einen Seite, Frau Knutzen, haben Sie gesagt, die Frauen, meist sind es die Frauen, stehen dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung. Das hat ja aber auch noch eine andere Variante. Und vielleicht können Sie da noch mal darauf eingehen, nämlich diese Armutsfalle, die dann das Ganze nach sich zieht. Also Arbeitsmarkt ist dann ja eine Sache, ist auch bedenklich. Aber das, was dann kommt, also welche Leistungen tatsächlich dann auch später im Rentenalter hier gar nicht mehr zur Verfügung stehen, weil nicht rechtzeitig und viel eingezahlt ist. Also was braucht es auch an dieser Stelle noch? Die Hilfsangebote haben Sie angesprochen. Wir reden ja immer von aufsuchender Arbeit, präventiver Hausbesuch zum Beispiel. Ist das so eine Sache, der an dieser Stelle auch mithelfen könnte? Und das Thema Gewalt in der Pflege hatte ich mir noch mit aufgeschrieben. Ich glaube, das ist etwas, was wirklich, wirklich unterschätzt wird, weshalb die Stadt Bremen ja auch tatsächlich noch mal zusätzliche Untersuchungen macht, wenn es zu Todesfällen zu Hause kommt, die vielleicht ein bisschen fraglich sind. So, und auch da die Frage noch mal, wie können wir dem natürlich entgegenwirken? Also wie können wir der Gewalt in der Pflege entgegenwirken mit zusätzlichen Hilfsangeboten und so weiter? Und alles andere ist dann auch gesagt worden. Dankeschön. Ja, Frau Knudsen, wenn Sie Anrufworten mögen. Dann antworte ich direkt, Herr Vorsitzender. Ich fange mit dem letzten Punkt an, der Gewalt in der Pflege. Die kommt aus der Überforderungssituation. Wenn wir da die Ursache entfernen, also dem Feuer den Sauerstoff klauen, dann geht das Feuer von alleine aus. Zusätzlich würde sicherlich helfen, dass wir nicht nur so technische, mechanische Lösungen finden, wie ich schaffe eine Einrichtung und da kann der Mensch dann hin, sondern dass wir vielleicht dieses ergänzen durch psychosoziale Unterstützung. Es gibt zum Beispiel keine Psychotherapie für pflegende Angehörige, sodass Sie sich mal aus Ihrer Pflegesituation, aus dieser Kümmerfalle, in der Sie sind, aus der Sie sich irgendwie befreien können. Vielleicht wäre das noch mal, oder das wäre auf jeden Fall noch mal ein sicherlich relevantes, ergänzendes Angebot. Dann die Situation Armut durch Pflege ist sehr komplex. Es fällt mir sehr, sehr schwer, jetzt darauf zu antworten. Da gibt es zahlreiche Studien zu. Ich kann es jetzt noch nicht mal aufgrund der Komplexität für ein Beispiel klar machen, wie viele Rentenpunkte ich pro Jahr bekomme, also pro Einjahrpflege. Das sind für ein Jahr Pflege 35 Euro im Pflegegrad 5. Also habe ich den höchsten Pflegegrad, den ich als Angehörige betreue, dann bekomme ich 35 Euro Rente für ein Jahr. Also das ist eigentlich, das ist mehr als peinlich so. Das ist aber schon die Höchststufe. Habe ich andere Pflegegrade, reduziert sich das. Was eigentlich ebenfalls befremdlich ist, und gut, dass Sie das jetzt noch mal angesprochen haben, ist die Tatsache, sobald ich ambulante Dienstleistungen zusätzlich in Anspruch nehme, weil ich alleine die Pflege nicht kann, weil ich vielleicht nebenbei arbeiten muss, einen Zahnarzttermin habe, wie auch immer, sobald ich eine ambulante Pflegedienstleistung in Anspruch nehme, die mir hilft, meinen Angehörigen zu waschen oder aus dem Bett zu bringen oder die Vorlagen zu wechseln, reduziert sich natürlich mein Rentenanspruch. Weil dieses wird von meinem Pflegegeld, also nicht von meinem Pflegegeld, sondern von dem Pflegegeld abgezogen, was dem zu Pflegenden zusteht. Dadurch reduzieren sich die Rentenpunkte noch mal. Das heißt, je mehr Entlastungseinrichtungen ich in Anspruch nehme, eine verhinderungslegende Kurzzeitpflege oder eine Tageslege, wie auch immer, ambulante Dienstleistung, desto geringer ist mein Rentenanspruch. Und wenn ich jetzt von einer Care-Situation, zum Beispiel Aufzucht, Erziehung von Kindern, wenn ich also aus dieser Care-Situation reinrutsche, in eine andere Care-Situation, in der ich zum Beispiel Angehörige pflege, dann bin ich in dieser Armutsfalle, aus der ich gar nicht wieder rauskomme, weil ich gar nicht in der Lage bin, auf einem Arbeitsmarkt meine Arbeitskraft so zur Verfügung zu stellen, um arm, nicht arm in der Rente zu bleiben und auch schon gar nicht arm, oder arm in der Pflege zu bleiben und schon gar nicht arm aus der Pflege zu kommen. Also diese Möglichkeit, die habe ich dann gar nicht, wenn ich in diesen Sandwich-Pflegesituationen bin oder in diesen nacheinander folgenden Care-Situationen. Dann noch dieses, eine Teilhabe ist tatsächlich am gesellschaftlichen Leben kaum bis gar nicht möglich, das ist komplett richtig. Dann eine Verhinderungspflege für diese Stunden zu bekommen, ist schwierig. Die einzige Lösung, die man anbieten könnte, ist, dass, sobald es sich nicht um eine intensiv beatmete Pflege handelt, dass man sagt, bringen bitte Angehörige mit und wenn sie Herausforderungsverhalten zeigen, dann ist das so, das halten wir aus. Und wir bemühen uns, barrierefrei zu sein, barrierearm zu sein oder auch vielleicht sowas wie eine Kinderbetreuung für eben halt nicht Kinder parallel zur Verfügung zu stellen. Sowas könnte man tatsächlich überlegen. Ich glaube, das waren jetzt alle Punkte. Ja, Gewalt hatten wir, Veränderungspflege hatten wir und Armut. Danke. Vielen Dank. Dann ist jetzt Herr Dürschauer an der Reihe. Ja, vielen Dank. Ich versuche jetzt mal die Frage von Frau Pauls und Herrn Balke so ein bisschen sozusagen die Antwort zu kombinieren. Also die Frage zu der Anzahl der Berufsaussteiger. Wir haben darüber keine Zahlen. Da sind leider die Statistiken, hinken ja immer ein bisschen hinterher. Wir wissen von der Bundesagentur für Arbeit, dass sich zwischen 2015 und 2021 insgesamt die Anzahl der in der Pflege Beschäftigten erhöht hat. Allerdings hat sich auch parallel der Anteil der Fachkräfte verringert und der Anteil der Unausgebildeten erhöht. Aber wie gesagt, das ist eine Statistik, die ist dieses Jahr im Mai veröffentlicht worden und ist sozusagen das neueste Belastende, was wir haben. Ansonsten haben wir nur die gleiche subjektive Wahrnehmung, dass man immer sich fragt, wo sind die schwarzen Löcher, in denen ständig irgendwie das Pflegepersonal verschwindet. Die Frage, sind die Maßnahmen zur Personalbemessung ausreichend, um das Problem zu lösen? Es ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Also wir sprechen jetzt einmal von der PPR 2.0 im Krankenhaus, wo wir auch mit dem, was jetzt am Ende im Gesetzgebungsverfahren rausgekommen ist, noch nicht wirklich zufrieden sind, weil es noch nicht konkret und wirksam genug ist. Dann haben wir die Personalbemessung in der stationären Langzeitpflege, wo es jetzt entsprechend gesetzliche Vorgaben gibt. Die Problematik bei gesetzlichen Vorgaben ist natürlich, die sind geduldig, solange das Personal nicht da ist, mit dem man das sozusagen abdecken kann. Und da sehen wir einen sehr großen Handlungsbedarf darin, Pflegeassistenzpersonal gut zu qualifizieren. Und damit meine ich jetzt eben nicht, jemand Berufsfremdes irgendwie zwei Wochen einzuarbeiten oder zu so einem 240-Stunden-Schwesternhelferkurs zu schicken, sondern aus unserer Sicht müssen das zweijährige Qualifikationen sein, idealerweise auch bundeseinheitlich geregelt, sodass die immer weniger werdenden Pflegefachpersonen einfach auch gut qualifizierte Assistentinnen haben, an die sie eben auch Teile ihrer Aufgaben delegieren können. So ein großer, also der größte Belastungsfaktor in allen Studien und jetzt gab es gerade wieder eine Befragung, die noch nicht veröffentlicht ist, aus einer AG-Branchencheck des Landespflegeausschusses. Was die Pflegenden zermürbt, ist, sie werden ihrem Anspruch nicht gerecht. Also sie kommen mit einem Anspruch, was eine gute pflegerische fachliche Versorgung ist und sie machen irgendwie satt und sauber Fließbandarbeit, weil das irgendwie das Maximum ist und gehen jeden Tag irgendwie in einem Dilemma und unglücklich nach Hause. Und zentraler Punkt ist einfach am Ende die starke Ökonomisierung des Systems. Und da wären wir vielleicht bei der Frage Systemforderungen für eine Veränderung des Systems. Ja, wenn wir es im Großen und Ganzen sehen, sagen wir, was auf jeden Fall Pflege kaputt macht, sind große renditeorientierte Konzerne. Und wir erleben leider gerade im Moment auch im Bereich der Ambulantenversorgung, dass immer mehr kleine, teilweise Fachpersonen oder familiengeführte Pflegedienste aufgrund des Eintritts des Rentenalters, aber eben auch einfach aufgrund der Belastung durch die ganzen Rahmenbedingungen ihren Dienst aufgeben und aufgekauft werden die alle von irgendwelchen großen renditeorientierten Konzernen. Also das ist wirklich ein, also ist gerade ein Drama, wo man meiner Sicht absolut gegensteuern muss. Die Ausbildung ist natürlich jetzt auch gerade in Pandemiezeiten schwierig gewesen. Und das ist sicherlich auch was, was zu einer höheren Abbrecherquote beiträgt. Insgesamt kriegen wir aber natürlich auch die Rückmeldung, dass diejenigen, die sich um Ausbildungsplätze bewerben, auch dass da im Laufe der letzten Jahre eben auch schon die Qualität sozusagen der Bewerbung nachgelassen hat. Aber es ist eben auch super schwierig für die Einrichtung, überhaupt die Praxisanleitung sicherzustellen, weil eben einfach am Ende es an allen Ecken und Enden fehlt und die Praxisanleitenden dann eben doch nicht ihren Job so gut machen können, wie es eigentlich erforderlich wäre für eine gute Ausbildung. Und vielleicht noch ein Wort zum Systemwechsel, auch im Bereich der häuslichen Versorgung. Also ein Dilemma ist einfach immer wieder, sind unsere verschiedenen Sozialgesetzbücher und die Komplikationen, die damit irgendwie zusammenhängen. Also wenn ich pflegefachlich arbeite, dann mache ich eigentlich keinen Unterschied, ob das jetzt eine SGB V oder eine SGB XI Leistung ist, sondern ich versorge einen Patienten mit dem, was er benötigt. Und diese Zerteilung dieser ganzen Einzelschritte in unserem Leistungs- und Vergütungssystem ist einfach lästig. Wir sprechen uns auch deutlich für eine Zeitvergütung, als Vergütungssystem überhaupt für häusliche Pflege aus, weil wir denken, das ist auch einfach viel transparenter zu handhaben und natürlich auch viel einfacher für diejenigen, die auf diese Leistungen angewiesen sind und überhaupt nicht mehr wissen, ob sie jetzt P1 und P4 und P6 oder doch vielleicht P2 gebucht haben. Und in Bezug auf eine Stärkung oder ein flexibleres Entlastungsbudget für pflegende Angehörige beziehungsweise für Pflegebedürftige, das findet absolut auch unsere Unterstützung. Was wir aber für erforderlich halten, ist, dass jeder die Garantie dafür hat, dass er eine pflegefachliche Begleitung bekommt. Also dass jedes häusliche Versorgungssystem auch den Anspruch darauf hat, regelmäßig die Situation mit einer Pflegefachperson zu reflektieren und da eben auch kontinuierlich eine Begleitung zu haben. Das würde da, glaube ich, schon weiterhelfen. Ja, vielen Dank. Jetzt der Kollege Dierschauer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch Frau Drube. Vielen Dank, Frau Knutzen. Auch Mange, Tag, Flemming. Deile Erse, der Herr Egen. Wenn ich jetzt hier stehe, dann stehe ich natürlich als Landtagsabgeordneter hier, aber wenn ich gleich ausstempele, dann bin ich Vater, Ehemann und eben auch Ihr Kollege. Sie haben gerade vom größten Pflegedienst Deutschlands gesprochen. Dann bin auch ich ein pflegender Angehöriger von zwei Familienangehörigen mit Pflegebedarf. Und ich kann sagen, da treffen Sie genau auch meinen Nerv durch die individuelle Brille auch eines Betroffenen an der Stelle. Entlastung und finanzielle Unterstützung sind aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. An der Stelle möchte ich auch einmal anknüpfen, gar nicht jetzt bei den großen Fragen. Lohnersatzleistung ist ein Thema, das hoffentlich auch von der Ampel jetzt zeitnah bewegt wird. Noch erkenne ich da nichts. Es ist ein großer Wunsch, dass da was kommt. Andere Bundesländer haben ja durchaus eigene Maßnahmen ergriffen. Wenn wir an Bayern denken, mit dem Landespflegegeld, da kann man nicht von leben, aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Mir geht es noch mal um den Entlastungsbetrag. Wir haben ja aktuell die Situation, wir haben einen Entlastungsbetrag von 125 Euro monatlich, aus meiner Sicht zu gering. Sie nicken schon, wir teilen die Ansicht. Im Rahmen von Corona hat man ja ein Stück weit diesen Betrag flexibilisiert, nämlich im Hinblick darauf, wie ich ihn nutzen kann. Das heißt, ich kann dieses Geld jetzt heute zum Beispiel nutzen, wenn Familienangehörige mich unterstützen. Das war vorher nicht der Fall. Hat sich das aus Ihrer Sicht bewährt, dieses Modell, oder gibt es da aus Ihrer Sicht Schwierigkeiten? Also Beispiel, wenn der Enkel für die Großmutter eine Stunde früher von der Arbeit geht, verliert er, was weiß ich, Stundenlohn von 25 Euro, und dann kann Oma ihm jetzt immerhin 10 Euro dafür geben, dass er einkaufen war und die Treppe gefegt hat. Ich finde, das ist, finde ich, ist in Ordnung. Nicht in der Höhe des Wertes vielleicht, aber dass die Möglichkeit besteht, auch Familienangehörige und weitere mit einzubinden. Und dann an Frau Druber nochmal die Frage, Sie haben sich gerade ganz klar für die Isolationspflicht ausgesprochen. Mir ist nochmal wichtig, an der Stelle auch zu betonen, Abschaffung der Isolationspflicht im Sinne des Antrages des Kollegen Dr. Garg und mir bedeutet ja nicht, ganz im Gegenteil, dass jetzt lauter Infizierte hier irgendwo rumgruseln. Krank ist krank. Wir möchten dahin, dass kranke Menschen genauso wie bei anderen, wie bei der Influenza, wie bei anderen schwerwiegenden Erkrankungen, natürlich dann auch zu Hause bleiben. Und sich wie bei jeder schwerwiegenden Infektionserkrankung natürlich auch an diesen Grundsatz halten. Das steht ja außer Frage. Wir haben ja heute auch die Situation, fünf Tage Isolationspflicht, dass eben viele Menschen auch länger positiv sind, auch länger mal infektiös sind. Und bedeutet das dann im Umkehrschluss auch, dass sie sich für eine verlängerte Isolationspflicht aussprechen? Oder ist es vielleicht doch besser, wenn man an dem Grundsatz feststellt, krank ist krank, manche nach vier Tagen dann wieder zurück, manche vielleicht auch erst nach zehn oder zwölf Tagen. Verlängerung der Isolationspflicht, ja oder nein? Dann zunächst Frau Knutzen. Ja, vielen Dank. Der Entlastungsbetrag ist, ich will mich jetzt gar nicht so über die Höhe beschweren, sondern eher über den bürokratischen Aufwand beschweren. Beschweren ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber das ist das, wo man am leichtesten vielleicht eine Entlastung hinkriegen könnte. Dass man diese Unterstützungsleistung so gut wie es geht entbürokratisiert. Insbesondere, wenn der Entlastungsbetrag genutzt wird, um haushaltsnahe Dienstleistungen damit zu finanzieren. Wenn ich den Nachbarin habe, die bei mir Fenster putzt, wenn ich jemanden habe, der für mich den Hund ausführt und Gassi geht, wie auch immer, der also irgendeine haushaltsnahe Dienstleistung macht und keine pflegerische Versorgung übernimmt, dann muss der auch keine Schulung nachweisen. Dann muss es möglich sein, durch Unterschrift, wie auch immer, oder Absprachen, Formulare mit den einzelnen Abrechnungsträgern, mit den Pflegekassen, muss es möglich sein, einen Weg zu finden, völlig unbürokratisch dieses Geld nutzen zu können. Also die Höhe kann man sich darüber streiten. Natürlich ist es immer schöner, wenn man mehr Geld hat. Die Entbürokratisierung wäre aus unserer Sicht erst einmal wichtiger. Vielen Dank. Die Isolationspflicht muss aus unserer Sicht so lange gelten, bis jemand nicht mehr ansteckend ist. Und da gebe ich Ihnen völlig recht. Da ist die Definition immer fünf Tage, aus unserer Sicht auch nicht die richtige. Sondern es geht darum, wann ist sozusagen meine Infektiosität laut einem PCR-Test so, dass ich wieder in die Öffentlichkeit gehen kann. Und das würde das Ende der Isolation aus unserer Sicht, dann wäre der richtige Zeitpunkt und nicht pauschal so und so viele Tage. Haben sich da noch mal Fragen ergeben aus den Antworten? Das scheint nicht der Fall. Ich würde allerdings gerne noch selber eine Frage an Frau Drue berichten. Wenn mich jetzt so Informationen aus der Pflege, aus den Krankenhäusern erreichte, dann wurde mir das so geschildert, dass es dort schon eben das bekannte Problem des Personalmangels gibt. Und das wird eben verschärft dadurch, dass sich positiv getestete Patienten, die keine Symptome haben, also trotzdem voll abgesondert werden müssen. Und eben auch lange. Und das bindet Kräfte. Und Mitarbeiter, die auch positiv getestet sind, aber keine Symptome haben, die können nicht zur Arbeit erscheinen. Und auch das verschärft die Situation. Ist das also erstens aus Ihrer Sicht so richtig? Zweitens wäre es ein Weg sozusagen, auch die Entscheidung, welche Maßnahmen ein Krankenhaus fährt, sozusagen in die Hände der Krankenhäuser selbst und in die Hände daheim selbst zu legen? Also das sind so die Sachen, die mich jetzt nochmal interessieren. Also die Frage ist immer, wie wird die Entscheidungskompetenz dort genau geregelt? Also im Grunde, man braucht erstmal Regelungen, die für alle gelten. Deshalb halte ich es für schwierig, einfach zu sagen, dann soll das Krankenhaus mal entscheiden. Da wäre tatsächlich auch dann unsere Sorge, das kann auch wieder zu in Anführungszeichen ausbeuterischen Entscheidungen führen, muss ich dann leider sagen. Vom Grundsatz her haben wir natürlich auch diskutiert, ob es nicht einen Weg geben kann, dass man sagt, symptomfreie infizierte Pflegefachpersonen versorgen symptomfrei infizierte Patienten. Also wir haben ein konkretes Beispiel von einem Intensivpflegedienst, der sich im Grunde genommen einfach über alles hinweggesetzt hat, weil die einen intensivpflichtigen Patienten in der ambulanten Versorgung hatten. Der war positiv, aber kein Krankenhaus hat ihn genommen. Und wenn jetzt das Pflegepersonal da nicht hingegangen wäre, dann wäre der halt versiegt zu Hause. Und von daher haben sie sich sozusagen über Anordnungen und Gesetze hinweggesetzt und haben denen versorgt. Und das war für mich ein Beispiel, wo ich dann denke, ja gut, also dann kann man aber auch fragen, wenn es solche pragmatischen Regelungen gibt, vielleicht muss man dann am Ende auch sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Also ich finde es trotzdem schwierig, alles pauschal zu legitimieren. Das kann ich, glaube ich, auch nicht so unterstützen. So, dann vielen Dank. Haben sich noch Fragen von anderen Abgeordneten ergeben? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen dreien für Ihr Erscheinen. So, mir wurde jetzt hier eben mitgeteilt, also es hatten sich noch Vertreter der Landeselternvertretung möglicherweise angesagt. Die sind jetzt nicht erschienen, so, dass ich dann schon am Ende unserer heutigen Expertenanhörung angelangt bin. Ich darf mich also bei allen Experten, Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie uns heute in dieser Ausführlichkeit und mit Ihren präzisen Darstellungen zur Verfügung gestanden haben. Ich danke auch allen Kolleginnen und Kollegen des Sozialausschusses und des Innen- und Rechtsausschusses. Sie haben sich das Fachwissen darstellen lassen, das wir brauchen, um verantwortungsvolle Entscheidungen treffen zu können. Und ich danke auch den Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern, die unserer Anhörung im Livestream gefolgt sind. Ziel einer solchen öffentlichen Anhörung ist ja immer auch, dass für die Öffentlichkeit Transparenz geschaffen wird. Wir als Politikerinnen und Politiker werden ja diejenigen sein, die dafür sorgen müssen, dass die unterschiedlichen Betrachtungen aus der Wissenschaft und von anderen Fachläufen zu verantwortlichen politischen Entscheidungen geführt werden und für die Herausforderung, vor die uns die nun hoffentlich auslaufende, aber eben immer noch andauernde Pandemie nach wie vor stellt, gerüstet zu sein. Mein Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen aus der Landtagsverwaltung. Sie haben auch diesen Tag wieder hervorragend vorbereitet, organisiert und durchgeführt. Ah, dann wollen wir noch mal einsteigen. Bin ich zu hören? Ja, wir können Sie hören. Ach, jetzt doch. Okay. Ja, ich war tatsächlich jetzt die letzte Stunde digital zugeschaltet. Auch noch mal einen herzlichen guten Abend jetzt hier aus der Landeselternvertretung. Ich bin Sandra Moschel, die Kuh-Vorsitzende, und hoffentlich zu hören. Ich weise um die späte Uhrzeit und versuche, mich möglichst kurz zu halten. Grundsätzlich begrüßen wir, dass die Kitas jetzt zukünftig offen gehalten werden sollen, stellen uns aber grundlegend die Frage, wie machen wir ein Isolationsangebot für Kinder, Eltern und Kita-Fachkräfte möglich? Betonung auf Angebot. Es gibt hier drei große Säulen, die uns immer wieder Kopf zerbrechen. Und mit uns meine ich nicht nur uns Kita-Eltern, sondern ich meine damit auch die Kita-Fachkräfte, Kita-Leitung, Träger, Landschaft, alle, die eben gemeinsam an der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mitwirken. Und das ist zum einen Infektionsschutz, die gesundheitliche Versorgung, als zweiter Aspekt die wirtschaftliche Komponente, und als dritter Aspekt die gesicherte und bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung. Zum ersten Bereich Infektionsschutz und gesundheitliche Versorgung bleibt zu sagen, offene Kitas, aber sicher, das ist ein Grundsatz, den haben wir als Landeselternvertretung von Anfang an verfolgt, und den wollen wir nach wie vor beibehalten. Als Empfehlung hierbei unbedingt das Gespräch vor Ort zwischen Elternvertretung oder generell Elternschaft und Kita-Fachkräften. Denn der Schutzbedarf der Kinder ist durchaus unterschiedlich zu bewerten. Wir haben erstmal grundsätzlich einen flächendeckenden Schutzbedarf, denn klar ist, dass der Impfschutz erst für Kinder ab fünf Jahren empfohlen wird. Und klar ist auch, dass wir in allen Kitas Schleswig-Holstein Inklusion möchten und dass es Kinder mit Vorerkrankungen gibt, die eben durchaus relevant für den Verlauf sind und nochmal ein zusätzliches Bedürfnis oder konkret Bedarf da haben. Wir als Landeselternvertretung sind davon überzeugt, dass es der richtige Weg wäre, dass man den Kitas die Möglichkeiten gibt, diesen Bedarf, diesen zusätzlichen Schutzbedarf auch zu decken. Sprich, wenn Elternvertretung und Kita-Fachkräfte sagen, dass sie die Selbsttests noch vornehmen wollen und sich entsprechend, krank ist krank, ja, aber auch entsprechend in Isolation begeben wollen, dass dann eben vom Land auch noch Selbsttests zur Verfügung gestellt werden. Wenn es beispielsweise zwei, drei Kinder mit Lungenerkrankungen und schweren Herzerkrankungen gibt, für die Corona eben ein deutlich höheres Risiko bedeuten würde, dass entsprechend auch Filteranlagen anschaffen, wenn das der Wunsch von Eltern und Kita-Fachkräften gefördert werden. Also Stichwort Inklusion ganz hoch anzusetzen, aus unserer Sicht in den vergangenen zwei Jahren noch zu wenig berücksichtigt, wirklich die Kinder, die da zusätzliche Schutzmaßnahmen brauchen würden. Des Weiteren würde uns der Aufbau eines Versorgungssystems, also das würden wir befürworten, Stichwort Long-Covid, Post-Covid bei erkrankten Kindern. Die hausärztlichen Kinderdienste im Allgemeinen sind momentan stark ausgelastet, wenn nicht teilweise sogar überlastet. Und im Sinne der noch recht dünnen Forschungslage zu Post-Covid, Long-Covid bei Kindern, auch eben insbesondere wieder bei denen mit Vorerkrankungen, die noch ein höchstes Risiko haben, ist aus Sicht der Landeselternvertretung noch recht dünn. Und es wäre schön, wenn es für die Kinder, die betroffen sind, die nachweislich Corona haben, auch eine entsprechende Nachbehandlung nach Untersuchung geben würde und tatsächlich auch eine systematische Datenerfassung, um dann wieder notwendige Therapien auch tatsächlich einzuleiten und das hinreichend im Blick zu haben, im Schutzinteresse. Gut, soviel zum Thema Infektionsschutz, gesundheitliche Versorgung, wirtschaftliche Aspekte. Es kam jetzt in den vergangenen zwei Jahren zu oft vor, dass Eltern weiterhin Elternbeiträge zahlen mussten, obwohl eben unter anderem durch die Corona-Situation gehäuft Kindertagesbetreuung ausgefallen ist. Hier sollte es ein landesweites Beitragsrückerstattungsverfahren nach wie vor geben, damit Eltern eben nur die Leistung bezahlen müssen, die letztendlich beim Kind auch ankommt. Die Maßnahme der Kindkranktage, die jetzt durch Corona quasi noch mal verstärkt worden ist, wo Eltern noch mal mehr Möglichkeiten mitgegeben worden ist, mit ihren Kindern im Isolationsbereich zu Hause zu bleiben oder auch wenn Fachkräftemangel durch Isolation eingetroffen ist, begrüßt die Landeselternvertretung. Es wäre schön, wenn das auch langfristig erhalten bleibt. Als Ergänzung wäre es noch hilfreich, wenn die Musterbescheinigung, Nachweis über Nicht-in-Anspruchnahme von Kitas, Kindertagespflegeschule bei Beantragung von Kinderkrankengeld gegebenenfalls noch erweitert wird oder klar kommuniziert wird, dass dies eben auch bei normalen Erkrankungen genutzt werden kann. Also sprich, wenn die Kita-Fachkräfte sich krank melden, dadurch die Kindertagesbetreuung in der Kita einbricht, dieses Formular, diese Musterbescheinigung den Eltern mitgegeben werden kann, unabhängig davon, ob jetzt eine Corona-Infektion vorliegt oder eine andere Infektion. Und diese dann wiederum damit die Kinderkranktage beantragen können. Unkompliziert, so unbürokratisch wie möglich, das wäre eine Unterstützung. Und was ebenfalls in diesem Zusammenhang wichtig wäre, ist, dass die Privatversicherten ebenfalls Kinderkrankengeld beantragen können. Hier gibt es nach wie vor noch Schwierigkeiten in der Umsetzung. Der dritte Bereich und eigentlich auch der wichtigste, ist die gesicherte und bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung. Wir brauchen definitiv weiter die Fachkräfteoffensive sowieso, aber durch Corona eben noch umso mehr. Wenn wir jetzt von Isolationsverpflichtung oder generell, wenn wir eben jetzt in die endemische Lage übergehen, in Lockerungen, kann es möglich sein, dass der Fachkräftemangel durch, also krankheitsbedingter Fachkräftemangel eben noch höher wird. Das bedeutet, wir brauchen eben gegen Lenken noch mehr Fachkräftegewinnung. Wir brauchen auch dadurch, dass Kinder nachweislich, sprachlich, motorisch, sozioemotionale negative Auswirkungen durch die pandemische Zeit erlitten haben, durchaus auch zusätzlich professionalisierte Fachkräfte, also nicht immer nur in Richtung helfende Hände denken und Unterstützung, Verwaltung, Haushalt sauber machen, so ein Bereich, sondern tatsächlich auch mal in die andere Richtung, in die professionalisierte Richtung, in die, wie können wir jetzt noch mal aktiv Bewegungspädagogik in die Kita zusätzlich reintragen, beispielsweise. Oder auch Stichwort Sprachkitas, hier hat sich ja nun in den vergangenen Tagen schon was getan, was die Landeselternvertretung auch sehr begrüßt. Aber dass man sich die ganzen Defizite anguckt und wirklich noch mal überlegt, wie können wir es jetzt pädagogisch erreichen, dort Kompensation zu erreichen, auch nur ansatzweise das wiederherzustellen, was wir den Kindern die vergangenen zwei, drei Jahre eben unter anderem durch die Isolationsverpflichtung weggenommen haben, wie wir denen da was zurückgeben können. Kinder müssen ihre Kindheit kindgerecht erleben dürfen. Sie brauchen eine sichere, zuverlässige Kindertagesbetreuung, aber auch Alltagsgestaltung. Und ja, alles, was das unterstützt, würde helfen. Gibt es Fragen? Ja, Frau Mischel, vielen Dank. Gibt es aus den Reihen der Abgeordneten irgendwelche Fragen? Ich sehe, dass Frau Schiebe sich meldet. Ja, erstmal vielen Dank, Frau Mischel, dass Sie sich zur späten Stunde noch dazu geschaltet haben. Und auch vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wir haben heute den Tag über ganz viel auch darüber gehört, inwieweit Kinder und Jugendliche benachteiligt sind in Form von psychoemotionaler Entwicklung, aber auch Belastungen, die Sie ausgesetzt waren. Sie haben gerade das zumindest ein bisschen angerissen, als es um das Thema Fachkräfte ging. Ich würde gerne von Ihnen wissen, welche konkreten Angebote, vielleicht aber auch Schwerpunkte, Sie sich für Ihre Kinder wünschen. Sie haben jetzt das Beispiel Sprache gewählt, aber gibt es noch weitere Bereiche, wo Sie sagen, da könnten wir sagen, da müsste die Kita nochmal einen Schwerpunkt draufsetzen, da müsste es vielleicht irgendwelche Programme geben, wo vielleicht auch Fachkräfte nochmal fortgebildet werden, um Ihre Kinder ausreichend zu unterstützen? Leider muss ich diese Frage damit beantworten, dass das oberste Wichtigste wirklich die Fachkräftegewinnung wäre. Also wenn ich mir jetzt was wünschen könnte für meine eigenen Kinder und für alle Kinder Schleswig-Holsteins, dann ist es erstmal überhaupt die Existenz von ausreichend Fachkräften, dass die Kinder einfach vertraute Bezugspersonen in der Kindertagesbetreuung haben und nicht immer wieder mit Veränderungen im menschlichen Umfeld zurechtkommen müssen oder einfach auch damit, dass zu wenig erwachsene Menschen um sie herum sind, bei denen sie sich Unterstützung und Hilfe holen können, wenn notwendig. Also alles, was der Fachkräftegewinnung dient, wäre schon mal hilfreich. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, in einer utopischen Welt, dass es genug Fachkräfte schon gäbe und das eben nicht mit das Hauptproblem wäre, dann tatsächlich würde es helfen, wenn die Kinder in den Kitas mehr bewegungspädagogische Angebote hätten, Kinderturn oder dergleichen. Es würde helfen, wenn man mal in die Richtung guckt, wie können wir ein Schwimmangebot für die Kinder, auch für die kleinen Kinder, die das Schwimmen gerade lernen, sicherstellen. Das ist so ein bisschen neben Kindertagesbetreuung, weil das jetzt nicht unbedingt innerhalb der Kindertagesbetreuung passieren kann, aber eben für die Altersgruppe wäre das sehr wichtig. Das Sprachliche, wie gesagt, und letztendlich alles, was das Gemeinschaftliche Miteinander unterstützt. Und das kann so vieles sein. Das können Spielangebote sein, das können Unterhaltungsangebote sein, das kann eine heilpädagogische Auseinandersetzung sein mit Massagen, Berührung, Beruhigung, aber alles, was so das einfach gemeinsam Zusammensein unterstützt, das würde helfen für die Kinder, für die Erwachsenen auch. Ja, nochmal vielen Dank. Hat sich sonst noch jemand? Ja, bitteschön. Ja, Frau Mutschel, zunächst herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Sie haben nun eine ganze Reihe Punkte angeführt, die für eine Verkürzung von Isolationspflichten sprechen, aber auch auf der anderen Seite gesagt, der Schutz der Kinder und der Angehörigen ist ganz wichtig. Können Sie noch einmal in der Gesamtschau für uns ganz klar sagen, sprechen Sie sich für eine Abschaffung der Isolationspflicht oder für eine Beibehaltung der Isolationspflicht aus? Das wäre für mich nochmal ein wichtiger Hinweis von Ihnen. Vielen Dank. Also das Wort Pflicht würde ich weder befürworten noch irgendwie negativ darstellen. Mir ist wirklich wichtig, das Isolationsangebot oder insgesamt der Landeselternvertretung ist das wichtig, weil die Pflicht, die muss komplex im Zusammenhang mit verschiedenen Sachen zu sehen sein. Und Isolationsangebot bedeutet halt einmal, dass die Eltern, die Kinder, die Kita-Fachkräfte eben die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen, wenn sie einfach krank sind zum einen, aber auch Eltern eben beispielsweise, wenn sie kranke Kinder pflegen. Und das steht und fällt aber noch mit anderen Dingen, wie zum Beispiel eben dieses Antragsverfahren für Kindkrankgeld, ob überhaupt das Familieneinkommen gesichert ist, ob 90 Prozent wirklich ausreichen, um letztendlich den Kindern abends noch ein reichhaltiges Abendbrot auf den Tisch bringen zu können. Das heißt, zu dem Wort Pflicht ziehe ich mich zurück in der Stellungnahme, aber Angebot, alles, was das Isolationsangebot wirklich stützt und sichert, das finde ich unabdingbar in der aktuellen Zeit. Das muss unbedingt von allen Seiten wirklich gestützt und gesichert sein. Und ich glaube, dass wir dann auch gut da durchkommen in diesem Schritt zur endemischen Lage. Gut. Haben sich sonst noch Fragen ergeben aus den Reihen der Abgeordneten? Das ist nicht der Fall. Frau Moschel, dann danke ich Ihnen fürs noch Dazuschalten. Und wir fahren dann hier mit dem Tagesordnungspunkt 2 fort. Das ist dann verschiedenes. Gibt es dazu noch Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann danke ich Ihnen allen und wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Die Sitzung ist geschlossen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.